Habe ich schon erwähnt, dass wir 1960 sind? In der Mitte des Atlantiks? Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben sie mir, sie hatten recht. Glauben sie mir. Das klingt schon besser, aber... Eieieieiei, Leute. Das ist unser Flugzeugwrack. Und wir haben einen Flugzeugabsturz im Jahre 1960 inmitten des Atlantiks überlebt. Aber warum auch inmitten des Atlantiks... Eieieiei... ...hier ein riesiges Gebäude ist? Man weiß es nicht. Schauen wir doch mal. Hoffentlich geht jetzt alles gut. Aber das wird schon. Ich habe einen Grund, warum ich auf dem PC spiele und nicht auf der Playstation 4. Und das nennt sich Schnellspeichern. Was ich nur gerade herausgefunden habe, dass wenn ich mit Controller spiele, was ich natürlich wie immer tue, kann ich nicht die Schnellspeichertaste nutzen. Also hätte ich auch gleich auf der Playstation spielen können. Blöd gelaufen, ne? Ich muss jetzt nämlich zum Speichern hier in das Menü reingehen. Und jedes Mal das überschreiben. Und er erinnert mich dran, das regelmäßig zu machen. Das wird nämlich bitter nötig sein. So. Hallo? Ist da jemand? No gods or kings, only men. Okay. In what country is there a place for people like me? Andrew Ryan. Hallo Unchained. So, ja. Ich spiele mit Controller, weil ich Controller liebe. Und auch wenn es ein Shooter ist, spiele ich es trotzdem mit Controller. Weil ich es kann. Und eine der geilsten Sachen überhaupt im Balschock. Der SunTrack. Was ist denn? Hier ist doch überhaupt nichts rippt, Leute. Was ist denn los? Geht doch alles wunderbar. Hä? Sind die doof? Leute, hier funktioniert doch alles wunderbar. Also, bitte. So. Industry. Moin, moin. Ja, in was sind wir für eine Tauchkugel sind wir hier gelandet? Tauchen wir mal ab. Fire at your fingertips. Na, den Clip würde ich auch gerne sehen. Hallopinchen. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Ja. Nein, sagt der Mann in Washington. Es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan. Es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau. Es gehört allen. Oh boy. Willkommen in der Unterwasserstadt Rapture. Der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu groß und bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Na, wen haben wir denn da? Alter, der Wahl. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Pleißer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Also, wir werden schon mal erwartet, ja? Immerhin. Ja, ein Shane, hab ich. Aber vor zwölf Jahren halt. So, willkommen in Rapture, Kapitel 1. So, Bintchen, einfach mal zugucken. Wir sind gerade am Anfang des Spiels. Ich wollte dich hier nicht einbrechen. Bitte gut gehen. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie, Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Tja. Vielleicht sollten wir diese Tauchkapsel nicht öffnen. Ist das jemand Neues? Nein! Bist du so freundlich, das Funkgerät hat noch ein bisschen? Keine Untertitel? Nee, ihr müsst einfach aufmerksam zuhören. So, jetzt muss ich mir diesen Clip kurz angucken. Ich tab jetzt raus, mal gucken, was passiert. Ja, ja, das... Okay, ich kann nicht speichern. Der Splicer, ich muss mir das mal ganz kurz angucken, was hier angeblich passiert ist. Wurde angeblich gelöscht. Uh! Warum? Okay, das hatten wir noch nie, ne? Aber heute passieren ja eh die ganze Zeit irgendwelche Fehler, die es eigentlich gar nicht geben soll. Also, ich sag's mal ganz klar. Äh. Heute passieren wieder nur Sachen, die nicht passieren sollen, ne? Also, das Spiel ist komplett auf Deutsch. Ich glaube, ihr schafft's ohne Untertitel. Ich bin... Ich bin überzeugt, dass das funktioniert. So, lieber Lenti, da... Es kommt die zwei Jahre. Geil. 23 Monate sind's hier. Und beim Super Dragon sind's 42. Super Dragon hat ab heute die Antwort auf alles. Sehr geil. Vielen lieben Dank. So, ich glaube, wir bleiben hier einfach drin. Das sah nämlich gerade nicht so nett aus, da draußen. Ja, sehr geil, hier so neu, in welchem Konzett geht's denn? So, ich hoffe, dass jetzt alles funktionieren wird. Ich weiß nicht, aber wir gucken mal. So, weil das ist unsere Tauchkapsel und da ist einer vor uns getötet worden und das sah nicht nett aus. Hallo. Hallo, Atlus. Hallo, Atlus. Okay, das klingt gut. Okay, das klingt gut. Er lässt uns nicht hängen. Unchained ist zum zehnten Mal dabei. Dankeschön, Unchained für den zehnten Sub. Im Übrigen, ich sag's jetzt gleich mal vorne weg. Also, wie gesagt, hier. Quick Save geht nicht. Warum kann ich nicht Quick Save an einem PC bloß, weil ich mit Controller spiele? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Warum? Bleibt mir das verwehrt? Weil normalerweise kann man... Also, wenn ich Skyrim am PC spiele und ich drücke Speichern, dann kann ich auch mit Controller, dann speichert er schnell. Naja, was auch immer. Ähm. Barock am Ring. Ach. Okay, pass auf. Ihr dürft, und jetzt haltet euch fest, ihr dürft tatsächlich heute, ausnahmsweise, Backseat gamen, aber nur, was die Collectibles angeht. Es gibt nämlich sehr viele Collectibles und es kann sein, dass ich was verpasse und übersehe und da kommt ihr ins Spiel, da dürft ihr tatsächlich sagen, hey, Wolf, da liegt noch links was. Hol es. Sonst bist du am Arsch. Das dürft ihr. Das ist das Einzige, was ich euch Backseat-Gaming mäßig erlaube. Heute. Erlaube. Und natürlich bin ich am Meckern. Ich bin 30. Ich will, dass hier alles perfekt läuft. So, Atlas. Wärst du so freundlich zehn Kniebeugen zu machen? Jesus Christ. Heute nicht. Ich hab's gerade am Anfang erklärt, ich hab extrem Muskelgatter. Ich bewege mich heute überhaupt nicht mehr. Und, ähm, Lunatics, Dankeschön für den 20. Sub. Vielen lieben Dank. So. Was? Zero out of ten Backseat-Gaming erlaubt. Bin raus. Tja, das ist nicht mein Bier. Du bist 30. Wenn ich sage, ich bin 30, fange ich nicht an zu lügen. Dämliche Frage. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Ja, okay. Vertrauen müssen. Das ist eine Vita-Chamber. Äh, eine Vita-Chamber. Ähm. Eine Vita-Chamber. Sollte es passieren, dass, äh, dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst auch zumindest eine kleine Menge an Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch. Sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Ist doch mal ganz nett, ne? Und jetzt kommt der große, äh, äh, Punkt. Diese Vita-Chamber kann man aktivieren oder deaktivieren. Das kann man hier, glaube ich, anpassen. Hier. Vita-Chambers deaktivieren oder aktivieren. Und jetzt fragt ihr euch, warum zum Teufel solltet ihr die Vita-Chamber deaktivieren? Wenn du sterbe und da kommen wieder raus, ist doch gut. Ist richtig. Das schwerste Achievement von Bioshock ist, das Spiel nicht nur auf Extrem durchzuspielen, sondern auf Extrem mit deaktivierten Vita-Chambers. Und das mache ich nicht. Haben wir das auch geklärt, warum ich, äh, Bioshock 1 nicht 100%? Gut. Das Problem ist an Bioshock, das ist so ein verflucht dunkles Spiel. Und mit meinen beiden Studio-Lampen hier. Blendet das so sehr, dass ich fast gar nichts sehe. Kann ich das heller machen? Nein? Was? Cool. Cool. Das ist ja echt toll. Was kannst du nicht einfach neu laden? Was denn? Wenn du stirbst auf Extrem? Ja, natürlich kannst du das. Man speichert auch alle drei Meter. Man speichert auf Extrem auch alle drei Meter. Das glaubst du mir mal. So, Leute, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Waffe. Jetzt passiert uns nichts mehr. Sagt er und wird wahrscheinlich sehr oft sterben in diesem Spiel. Aber hey, so ist das, ne? Sehr geil, Blackie. Sehr geil. Bioshock wird wohl das bester Freund. Ich seh schon, ich spiel das heute Abend und dann bin ich raus. So, weg hier. Das ist scheiß. Rastig aus. Okay, und schlauer als Einstein. So, Kuchen mit Cremefüllung. Da seh ich mich. So, das ist der, äh, Thuggish Splicer. Das sind, ähm, ja, die wohnen hier. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so gut ist, dass die hier wohnen, ja? Ich mach hier mal lieber unschädlich. So. Ja, wir können uns heilen mit B. Man kann hier Sachen aufsammeln. Kartoffelchips. Man kann hier eine Menge Zeug futtern. So. Man sollte auch regelmäßig alles, äh, durchgehen, ne? So. Ja, normalerweise kann man bei Videospielen eigentlich immer, äh, was heller stellen, aber damals wollten die wahrscheinlich nicht, dass man das, also, dass man das nicht kann, weil, wegen Atmosphäre. klar soweit, oder? So. Nicht fragen, einfach injizieren. Richtig. Oder auch nicht. der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adamant. Hörst du das? Lass uns abhauen, Frischling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen, Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Hallo? Ich weiß noch, das war Brotschirm, wenn man ist. Tja, wir haben ganz schön viele Fragen jetzt, ne? So. Eine Faust wie ein Blitz bedeutet? Ja, wir können jetzt gegen Mana quasi, äh, als Eins-zu-eins-Übersetzung, ähm, ja, so ein bisschen, äh, rumbrutzeln. Ja, ansonsten habt ihr natürlich ziemlich viele Fragen, was war das, wer war das, und so weiter. Ich kann euch nur sagen, ja, wartet's ab. Ich werde euch natürlich jetzt erstmal nicht spoilern zu diesem Spiel, was hier alles noch kommt. Und ja, ähm, es ist nämlich so, in dieses Gebiet, wo wir jetzt hier, also in diesem Gebiet, wo wir jetzt hier gerade sind, kann man später nicht mehr zurück. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt schon das erste Collectible verpassen, haben wir automatisch nicht mehr die Chance, das Collectible Achievement kriegen. Und das ist knallhart. Dementsprechend, sagt euch Bescheid, wenn ihr wisst, äh, wo was ist. Und, Prost. Tja, jetzt werden wir hier so ein bisschen geflutet. Wir haben die Wahl zwischen, also wir können, ne, uns entscheiden, was wir machen quasi. Aber wir gehen hier einfach mal durch, sagen Dankeschön. Und dann knallt's hier ein bisschen. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. So. Jetzt muss man speichern, das ist ein bisschen doof, So, jetzt pass auf. Ach, du warst tot. Ah, ja, ja, hier fallen schon wieder irgendwelche Dinge um. So, das war so eine Eve-Spritze, also Eve nennt man quasi das, äh, die Mana halt hier, ne? So, erst mal eine rauchen. Du hast, äh, Gesundheit verloren, aber Eve gewonnen, also das heißt, wenn man raucht, verliert man Gesundheit, aber kriegt halt Mana dazu. Oh, da kommt einer. ist das die Synchronstimme von Adam Sandler? Oh, crap. So, Splicy, wo bist du? Komm, komm. Huch! Komm her. Du bleibst aber ganz schön lange. Bleibt der einfach so getäubt? Ich dachte, man kann ihn auch so töten. Hm. Na gut, dann halt so. Ich dachte, die wären, wenn sie im Wasser gestanden haben, wären sie auch so gestorben. Naja. Und noch einer. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das mit dem Wasser so war. War das nicht so? Ach. War das im zweiten erst? Ich werde das Gefühl nicht los, dass das auch hier ging. das ist doch kein Zufall hier. Guck mal her. Ach, Jesus Christ, dann halt nicht. Genug getestet. Na ja, Atlas ist Adlon Sandler, ne? Ja, das dachte ich mir da. Das dachte ich mir da. Das klang nämlich sehr verdächtig danach. Ich muss das Wasser unter Strom setzen. Ja, aber ich habe da jetzt oft genug ins Wasser gezählt. Und kaputt. schon schön. So, ihr seid ja alle gar nicht so nett hier, ne? Schade drum. So, hier geht's hoch. Oh, ja moin. Ich habe hier, ich habe hier aber natürlich nebenbei ein Collectible Guide offen. In dem Fall, dass auch ihr nicht alle Collectibles kennt. Und das erste Collectible, das wir suchen, ist in einer, in einem Loch, in einer Toilettenwand. Also, wenn wir irgendwo eine Toilette sehen, da ist das Alarm. Da müssen wir was finden. dazu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. So, Neptunes Bounty. So, meine Familie. Bitte. Hallo Fans, Sokka. Dankeschön für den siebten. So, Folge dem Kompass. Oh, das ist ja auch hier überhaupt nicht gruselig. Mann, ich will schnell speichern drücken. Ist das nervig. Warte mal ganz kurz. Ich gucke mal kurz. Das kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert, oder? Bioshock, schnell speichern. Controller. Kann doch nicht wahr sein, dass man mit dem Controller nicht quicksafen kann. Okay, es gibt quicksafen, aber nicht wirklich quicksafen, quicksafen, naja, mit Ladebildschirm offensichtlich. Oh, also genau deswegen habe ich am PC gespielt, damit ich nämlich keine Ladezeiten habe. Ja, muss ich sagen. bin ich ein bisschen enttäuscht. Heilige Scheiße, ist das lang. Ah, okay. Von mir aus. Hallo. Baby und ich. Ja, ja. Nicht mehr heute. Klingt gar nicht mal so gut, nicht wahr? So. Also ihr seht, die meisten Bewohner sind jetzt nicht so da drauf. Kaschmier-Restaurant, ich glaube, da gibt es Toiletten, ne? Bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass das hier so ist. Oder hier so wahr, sagen wir es mal einfach so. Da unten dürfte, da hier, seht ihr, da hinten ist das erste Collectible. Dazu kommen wir gleich. Und erst mal ein paar Sachen trinken hier. Ein bisschen Whisky kann nicht schaden. Ist ja auch ein scheiß Leben, das wir hier gerade führen. Das war jetzt die falsche Taste. Gut zu wissen, dass ich das nicht machen darf. Aber es hat einen Vorteil, verbrauchen wir keinen Pistolenschuss. Wie ich gerade die Maske in der Luft noch weggeschlagen habe. Das hatte irgendwie was. Das hatte gerade irgendwie was. Oh Gott, man sieht ja gar nichts mehr. So, ich darf jetzt nichts verpassen, ich muss diese Taste drücken. Okay, alles klar. Ah. Ja, ich finde auch, für das, dass das von 2016 ist, mit dem Remaster, erwarte ich eigentlich auch bessere Ladezeiten. Das ist schon richtig. Naja, das ist halt dann so, ne? So, anrufen können wir hier keinen. Das Netz ist tot. Super. Damentoilette. Da finden wir gleich unser erstes Collectible. Okay, und sie ist total verspleist. Hier ist doch irgendwo einer. Klingt aber nach einem Kerl, das bedeutet, der... Wow! Okay, so viel zum Thema nach einem Kerl. hier ist aber noch einer. Ich höre doch ganz klar noch einen. Oh Gott, hier geht's nochmal weiter. Ich muss noch auf Toilette hier, das ist ja schrecklich. So, Hände waschen mit ekelhaftem Wasser offensichtlich. Nein, das, was ich jetzt tatsächlich will, ist das Gerät hier hinten, das hier so schön aufblinkt. Das Tagebuch wollte ich euch jetzt eigentlich noch vorspielen. Weil die Story doch recht nice ist hier. Ach, der da unten ist das. Ach, schön. Dann machen die Tür mal wieder zumachen. Huch! Hallo! Was mit ihr ist? Okay, und ein Lied hält offensichtlich deutlich mehr aus. Okay, das ist ein... Ach, Limit erreicht. Oh, man sollte vielleicht mal lesen, ne? So. Ja, verrückt, ne? Trinken. Eine Flasche Merlot stellt zwar eine kleine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve, wie alle Nahrungsmittel und Getränke wird auch eher verzehrt, sobald er aufgehoben wird. Also ihr seht, dass es quasi, es gibt beide Richtungen. Einmal verlierst du Mana und kriegst Energie, einmal verlierst du Energie und kriegst Mana. Ja, also so, wo habe ich Final Fantasy 7 vorbestellt? Bei Square und bei Amazon. Kann es sein, dass ich, dass hier vielleicht das mit den Splicern klappt, aber hier müsste jetzt erstmal ein Splicer sein. Ich kann keinen Verbandskasten mehr aufheben. vielleicht hätte ich hier den Splicer mal reinlocken sollen. Naja, wichtig ist jetzt erstmal das. Zwei Dollar, wir sind reich, aber easy. So, das waren beide die einzigen beiden Collectibles im ersten Kapitel. Oh, ich will gerne rauchen, ey. So, denn die Bayer Shock 1 ist das 101 an Lieblingsspieler. Schön, jetzt nochmal bei dir zu gucken. Das finde ich auch sehr schön. Vielen Dank für den Support. Ja, Silvester, Feuerberg. Nice. Ganz geblutet. Gib mir mehr Dollar. So, zwei Dollar. Es wird immer besser, ne? Genau, das war das Collectible. Also die zweiten Audiotagebücher waren die Collectibles, die für uns jetzt hier wichtig waren. Wir können das erste komplette erste Kapitel, das ist auch der Moment, wo ich dann eben speichere, weil wir können das komplette erste Kapitel jetzt einfach zu Ende spielen. Es gibt keine weiteren Collectibles mehr. Aber Pistolenkugel und die Pistolenkugel beziehungsweise allgemein die Munition in diesem Spiel ist sehr begrenzt. So, man könnte sagen Resident Evil mäßig sehr begrenzt. Dementsprechend ist es durchaus wichtig, dass wir hier sehr intensiv Sachen sammeln. Warum steht denn der auf einmal auf, Alter? Was mit dem ist, habe ich gefragt. Ja, wollte ich nur erwähnt haben. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Das meinte ich. Das hat doch funktioniert. Gab sogar ein Achievement. Siehste? Das war das, was ich meinte mit den Splicern im Wasser. Dann war die kleine, dann hat die kleine Pfütze wohl nicht gereicht. Ja, wir spielen auch leicht. Wir können das Spiel auch easy peasy mit der Rotzange durchspielen. Das ist richtig. Also nicht easy peasy, aber wir können. Leider ist nur die digitale Version die einzige garantie, pünktlich zum Release anzufangen. Das ist richtig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir werden das schon machen, wenn es sein muss. Hoi! Schön, wie man die Puppen durchballert. Und ja, ihr seht, dass auch Splicer irgendwo mal auftreten, wo vorher kein... Also, wir waren jetzt hier schon jetzt etliche Male und hier war diese Person, die wir gerade gekillt haben, nicht. Also ihr seht, wie das zusammenhängt. Spawnt auch manchmal einfach so. Spawnt jetzt nichts unendlich oder so, aber kann schon mal vorkommen. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Oh, was ist hier los? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass sie nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture sie ist eine Vorstellung davon, dass Recht oder Unrecht ist nicht mehr. Ich sag's mal so. kleine Kinder töten hier Menschen. Die nennen sich Little Sister. Oh, das ist fucking gruselig. Haben wir das geklärt? Sind wir uns da einig? Gut. Die stochert halt hier so in der Leiche mal ein bisschen rum, ne? Hallo. Ja, habt ihr euch gefragt, was das Vieh vorn ist? Ja, ich sag's mal so. Jetzt wisst ihr Bescheid. Little Sister und Big Daddy. Das ist ein Großteil der Geschichte von Bioshock. Willkommen. Ah, schön, oder? So. Ja, möchte man sich nicht anlegen mit dem Herrn Big Daddy. Kann ich euch auf jeden Fall mal sagen. Wir werden immer brav Leichen plündern. Nicht jeder, aber das ist wieder so eine Lead-Tante. Die stirbt nicht sofort, wenn man sie damit hittet. Die braucht drei ganze Hits. Uh! Ich wollte nur ein bisschen gesetzt. Jetzt die Fresse jetzt. So, wir haben Limit erreicht, also hier geht nichts mehr. Krieg offensichtlich auch Schaden, ich sollte also ein bisschen aufpassen. Ja, Final Fantasy 7 erst letztes Jahr zum ersten Mal gespielt und es war das erste Mal seit Metal G3, dass ich geheult habe und glaube ich, wie es mich fesseln konnte. I told you! Ich sag's immer wieder, wie unglaublich dieses Spiel ist. so und ab dafür. So eine Lagerkiste, was feines. Ah, mehr Whisky, Gönnung. Oh, shit, Alter. Trunk ist fuck direkt. Ja, vielleicht sollte ich nicht jeden kleinen Scheiß essen und trinken, Ah, die Toiletten sind nie sicher, Leute, die Toiletten sind nie sicher. Na gut. We shine shoes. Ich will mich trotzdem ein bisschen umgucken. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt, wenn wir das Spiel mal wieder ein bisschen angucken. Das ist nämlich auch echt hübsch. Also gerade in der Remastered Version finde ich es ganz gut gelungen. Entschuldigung. Ihr habt ja wohl einen Lack gesoffen. War ja klar. Dann siehst du die Stämme auch so. Ja, Dollar. Jeder Dollar ist wichtig, Leute. Jeder Dollar ist wichtig. Huch. Okay, und mehr. Na, komm mal runter. Das war jetzt unsere Ankündigung. Wir sollen also jetzt in die Medical gehen. Das ist Kapitel zwei dann. Wir haben bis hier alles abgeschlossen. Also alles cool. Könnte einfach gehen. Ja, Final Fantasy Zellen ist auch ziemlich perfekt. Äh, hallo? Also mein Freund, erzähl mal, für welchen Laden arbeitest du, KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dosvidanie. Was immer dir lieber ist. Machen wir so. Herr Ryan. Das Setting sagt ihr nicht zu. Dann sehen wir uns bestimmt ein andermal wieder, dass sich das Setting nicht ganz so groß ändern darf. Ja, den hätte ich schon aufgenommen. Keine Sorge. So, aber wir sind raus. So, Medical Pavillon. Hier gibt es ein bisschen mehr zu machen. Das war jetzt auch nur das erste Willkommen Beatle. Wir gehen das gleich mal durch. So, willkommen in Rapture. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. So, benutze den Notzugang. Das machen wir sehr gerne. Wir machen hier jetzt einen Doppelsave, einmal den Quicksave und einmal den richtigen, weil wir ja in Kapitel 2 sind und vor allem, weil wir alles haben aus Kapitel 1. So, wir. Was? Die 30er sind nicht jedermanns Sache. Wie kommst du jetzt auf die 30er? Spiel spielt 1960. Ähm, und zwar kommen wir jetzt zu folgendem. Wenn ihr dachtet, äh, ah, was denn? Die zwei Audiotagebücher im ersten Kapitel sind doch nicht so schlimm. So, gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. So, müssen wir erstmal gucken. Platten aufdecken. Ach, das kann ich noch. das habe ich, das habe ich ziemlich gerne gemacht. Man hat, äh, eine gewisse Zeit, die, hoppala, äh, die umgesetzt werden muss. Ach, ich dachte, das war hier das mit dem Drehen, ey. Äh, in dem man das umsetzen muss. Boah, da muss ich jetzt erstmal gucken, ey. Das war nämlich, teilweise sogar etwas, unangenehm. Aber, das passt. Fertig. So, gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. So. Aber diese Minigames machte ich eigentlich immer recht gerne. Ja, der ist ein bisschen verwirrt, aber der ist halt da, ne? Leib von meiner Seite. Okay, hier, Moment mal, nicht, dass wir jetzt hier noch was verpassen, denn hier ist eine Audiodatei, die heißt Heute Entlassen. Ich muss das jetzt jedes Mal markieren, weil ansonsten haben wir keine Chance auf alle Collectibles. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr in meinem Fall interessiert. Okay, und Dr. Steinman ist ein ganz süßer. Das halte ich ja für ein Gerücht, ne? Aber das ist ein anderes Thema. So, hier können wir auch was hacken. Wenn wir das hacken, sind alle Preise reduziert. Man kann es auch normal kaufen, aber hacken. so, wie ihr seht, ist das hier schon ein bisschen stressiger direkt. Vor allem, weil das wird quasi immer schneller. müssen wir hier schnell sein und wir müssen das richtige Auge haben für die Teile. So, Ergebnis erfolgreichen Hackens, mehr Objekte verfügbar und die Preise sind reduziert. Das bedeutet, wir können jetzt eine Verbandskasse für 16 Dollar kaufen, eine Spritze für 20, einen tschetschenischen Wodka für 2, da sehe ich uns eigentlich, 6 Pistolenkugeln für 20, ihr seht schon, das ist ganz schön teuer, 20, ja, mit Gelb ist schwerer, das ist richtig. Mit 20 Pistolen, 20 Dollar für 6 Pistolenkugeln, ihr seht schon, das ist nicht so geil. Aber ja, wir wollen es eigentlich auch nicht kaufen, wir haben es nur gehackt für das eine Achievement eben. Ich glaube, das war auch schon alles, was interessant war. Okay, okay, und dich schneide ich auf. Du schneidest hier überhaupt gar nichts auf, ne? Ja, wir haben gerade quasi erst angefangen, ne? Schönen guten Abend. Ja, Bioshock ist eigentlich überhaupt nicht meine Art spielen, tatsächlich. Also eigentlich kann ich mit der Art Spiel gar nichts anfangen, aber ich liebe das Setting und die Geschichte dazu einfach so wahnsinnig gerne. Adams Veränderungen, alles klar, sehr gut. Ich finde es bei dabei nervig, dass das Tagebuch nie automatisch losgeht. war ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ich will euch halt die Tonbänder unbedingt zeigen, weil die Tonbänder quasi die gesamte Story des Spiels ausmachen, deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele davon. Also, wenn man quasi will, kann man das Spiel super schnell durchspielen, indem man halt einfach nur durchrennt, aber dann verpasst man halt die gesamte Story, weil die halt eben auf die ganzen Tonbänder verzeichnet ist. So war es halt eben gerade dieser Dr. Stimmon, und der halt offensichtlich der Meinung ist, dass er aus dem Menschen machen kann, was er will und er kann aus dem Menschen machen, was der Mensch will. So. Hi Wolfi, freue ich mich schon mega auf Skate 3. Wann wird das Stream ungefähr losgehen? Das Video ging 30 Sekunden und deine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mal 30 Sekunden lang. Was soll ich von dir eigentlich noch halten, Lukas? Entschuldigung? Entschuldigung? Uh, eine Tommy Gun. Liebe Tommy Guns. Ich liebe Tommy Guns. Ich zeige euch quasi nur mal, wie das Spiel sein kann, wenn man schießt, aber to be honest, werden wir das kaum nutzen. Ich bin schießen sogar, ehrlich gesagt, mehr nervig als alles andere. Es ist viel lustiger, die Leute wegzuballern. Also im Sinne von wenn du sie mit dem Schraubenschlüssel wegfetzt. Na? Noch jemand da? Du hast es überhört. Es stand aber sogar unter dem Titel des Videos. Dreimal. Dreimal. Dieser Lukas, ey. Das ist so einer. Den merke ich mir ganz genau. So, wir wollen mal gucken. Ähm. Nachdem ihr die Türsteuerung benutzt habt, befindet sich das Tagebuch direkt vor euch an der Wand über der blutverschmierten Trage. Reden wir von hier? Komm, man. Sicherheitssafe. Give me all your stuff. Hm, das geht hier. Blut, 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 blut. Oh, Zukunft. Äh, Vergangenheit. Aha, guck mal. Nein, nein. Ich sollte wunderschön werden. Habt ihr gesehen? Das war die Frau aus dem aus dem Lock. Na, diese Szene macht halt jetzt nur Sinn, wenn man vorher die zwei Audiobücher gehört hat. Also die Audiotagebücher. Weil man jetzt nämlich die Frau gesehen hat, die, der versprochen wurde, dass sie so wahnsinnig wunderhübsch vom Dr. Steinman gemacht werden würde. Und jetzt, ja, offensichtlich hat er sein Wort nicht gehalten. Ah, Türsteuerung. Hier stand es ja. So, siehst du? Hier steht nämlich schon, wie das hier gemacht wird. Und, äh, ja, eine Menge Blut. So, das ist, äh, höhere Standards. Bin ich der Einzige, der das bescheuert findet, dass das Spiel anhält, wenn man raus tappt? Welches Spiel tut so was? Schrecklich. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab ein... Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Electroball trittst. Arsch. So, ja, und dann kommen hier noch ein bisschen schwerere Sachen, die quasi jetzt blocken. Ähm, sodass du an diverse Orte halt vorbei musst, an diversen Orten vorbei musst. Ist ein bisschen friemelig, die Steuerung. Aber ja. So, erfolgreiches Hecken bewirkt, dass dieses Geschütz für den Spieler arbeitet. So, und nicht anders. Mein anderes Ding hat es zerschossen, by the way. Juhu. Witzig. Witzig, wie er erst die Maske runtergeschossen hat. So, was Parasiten erwarten. Das ist gut, dass das hier weiterläuft, das Tagebuch. das jetzt zu seinem entahndeten Vergnügen missbrauchen kann. Witzig, das ist, das ist gut. Wenn das, wenn das Hecken weiterläuft. Hm, jetzt wird das ein bisschen eng. Ich bin jetzt im Übrigen nicht okay, dass du mich Trigger Spy Shop zu spielen. Ich muss noch Dragon Ball spielen. Ach, es gibt schlimmeres. lade es euch runter. Es ist bei Playstation Plus gerade kostenlos. Dann habt ihr es auf jeden Fall für immer da auf eurer Playstation easy peasy. Dann müsst ihr das auch nicht jetzt spielen. Es ist ja nicht so, als wäre das im Streaming-Dienst, wo ihr nur den Monat Zeit habt. Ihr habt dann für immer Zeit. Das passt schon. Ja, schießt euch alle mal. Hallo. Alter, die hält vier Schläge aus. Vielleicht werden wir irgendwann doch auf die Waffe wechseln müssen. Bei vier Schläge ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Und wenn man keine Playstation hat, lieber Meepo, dann gibst du Ausrufezeichen Bio ein und dann bekommst du für nur sieben winzige Euro. Die komplette Trilogie. 100 Stunden Spielzeit für sieben Euro. Man sollte nicht nein sagen, wenn man auf den geilen Scheiß Bock hat. Hat doch was geblinkt. Aha, bist du im Guckertan. Wie die aber auch da liegen, ey. So, das ist Liebe für die Wissenschaft. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt die Parasiten und die Liebe für die Wissenschaft. Das heißt, wir haben eins noch nicht gefunden. In meinem Klo liegt auch mal Geld. Warum nicht? Der Co. Wo der Co.? Ein Eisner hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher er schuld, wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn sie schon sowas machen, sollten sie es wenigstens ordentlich machen. Heilen für 10 Dollar. Kannst mich mal. Blutsauger. Oh, der Wucher. Hihihihi. Oh ja, das Spiel hatte wahnsinnig tolle Synchronsprecher. Alleine das lohnt sich halt auch schon. Ich muss hier rein. Denn hier ist nur ein Medkit, das ich nicht mehr brauche. Naja, gut. Der sein kann. Und zwar brauchen wir noch, befindet sich links vom ersten Geschützrichtung Eingang Eternal Flame. Okay. Da. Yes. Das wäre so geil, wenn das einfach weiterlaufen würde, das Spiel, dann könnte ich mir das anhören und nebenbei könnte ich dann in meinem Dokument das Ding wegstreichen. Aber nein, das Spiel hält es für eine gute Idee, das nicht. Okay, und Dr. Stymond fühlt sich schön. Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Tja, möglich ist es, ne? So, waren wir da unten schon? Oh, es gab eine Karte. Hab ich ja gar nicht mehr im Kopf. das ist praktisch. Manchmal. Huch! Okay, und Granaten. Sag mal, was ist mit ihm? ist er tot? Kommst du jetzt mal? Gottes Willen, ey. Picasso der Chirurgie. Ne, da muss ich noch zwei andere finden. Also hier sollte ich noch nicht sein. Ist er jetzt endlich tot? Okay, gut. Irgendeiner lacht hier allerdings relativ blöd. Also, das hier ist Picasso der Chirurgie. Das können wir ja schon mal mitnehmen. Aber es ist, äh, nicht das, was ich haben sollte. Das wir müssen nochmal umkehren. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Wie ist allgemein die Bioshock-Trilogie heftig? Im Sinne von was heftig? So, das ist das, was ich haben wollte. Vandalismus, genau. Verkaufsautomat, brauche ich gerade irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Positionsautomat. Und die kleine Maus. Hallo. Wurde gerade von der Maus begrüßt. So, ähm, Preise reduziert. Los geht's. So, okay, äh, shit, 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 shit. Oh, das war knapp. Das war knapp. Und das wird nicht besser werden. So, jetzt brauchen wir nochmal den hier. Shit, das ist ganz schön schnell. Ah, das ist am PC viel, viel, viel leichter. Äh, mit Master's ist es viel, viel leichter. Hallo, ich brauche noch so'n Teil. So, Munition. Wait, kosten 20, kosten 6 Pistone guckend nicht eigentlich 20? Habe ich gerade eine, eine Ersparnis von 1 Dollar bekommen? Na, super. Anti-Personen finde ich aber auch geile Munition. Ja, okay, nicht, dass wir es brauchen oder so. Weil der Falle findet sich immer auf Englisch und Deutsch spielen. So, aber dann wollen wir das mal getan haben. Jetzt wollen wir noch die Vandalismus-Dinge hier mitnehmen. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Das ist richtig. Ich muss mich das nochmal ganz kurz wegstreichen und der Maus gute Nacht sagen. Hallo Kevin, by the way. Wir haben gerade erst angefangen, die Jaws. Kapitel 2. Das war Vandalismus. Picasso hatten wir auch. So, eingefrorene Rohre müssen wir jetzt noch finden. Und das ist in der unteren Ebene im Eisklotz, der den Durchgang versperrt. Im Eisklotz. Okay. Untere Ebene. also runter. Hier im Eisklotz. There we go. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, sein. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture Wassereinbruch. Guck mal, wir haben jetzt so einen kostenlosen Hacker bekommen. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch schlurzpiep, egal was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. So, ihr seht schon, es kann schon mal passieren, dass Rapture unter Wasser läuft. Dass hier natürlich jetzt alles vereist worden ist, das hat man wohl dem Typen zu verdanken. Aber ja, wir haben so einen Autohacker bekommen, das wird gedeutet, wir können einmal im Notfall, wenn wir keinen Bock oder keine Zeit haben oder zu blöd sind, einmal Autohacken lassen. Befindet sich unter dem Eisklitz. Achso, ja, das war das. Dann kann ich das schon mal streichen. Also, wir sind auf einem guten Weg, Leute. Wir sind auf einem guten Weg. Ich muss schon mal kurz abspeichern. Oh! Okay, und das ist Alex. für jede Chirurgie. Kommt mir bekannt vor. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig! Muss deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu steilen. Zum Mond. Gott mag keine Drückeberger. Okay, und selber gesprengt läuft. Okay, und selber gesprengt läuft. Ja, das sehen wir. Dann finde Telekinese. So machen wir das. Human! Ah, das Ziel ist ein Jahr Jubiläum, einen Schritt näher. Vielen Dank schon für ein halbes Jahr, Human. Danke dir. So, ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Läuft's bei dir nicht. Keine Ahnung. Was? Ja, also hier geht's offensichtlich nicht weiter. Dementsprechend müssen wir zurück. Ja, die Synchro-Stimme kommt dir deswegen bekannt vor, weil fast alle Synchronsprecher sehr, sehr, sehr berühmt sind. Und man halt schon so kennt, wenn man deutsche Filme und so guckt. Das ist schon relativ tough, wenn man nur mit Nahkampf spielt. Okay, und Backflip. Ich glaube, ich sollte mich jetzt legit mal heilen, ne? Ich meine, den wir im Hörspitz von Alien gehört haben, das kann natürlich auch sein. Aber das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich logischerweise nicht gehört. Nitro-Splicer. So, ja, heilen sollten wir uns mal, wa? Haben wir genügend von den... von den Verbandsdingern? Was lag da unten noch? Ah ja, guck mal, neuer Verbandskasten. Das sieht nach Munition aus. Ja, ich guck mal. Ellen, stell dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklade? Oh, jetzt hier kommen wir her, ne? Okay, sonnen wir durch. Na, das ist ja doof. Haben wir... die Möglichkeit, das niederzubrennen? Okay. Haben wir oder haben wir nicht? Wie war denn das? Ja, mir fehlt irgendwas, ne? Ich meine mich auch. Ja, ich will die Eternal Flame haben. Vielleicht muss ich mal auf die Map gucken. Vielleicht hilft mir das, weil ich dann rausfinde, wo ich noch nicht war. Ich hoffe, selbst die Map aufrufen dauert lang. Ah, die Tür an der Flame. Ja, da wollte ich doch hin. Hab ich doch gerade gesagt, oder nicht? Ah ja, stimmt. Hier, wo der Typ sich gesprengt hat. Ja, ich hab einfach nur vergessen, hier weiterzugehen. Das war das. Ja. Hier, das ist nämlich der Typ, der sich selber gesprengt hatte. 16 Dollar, Junge. Der war reich. So, ich hab mich vor der Sicherheitskamera versteckt, die konnte man aber auch hacken, ne? Nein, ich brauche das. Das ging ja mal komplett in die Hose. So, Spezialmunition erhalten. Ja, das ging komplett in die Hose. Ei, 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 ei. So, Hackers Delight wandelt den Körper in ein, äh, wandelt ihr den Körper in, äh, verändert den Strom an der gehackten Maschine in ein Leistungsstattes Heilmittel umhacken und heilen ist es. So, das ist das erste Körpertonikum. Körpertonikum machen die stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von, äh, Plasmiden und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. So, jedes Mal, wenn du, jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Das ist nämlich sehr gut. Das ist aber gut, ey. Das ist jetzt ein. Noch öfter. Das ist aber gut hier. Die Maschine wurde gehackt, die wurde überhaupt nicht gehackt. Ja, das Ding kann man auf jeden Fall verpassen. So sieht's mal aus. So, Hackers Delight habe ich. Da gibt's jetzt aber gleich dann noch ein Tonikum irgendwo. Direkt gleich hier in der Leichenhalle. Oh, ja. Niklas, Dankeschön für den 36. Mann. Drei Jahre Support. Danke, Niklas. Wo soll ein junges, hübsches Mädchen weg bloß hin? Junges, hübsches Mädchen, hä? Du gehst nirgends wo mehr hin. Außer vielleicht in die Hölle. Haben wir das geklärt, Mädchen? So. So, ne Exit wollen wir mal noch nicht. Oh, hört ihr den auch? Da läuft's für eiskalt ein Rücken runter, wenn du den hast. Das ist wie die Moin-Moin. So, abfaggeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Denn das bedeutet, wir können jetzt was Neues machen. Setz Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du hast einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ob zwölf Jahren aufwärts. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. So, und jetzt dürfen wir nämlich erstmal üben. Easy, oder? Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sifters. Erreichert die Luft hier mit Duftstockmann. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ja, wir können jetzt Leute anzünden, wenn wir Bock haben. Und ich glaube, wir haben schon Bock. So, Leichenhalle im überfluteten Bereich auf einem Schrank. Im überfluteten Bereich. Hier ist nichts überflutet, also gehen wir mal runter. Und der Markus mit dem elften Sub. Dankeschön. Da müssen wir lang. Das ist also nicht so eine gute Idee. Ah ne, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt sind wir wieder hier. Wait. Ne, da müssen wir zurück. Dann sind wir nicht da, wo wir sein sollen. Ich höre euch ganz genau. Jetzt können wir nämlich hier rein. Wo sind wir denn jetzt, laut Map? Habe ich jetzt gerade nur eine Art Shortcut geöffnet? Ich habe nur eine Art Shortcut geöffnet, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Hallo. Das Feuer ist... Ah, schön. Okay, da ist irgendwer gestorben. Spieldose. Ja, aber... Da ist auf jeden Fall irgendwer gestorben. Und das fand die nicht so toll. Aber jetzt kann sie sich hier dazu gesellen. Äh, Samuel... Ja, das ist aktuell in Playstation Plus. Das ist richtig. Ist aber Zufall, dass ich das jetzt spiele. Ich spiele so ein PC. Du bist ja frech. Wie sie doch auf mich zugesprungen ist, während sie verbrannt ist. Beziehungsweise während sie gestorben ist. Das sah eigentlich schon ganz witzig aus. So, mehr Whisky, Leute. Mehr Whisky. Ob ihr Lack gesoffen habt? So. Endlich abge... Was? Hey. So. Ich will jetzt nicht hier hinten jedes Scheißteil hacken. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. So, die Karte führt uns... Äh, die Map führt uns hier hin. Kuchen mit Creme-Füllung. Warum habe ich denn hier noch nicht alles gegessen? Oh, na, okay. Ähm, 0, 4, 5, 1. Das dürft ihr dann wohl hier sehen. 0, 4, 5, 1. There we go. Oh, boy. Hier gibt's lecker, lecker Sachen für mich. Noch ein Auto-Hacker. Das ist schon mal ganz praktisch. Aber wirklich krass war's nicht. Das ist vielleicht... Ist das die Leichenhalle? Das sah nach der Leichenhalle aus. Um ehrlich zu sein. Ist das eine fucking Kamera, die ich da höre? Ich nutze einfach die Speicherpause, um was zu trinken. So. Das ist eine Leichenhalle. Und man kann sehr froh sein, dass die hier auch wirklich tot sind. Alter, das ist Wall-E. Leute! Wall-E in Rapture confirmed. Von mir habt ihr's zuerst gehört. Oh! Da schwimmt was. Kannst du mal das Licht anlassen? Alter, ihr habt so einen Hunterschattens gesehen. Hier war gerade einer. Ja, der sieht nicht mehr so gesund aus, ne? So. Das ist das nächste, was wir suchen. Das nächste Tonicum. Security Expert ist die neueste Ergänzung der Hack-Smart-Produkt-Ballette. Und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. In der Leichenhalle soll man nicht gesund aussehen. Äh, das ist jetzt aber schon echt fies von dem, muss ich sagen. Ne? Aber ja, Tonicum haben wir am Start. Das heißt, das kann jetzt weg. Als nächstes, äh, im Cure-All im Raum mit der Kamera neben einer Trage. Das wird dann wohl... Mistvieh. Da ist er einfach durchgegangen, weißt du? Das hier war verbunden quasi. Das war der Typ. So. Ich muss eigentlich nicht jeden looten, oder? Ein paar Dollar da. So, hier war ein Geschütz. Ach, das schießt er für mich. Das schießt er immer noch für mich. Nicht gut. Das muss ich mir nur wieder rausfinden, wo ich hin musste. Hier unten, ne? Genau. Eigentlich ist es am geilsten, die zu stunnen und dann zu hitten. Eigentlich ist es extrem witzig. So, jetzt mal schauen. Hallo? Sehen wir da? Man sehen, wann unsere erste... Wuuuuh. Oh oh. Ich hör euch ganz genau. So. Ich hab euch mal kurz die Schrotflinte vorgestellt. Zeit wird's. Zeit wird's. Ja, das Problem ist, dass das Looten sich halt lohnt, weil halt recht oft dann tatsächlich auch Munition dabei ist, die obviously sehr knapp ist. Also ich kann halt auch nicht einfach hier durch das ganze Spiel ballern durchrennen, das funktioniert nicht. Leider. Ansonsten wäre das natürlich ein bisschen eine andere Geschichte. So, hier haben wir sinnlose Experimente. Boah, da haben wir ja eine Menge verpasst. Sinnlose Experimente vor dem Eingang zum Dendidenter. Ups, haben wir drei Sachen noch verpasst. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. Die Deutschen. Die Deutschen wieder. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, solltet ihr nur meinen, dass da jetzt etwas Nötiges erforscht haben. Genau hier wollte ich hin. Wie lange es dauert, um die Map zu öffnen? Ich spiele PC-Version. Was ist das für ein Leben? Oh, oh. Ihr kennt was, ihr wisst, was dieser Kreisel bedeutet. Und wir machen fröhlich weiter mit dem Xenny. Mit dem 19. Moin Moin. So. Also, bis hierhin. Ich gab's offensichtlich noch. Ich hab mich noch erwischt da, ey. So, die Antwort auf alles ist die 42. Das ist komplett richtig. So, warte. Jetzt lass mich erstmal mal das Ding sammeln, was ich jetzt gerade schon gesammelt hatte. Das heißt, wir müssen jetzt auch diese blöde Phase hier nochmal machen. Ja, zwei mit einem Hit. Wieder zwei mit einem Hit. So muss das sein. Ich bin nicht deine Puppe, du hältst der Goschen. Das ist doch alles Quatsch. So. Warte mal, da will ich noch gar nicht lang. Wollte jetzt nur das Ding hier holen? Genau. Und das hatten wir schon zu Ende gehört? Nein, hatten wir nicht. Jetzt sind wir wieder auf einem richtigen Stand. Ach, guck mal, die Rede sogar weiter wenn ich speichere. Man läuft. wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Horden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. So, wie war das? Hecken sollte jetzt eigentlich einfacher sein. Achso, das ist dasselbe. Okay, ja, dann never mind. Es geht schneller, kann das sein? Die Dinger setzen sich schneller ein. So, Erfolgreich. Äh, Hecken, ja, ja. Der Schleim fließt langsam mal. Ach, das macht Sinn. Das macht erstaunlich viel Sinn. Okay. Ach, so. Give me more. So, hier müssen auf jeden Fall Dinge sein. Ich würde gerade sagen, nicht schon wieder die scheiß Kameras, Alter. Okay, die ist da unten. So, das wäre für mich dann das erste Mal, dass wir eine Kamera hacken. Dann haben wir hier wenigstens Ruhe. Ähm, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. direkte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheits-Bots bei Feindkontakt. da, ah. So. Das war das, was wir wollten. Ah, guck mal, da ist so ein Save. Boah, so viel Hacken in dem Spiel, ey. Oh shit, das war ganz schön schnell. Äh, hallo? Oh Gott, hier geht's gar nicht weiter, wir haben schon verkackt. Aua. Okay, dann müssen wir gleich nochmal machen. Ganz schön schnell, ey. Ähm. Äh, fuck me, was? Okay. Mal auch nochmal sicher gehen. Ich brauche ein ganz bestimmtes und ich finde es nicht. Ich bin jetzt eigentlich komplett verarschen. Ich kann ihn nicht schnell genug aufmachen. jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat. Äh. Oh shit, hier geht's nicht weiter. Oh man. Ah, so ein Crap. Alter, das ist viel zu schnell. Warte mal, ich hab doch Auto-Hacken. Ergebnis der folgenden Hacken, Safe lässt sich öffnen. So, ihr könnt mich alle mal. So, wofür haben wir Auto-Hacken? Da sind meine Skills noch nicht hoch genug. Das ist, äh, noch ein bisschen zu schnell gewesen. So, aber eigentlich ist unsere wahre Aufgabe nur hier die Tonbandgeräte zu finden. Nämlich Zornversuch. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Souchong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Souchong. Sehr schön. Okay, ich indiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt die Probanden. Ja, 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 sie ist falsch, sie ist falsch, sie ist falsch. Okay, und Homer Simpson. Klang wie Homer Simpson, oder? So, was hat Röter eigentlich, ähm, für eine Frage? Ähm, so, das war, das war der Zornversuch und das ist das Tonicum, das wir als nächstes brauchen. Er wird den Schraubenschlüssel schaden. Und ihr werdet es nicht glauben. Exactly what I want. So. Mehr Schraubenschlüssel schaden bitte. So. Moinsen. So, als nächstes. Tempo Hacker im Painless Dental auf dem Tisch. Im Painless Dental. Da müssen wir jetzt gucken, wo das Painless Dental war. Dann mach ich mal raus hier wieder. Speichern. Genau, erinnert mich dran, dass ich nach einem Collectible speichere. Das ist eine gute Idee, Leute. Das ist eine gute Idee. Nach dem Collectible muss ich speichern. Und da ich das von allein garantiert nicht immer tue. Das ist dann quasi eure Aufgabe. Das klingt gut. So, hier kamen wir raus. War das hier jetzt? Ne, das war Dandy Dental. Irgendwo anders habe ich das aber... Painless Dental habe ich auch schon irgendwo gelesen. Da, Painless Dental. Okay, und nach jeder Türe. Ja, da geht es aber gar nicht rein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mal ganz ruhig hier. Da geht es schon rein. Ja, wir hacken die einfach nur, weil wir natürlich wollen... Weil wir natürlich Ruhe wollen. Ich würde das ja rein theoretisch, ne? Würde ich das ja mit der Maus und Tastatur machen. Das Problem ist nur, Bioshock ist eins der Spiele, dass dich nicht... Ähm... Dass dich nicht beides spielen lässt. Du kannst also nicht einfach Maus zu Tast... Äh, Controller und Tastatur und Maus wechseln. Andere Spiele können das. Bioshock nicht. Ja. Erfolgreiches Hacken bewirkt... Ja, das... Ich bin ja gerade so, als hätte ich noch nie gehackt, Alter. Die tun ja gerade so. So, jetzt können wir das auf jeden Fall schon mal aufmachen. Ja, das sollten wir vielleicht lieber nicht kaputt machen. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Da ist jemand. Hallo. Ah, ich liebe es, wenn die so weggefetzt werden. Das muss ich den ganzen Tag machen. Das ist mein, ne? Deko, Deko. So. Plasmide sind die Farbe und direkt daneben das Tonicum Tempohacker. Oh, oh, oh. Nein, nicht schon wieder. So, Tempohacker ist das beliebteste Produkt der Hack-Smart-Produktreihe, da es ihnen genug Zeit verschafft, um sich in jedes elektronische Gerät zu hacken. Mit Tempohacker ist die Zeit auf ihrer Seite. Das klingt gut, weil man muss eigentlich doch oft hacken. Oh, na, deswegen werden wir das auch direkt mal einsetzen. Glaubst du, ich habe deinen Schatten nicht gesehen? Bastard. Tun alle gerade so, als ihr die keine Augen. Mach die fertig. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Hey, Lüfti, du moin, moin. Worum geht es denn im Spiel? Wir sind in eine Unterwasserstadt und müssen gucken, was hier passiert ist. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. So, das finde ich schon mal gut. Jetzt haben wir nämlich hier schon mal alles. Gute Neuigkeiten. Es gibt nur noch sieben Collectibles. Oder zumindest sieben Stellen. Es sind mehr Collectibles, aber sieben Stellen. Manchmal ist es so wie hier, dass zwei Sachen nebeneinander liegen. Was die First-Person-Perspektive hat, dich genervt. Nach der Hälfte des Spiels. Das Spiel ist recht lange. Hättest du es auch noch durchziehen können. Hallo. 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 Wie war das denn? Wie sie einfach geantwortet hat. Ah. Geil. Geil. Das war ja mal absolut großartig. Schön. Das hat mir gerade sehr gut gefallen. Das nächste, das wir machen müssen, ist im Daddy Dandy Dental. Das heißt, wir können jetzt wieder dahin, wo ich es, äh, ja, hier hin. Ins Dandy Dental. So, geben sie mir mehr Gottoppelchips. Ja, ja, die Kartoffelchips, ne? Wenn ich in echt schon keine haben darf, dann muss ich halt wenigstens, äh, hier mal ein bisschen was naschen. So, guck mal, das ist jetzt auch schon schnell. Oh, was ist passiert? Wo ist, wo ist, hä? Oh mein Gott. Okay, das war unangenehm knapp. So, der andere Safe war offensichtlich ein bisschen böser. 256 Dollar, Leute. Reich as fuck. Ah, hier wird Tennis gespielt. Hat das eine Tennis-Ballmaschine? Ja, cool. Cool. Guck mal, die hatten es hier auch mal, also, mal, gut. Das lange hier. So, Dortmund hat verloren, haben sie sich jetzt echt 3-2 gegen Bremen weggeworfen. Das ist sehr traurig. Darauf erstmal ein Whisky und Melon und ein paar Pistole. Ich hab den Ball getroffen. Egal, hier ist die Telekinese. Ah, jetzt können wir die Telekinese. Ah, ja. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Sushong. Kunde von Tain Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Sushong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Also das ist ganz interessant, wie die ganzen Wissenschaftler halt hier gearbeitet haben. Was man halt im realen Leben niemals machen dürfte, vermutlich. Wenn man in der ersten Halbzeit spielt, jetzt hätte man in der Nacht sofort die Brauerei leergesoffen. Da musst du dich nicht wundern. True Story. Geben sie große Objekte allein mit der Kraft ihrer Gedanken hoch und werfen sie sie auf ihre Gegner. Aber was muss man sonst noch was wissen? Ne, das kann es trotzdem, muss ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots an einem Gatherers Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei einer Genbank neu ausgerüstet werden. So, ähm, abfackeln oder Elektro? Ich würde sagen, abfackeln weg. Bewerfen sie ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen sie Granaten auf und werfen sie sie zurück. Genauso machen wir das. Um zu greifen oder drücken, um fallen zu lassen. Da können wir jetzt hier natürlich schon mal üben. Und zwar mit einer ganz schönen Wucht, ey. Junge, Junge. Okay. Oh, jetzt können wir üben. Leiche mit Leiche. Gerne. Das ist aber schon ein bisschen pervers, was ihr macht hier, ne? Also. Ich sag's ja nur. So. Jetzt müssen wir speichern, weil wir haben... ...wieder was gesammelt. So. Jetzt, wo wir die Telegenese haben, geht's weiter. Im Foyer der Chirurgie. Also, wir sollen in die Chirurgie gehen. Die Chirurgie ist also der nächste Ort. Das klingt doch schon mal ganz gut. Hallo. Ach, hier sollen wir das mit der Granate üben. Moment. Warte. Ja, die haben wir nicht so gut gefangen. So funktioniert das. Ja, jetzt wisst ihr auch, wie das hier mit dem Kollegen funktioniert. Was ist denn hier los? Irgendwas rastet hier. Aber es ist doch meine Maschine, oder nicht? Dann warnt die mich nur, oder? Ich bin aber nicht unverwundbar. Also, auch wenn es meine Maschine ist, wenn ich reinrenne, dann... ...krieg ich auch die Fresse, ne? Äh, wir haben das schon noch durchgespielt. Das ist ja klar. Das haben wir schon durchgezogen. So, jetzt sind wir nämlich... ...die durch. Den Big Daddy hört man immer noch. So, wir haben gesagt, mehr speichern. So, vor jede Chirurgie. Genau da müssen wir hin. Oh, okay. Da kommen Granaten. Setz die Telekineser an, um Granaten zu fangen, sie dann auf die blockierte Tür zu werfen. Ah ja. Komm her. Ups. Erstmal eskalieren. So. Ähm. Hatte ich dich schon mal gehackt? Ich glaub schon, ne? So. Erstmal gucken, wie der Weg ist, damit wir hier nicht an irgendeine Ecke knallen. Oh, Verbandskasten, oh, Verbandskasten 15. Ist ja bezahlbar. Der Rest ist allerdings unbezahlbar. Die Bioshock-Teile habe ich nachgeholt und ich bereut absolut Meise, ne? Die sind schon sehr gut. Aber wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine Leiche? Alter, mein Beileid. Ich bin so froh, dass diese scheiß Leichen nicht aufstehen, ne? Ich bin sehr, sehr froh. So, erst mal Symmetrie. Okay. Haben wir gefunden. So, jetzt müssen wir auch gleich nochmal gucken. Irgendwo neben der Leiche ist nochmal irgendwas. So, let's do this. So, arbeite für mich. So, wir müssen gucken. Nein, ich zockere nichts mehr anderes. Ich kann nicht alle drei Stunden die Spiele wechseln, Leute. Oh! So. Zu allererst mal. Okay, los. Okay, darum kümmere ich mich nach dem Stream. Das nächste, was wir suchen müssen, ist im Gang zwischen dem Foyer der Chirurgie und der Chirurgie selbst auf dem nassen Boden neben einer Leiche. Also direkt da, wo ich stehe, witzigerweise. Nämlich die statische Entladung. Ryan Industry stellt die neue Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem ihrer Angreifer einen elektrisch ins Schlag versetzt. Haben wir noch Platz? Kann man ja mal machen, ne? So. Ähm, dann haben wir das. Und als nächstes im Raum zwischen dem Foyer der Chirurgie und der Chirurgie selbst, auf einem Schrank neben dem Operationsstuhl. Aha. Also wahrscheinlich da drüben, ne? Ach, Kameras. Fürchterlich. Super nervig, diese Kameras. Super nervig. So, erstmal... Gucken, wir müssen ganz da runter. Ripp, Alter. Das ist ja schon mal nicht so schön. Ähm, bitte hier einsetzen. Ähm, mir fehlen Teile. Ja. Gut. Ein Gag der Kameras arbeiten für dich. Das ist korrekt. So, hier müsste gleich irgendwo was sein. Das Gute ist, dadurch, dass wir so lange jetzt mit, äh, der Nahkampfer verarbeiten, bedeutet das, dass wir auch, äh, irgendwann relativ viel Munition haben werden. Und dann irgendwann doch wechseln können, ohne Munitionsprobleme zu kriegen. Oh, die Maschinen sind richtig nervig. Wenn du da nicht einen Ticken Zeit hast, ist schon alles vorbei, äh. Also, wenn du den Anfang hinkriegst, danach geht's. Aber alles andere davor ist natürlich Fenster. Und wenn das letzte Teil tatsächlich auch noch verdeckt ist. Die Big Delis werden wir nicht im Nahkamp waren. Ähm, allgemein könnte man quasi, ach, guck mal, ich hab sogar maximal Munition schon. Loh, ich hab das Maximum an Munition für die Schrotflente. Ähm, wird das bedeuten, dass uns aber halt bei diesen Sachen, äh, haben wir eindeutig einen kleinen Vorteil. So, das ist Aphrodite unterwegs. Das ist schon mal gut. Das nennen die wohl Operationsstuhl. Aphrodite geht durch die Gänge. Eikonrad. Und gute Nacht, Roma. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in tausend wunderschöne Einzelteile. Ja, der Steinman ist schon ein bisschen krank auch, ne? Leute, gute Neuigkeiten und noch drei Collectibles. In der Chirurgie müsst ihr die Leiche untersuchen, an der Steinman zuvor herumgedoktert hat. Ja, aber dann müssen wir erstmal in die Chirurgie selbst reingehen. Obviously. Viewing Rooms. Das klingt doch einladen. Oh, da ist er, Leute. Da ist Herr Steinman. Was soll ich bloß mit dem hier anfangen, Aphrodite? Sie ist einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden. Aber es gilt mir nie. Hier. Zu fest. Hier. Zu groß. Hier. Zu symmetrisch. Und das da? Ich bin so symmetrisch. Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Herr Steinman, sind Sie ein bisschen bescheuert? So, Steinman, jetzt ist aber Zeit zu sterben, oder? Rückt mir nicht auf die Pelle! Steinman ist tot, Leute. Steinman ist tot. So, Notschlüssel und ein bisschen Munition. Oder auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkarr kümmert. Vergiss Steinman's Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ja, das war quasi, ähm, Kapitel 2. Es geht darum, äh, Dr. Steinman zu töten. Und, äh, wenn man jetzt einfach nur durchrennen würde zu Dr. Steinman, würde man das sehr, 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 sehr schnell schaffen. Wenn man allerdings alles sucht, so wie ich, braucht man ein bisschen länger. Sehr viel länger, by the way. Ich hab mal Hearthstone gespielt. Das hast du richtig erkannt. Äh, oh nein, jetzt hab ich mich verklickt. Äh, crap. Mal gucken, ob ich das noch retten kann. Und ich spiel's auch noch, aber halt nicht so regelmäßig. So. Was hast du denn hier drin? Drei Verbandskästen. Und daneben liegt ein Verbandskasten. Und ich hab volle Verbandskäste. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Na, ganz toll. Dr. Steinman ist tot. Ähm, was haben wir gesagt? Da oben bei der Leiche direkt war was, ne? So. Nicht das, was sie wollte. Die Nase. Da hat's angefangen. Das war nicht das, was sie wollte. Da sind wir uns wohl, denk ich mal, einig. Oh boy, ey. So. Ähm. Befindet sich vor dem Gatherers Garden Automaten nach dem... Alles klar. Okay. So. Dieser Save ist jetzt erstmal so recht wichtig. Und jetzt, wir haben nämlich hier laut Maps sind wir hier. Da waren wir noch nicht. Und da hinten waren wir auch noch nicht. So. Und ihr seht schon. Ihr könnt euch da denken, was jetzt hier gleich möglicherweise passieren kann. Wer eskaliert hier denn so? Nach einmal. Oh ja, gebt mir eure Dollarts. Gebt mir eure Dollarts. So. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Also habt ihr verstanden? Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Kleinen Mädchen. Denen sollte man sich nicht nähern. Guck mal, jetzt ist das hier nämlich offen. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit, für dich an etwas Erdem zu kommen. Oh boy, Leute. Oh boy. Hallo, es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Trinken. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Erdem. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse dich zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tennenbaum hat dafür gesorgt. Bitte, tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Erdem, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tennenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. So, Freunde. Hallo, kleine Little Sister. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam, dafür hat Tennenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Was bin ich nun? Böse oder gut? Hey, kleine Little Sister. Nein! 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 Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Zeit fürs Haierbettchen, Mr. B. Tennenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Garden Automat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Richtig, Atlas, das machen wir. Gib an deinem Gatherers Garden Adam für neue Kräste auf. Ja, diese kleinen Schachtel, das sind die Schachtel, in denen die Little Sister sich quasi fortbewegen. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Wir haben die Little Sister gerettet. Warum haben wir die Little Sister gerettet? Aber wir müssen. Ja, wir müssen. Es tut mir leid. Aber, ja. Wir müssen für die Trophys alle Little Sister quasi retten. Das ist sozusagen das Achievement. Also es gibt ein Achievement, das bedeutet, Freund hat Little Sister. Also das Spiel absolvieren, ohne eine Little Sister zu töten. Das ist quasi auch der schwierige Weg, weil du halt durchs Nichttöten quasi die Vorteile nicht kriegst. Die das Töten sozusagen mit sich bringt. Und deswegen machen wir das ja auch im leichten Playthrough. Weil es sich da anbietet. Logisch soweit, oder? So. Das wollten wir. Verletzbarkeit der Gatherer. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt er wird. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. So, damit ihr natürlich auch alle Hintergrundinformationen darüber kriegt. So, und jetzt ganz wichtig, an diesem Gatherer-Garden-Automaten, müssen wir zwei Sachen kaufen. Nämlich einmal Körperpanzerung und einmal den Eve-Link. Da kommen wir nicht drum rum. So, neues Körpertonicum Eve-Link. Holen sie mit Eve-Link mehr aus ihren Verbandskästen raus. Dieses revolutionäre neue Gen-Tonicum lässt ihren Körper Eve produzieren, wenn sie Verbandskästen verwenden. Sehr praktisch, auf dem hohen Schwierigkeitsgrad für uns fast irrelevant. Und die Körperpanzerung hinterher. Wir haben Gott sei Dank noch genügend, um das zu bezahlen. So, Körperpanzerung ist nützlich in allen lebensgefährlichen Lagen und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Seien sie kein Softie, besorgen sie sich unseren Körperschutz noch heute. Verringert alle psychischen Schäden, äh, physischen Schäden. Psychisch wäre er ganz toll. Ähm, so. Neuer Schraubenschlüssel ist natürlich super. Und die Körperpanzerung wäre es eigentlich auch gewesen. Ups. Wie komme ich jetzt wieder ins Menü? Komme ich überhaupt wieder ins Menü? Kann ich das ändern? Oder muss ich dafür was kaufen? Ich habe mich verklickt natürlich. Ich wollte das ausrüsten, anstatt dieser Verbandsobjekte. Da muss ich jetzt warten. Ja, dachte ich mir, scheiße, ne, man durfte sich hier nicht verklicken. Ja, ist egal, ist nicht so schlimm. Aber technisch gesehen wäre es natürlich für uns besser. Aber viel wichtiger ist, wir haben jetzt aus Kapitel 2 jedes Collectible. Wir haben das Audiotagebuch mit der Verletzbarkeit der Gatherer und wir haben den Eveling sowie die Körperpanzerung gekauft. Das bedeutet, Kapitel 2 ist zu 100% erledigt. 2 von 12. Nach 2,5 Stunden. Damit ihr ungefähr auch wisst, wie lange das Spiel ist. So haut ihr mich ungefähr hin. Und ja, tatsächlich könnte man jetzt einfach weitergehen und das Kapitel beenden. Aber es fehlt mir tatsächlich noch eine Sache. Unser Ziel ist hier hinten, aber da hinten ist noch ein Gatherer's Garden und hier ist auch noch eine Little Sister, die ich retten muss, nicht wahr? Das heißt, wir gehen jetzt eben nicht einfach weiter, sondern wir gehen nochmal zurück, nicht wahr? Weil es ist auch eine Aufgabe, alle Little Sister zu finden. Ob du sie rettest oder nicht, ist egal, aber du musst sie alle finden. Ein Funfact. Hau den Funfact doch mal raus. War die Richtung richtig? Oh ja. So, hier kann eine der Little Sister rauskommen. Ach shit, aber hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich tatsächlich gar nicht hin. Wenn du das Gebiet verlassen würdest, würde ein Text erscheinen, der besagt, dass noch Little Sisters im Areal sind und du das Adam benötigst, da du sonst zu schwach wärst. Ah ja, okay. Aber man könnte halt auch ohne weitermachen. Also es ist tatsächlich legit freiwillig, ob man das tut oder nicht. Warum macht das Spielchar das Ganze? Weißt du, wie, warum macht er das? Ah ja, hier, das Ding ist offensichtlich kaputt. Irgendwer. Hat hier Geräusche von sich. Aber ja, ich wollte hier tatsächlich gar nicht lang. Problem ist ein bisschen die Orientierung hier. Ach so, warum macht er das Ganze im Sinne von, warum tut er sich diesen Scheiß hier an? Ja, er hat einen Flugzeugabsturz im Jahr 1960 und ist hier gelandet in dieser Unterwasserstadt. Das ist halt blöd gelaufen. So, das ist hier desigingestützte Tunnel. Lord Luminex, schon wieder im Monat vorbei. Es geht so schnell. Dankeschön für den 27. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Wir sind jetzt hier. Wie komme ich denn jetzt hier hinten nochmal hin? Ach, der hätte ich unten lang gehen sollen. Ne, Koleks, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich hier in das hinterste Gebiet, weil ich das nicht entdeckt hatte. Aber wenn es euch egal ist, ob ich jeden Fleck erkundet habe oder nicht, dann können wir auch weitermachen. Was finde ich, dann hast du noch nicht mehr so gut. Dazu müsstest du dir bitte auf YouTube das Video Haft und Unstiefens angucken. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Dadys aufzunehmen. Hi, Big Daddy. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Addams, das sie bei sich tragen. So, weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Addams von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um den Big Daddy kümmern. Tja, ratet mal, was ich jetzt nutzen werde. Ich mache aber hier nochmal lieber einen Save. Just in case. Aua. Der erste Big Daddy ist hier natürlich noch relativ einfach. Hua! Sagte er. Und wurde ganz schön zerschossen. So, mehr Addams. Ja, kein Problem. So, das war der Bouncer. Der Big Daddy. Yay! Hast du Probleme? Kann man dir helfen? Just asking. So, jetzt haben wir zwei Little Sisters und alle 22 Collectibles. Das heißt, wir können gehen. Auf brutal, auf extrem wäre ich bei dem einen gerade One-Hit gewesen. Und das ist richtig. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Jetzt kommen wir hier. Er ist da, bevor du es weißt. Komm, wirft doch nochmal. Nein? Okay. Dann halt nicht. So. Gibt ihr mir ein grünes Licht, dass wir weitergehen können? Dass wir mit dem Kapitel abschließen können? Dass ich nichts vergessen habe? Komm, trau dich das nochmal. Wie er hochrennt. Fang die scheiß Granate, oder? Da bin ich doof. Okay, jetzt reicht's. Ich sag, das reicht. So. Ja, ob wir jetzt ein bisschen Muni haben oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Oh, da. Kein Problem. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Um jetzt rüber nach Form M-Tune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. So. We're done. Finish. Kapitel 200%. Oh, come on. Euer Ernst? Wir haben das durchgespielt, Achievement etwa 20%. Das finde ich noch relativ viel, ehrlich gesagt, Meiser. Also, da habe ich schon Schlimmere erlebt. Nein. 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 Diese Stimme, ey. Oh, guck mal, der hat jetzt sogar 81 Dollar gehabt. Also hat er tatsächlich jetzt legit mehr Dollar als bei dem Kill zuvor. Interesting. Halt doch die Schnauze. Ja, ich irgendwie nicht. Wo muss ich hin? Da. Da müssen wir hin. Da, sonst noch was? Wir sind jetzt aber 100%ig da drin. Beim ersten Bioshock habe ich die Remastered gespielt wegen den Errungenschaften. Richtig, weil das Original Bioshock hat auf Steam nämlich keine Achievements. Deswegen hatte ich das auch bisher nie gespielt. Remastered ist zwar jetzt schon viel, viel länger draußen, aber ich hatte nie Zeit dafür. Das hat auch ein bisschen länger das Spiel. Da ist es auch oft abgeschmiert. Da dachte ich beim zweiten Mal nämlich die Originalversion. Das ist auch abgeschmiert. LOL, okay. Aber sowas lernen wir draus. Spielt die Playstation-Version. So. Neptunes Bounty ist unser nächstes Ziel. Kapitel 3. Konsolen sind immer safer, Leute. Immer. Aber wie gesagt, die haben keinen Schnellspeicher. In der Regel. Manchmal schon, aber... So, wir gucken jetzt erstmal. Wir speichern jetzt erstmal eine neue Speicherdatei, weil Kapitel 3. Und gucken, was unsere Ziele in Kapitel 3 sind, nachdem wir Kapitel 2 100% abgeschlossen haben. In Kapitel 3 erwarten uns drei Little Sister und... der Game für mich. Ich sammle ja echt gerne, ne? Aber... Aber bei einem Shooter muss es eigentlich nicht sein, muss ich sagen, ne? Also, ab und an ja, aber das ist ein bisschen arg viel. Und... Los geht's. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Und die Bibel. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Mass Zukunft gestiegen. Vielleicht hätte er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Aber ja, ich finde das mit den Tonbänden auch gut. Auf jeden Fall. Ich habe auch definitiv noch nie alle 122 gesammelt. Also von dem her wird das auch für mich quasi neu. Für den Fall, dass ihr euch fragt, warum hackt der Junge eigentlich, selbst wenn er nicht mal was kauft? Die Antwort ist relativ simpel. Ja, es ist ein Achievement, so viel zu hacken. Werd er es gedacht, oder? Sobald ich das Hacker-Archievement habe, werde ich auch nicht mehr hacken. Weil es dann obviously nicht mehr nötig ist. Ja, aber kaufen tut man hier eigentlich eh nix. So, das ist ja so eine Genbank. Und jetzt kann ich nämlich Dinge tauschen, weil ich jetzt hier natürlich vorne den Fehler gemacht hatte. Dementsprechend, ja. Wir hatten nämlich hier Verbandskästen-Ding und das will ich gar nicht. Nee, abfuckern will ich nicht. Das blassen war. Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Das andere haben wir noch nicht freigeschaltet. Das heißt, Kampfturniger, das ist jetzt wichtig. Ja, wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in deiner Nähe Schaden zu. Ist nicht so wichtig wie die Körperpanzerung. Die Körperpanzerung ist natürlich verhindert, physischen Schaden. Das ist natürlich schon ganz praktisch. Ja, that's it. That's it. Mehr macht man hier nicht. Aber das kann man halt hier machen, ne? Das ist interessant hier. Uhlala, hallo da hinten. Schönen guten Tag. Was krabbelt da in meinem Garten? Ah, das klingt nicht so gut. Natürlich, weggesprungen. Oh Gott, sie läuft. Sie läuft. Und wann kommt sie runter? So, der erste Hinweis. Nachdem wir das erste Mal... Okay, wir gucken erst mal, was passiert. Aber die Tage vergehen wie im Flur. Oh, hallo, little sister. Ja, die Big Daddies sehen nicht immer gleich aus, wie ihr seht. Aua. Als ob man nicht down geht. Boom. So. Erste little sister. Du warst sehr günstig zu meinem Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund. Will er noch sein. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. So, Tenenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei Gerdros Garden findest. Sicher. Sicher. Wer schießt hier? Und die viel wichtigere Frage... Oh, okay. Von mir aus. Und die extra Slots, äh... können wir uns später kaufen. Oh, was hat mich da hinten angeschossen? Du. Hörst du auf? Setz da hinten, haut noch irgendwas rein. So, Medical Expert. Verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwendet Verbandskästen nie ohne ihren besten Freund im Medical Expert. Muss ich das sammeln? Ja, natürlich. Das ist das Erste, was ich hier sammle. Wenn ihr euch im ersten großen Bereich aufhaltet, wo zwei Geschickte und ein Big Daddy sind, findet ihr... ...noch etwas. Okay. Schnauze. So, der Hund, der Player, ey. In vier Minuten läuft der Sub aus und dann vier Minuten später hat er gesuppt. Guck, das ist ja easy peasy hier. So einfach ist das. Dankeschön, Player, für den 38. So. Speichert es immer während dieser... Audio-Bücher, voll clever, oder? ...die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. So, jetzt haben wir auch die nächste Person kennengelernt, nämlich den Herrn Sullivan. Ja, der Karate kann leider nicht sehr hoch springen. Wow, Nitro-Splicer. Der hält ja sogar zwei Schläge mittlerweile aus. Na, deine Mama, alles klar. So, ähm, nein. Noch so eine Genbank, das wollte ich aber gar nicht. Was ist hier schon wieder los? Uff. Uff. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. So, guck mal, das sind diese Kleinen und jetzt habe ich ein Geschenk bekommen, nämlich Adam. Das ist eine erste Belohnung von Tenenbaum gefunden. Brauchen Sie einen Bodyguard für Notfälle? Unser neuestes Hypnotized Plasmid wird einen Bagdaddy täuschen, sodass er sie schützt. Als wären sie seine Little Sister. Okay. Das ist aber nichts, was man für die 100% sammeln muss, weil man das ja auch nur kriegt, wenn man die rettet, ne? Ähm, ich will nicht, dass ein Big Daddy mich beschützt. Das ist mir komplett egal. Du musst jetzt mal chillen. So, die Dinger kann man aber so oder so noch hacken, weil es praktisch ist. Äh... Ui, der ist aber schnell. Äh... Ach, scheiße. Wo ist denn das andere Ding jetzt? Hier. So. Ähm... Hallo? Ich brauche was Längliches. Okay, das ist problematisch. So, arbeite für mich. Hey, wie die G, Dankeschön für den 30. Vielen Dank. Lull. Ich höre euch das an, wie die ausschauen. Da ist Hopfen und Malz verloren. So, hier müssen wir mal gucken. Hier müssen wir Upgrades kaufen jetzt. Wir haben 400. Wir müssen kaufen extra Nutrion. Das hier. Extra Nutrion stärkt die natürliche Fähigkeit ihres Körpers, Nahrung und in erneute Vitalität zu wandeln. Nein. Und wir müssen kaufen den Machine Buster. Erhöht den Schaden, den sie Kameras, Bots und Geschütztürmen zufügen. Irrelevant, würde ich sagen. So. That's it. Erhöhen sie ihre maximale Gesundheit. Ja, da sehe ich mich. Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Du kannst mehr Treffer verkraften. Ja, finde ich gut. Erhöhen sie ihr Maximum Eve. Ja, finde ich gut. Und schaltet einen Plasmid-Slot frei. Warum nicht? Bringen sie ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht! Feuer breitet sich aus. Ja, ja. Das ist doch gar nicht mal so übel. Jetzt haben wir nämlich Abfackeln, Elektro-Bolt und Telekinese. Ja, jetzt haben wir so geschockt und das ist auch ganz gut so. Und hier liegt einer. Und was soll man dir sagen? Da kann ich hin. Nicht von hier, aber ich kann auf jeden Fall irgendwie hin. So, jetzt ist erstmal wichtig, dass wir es abspeichern, weil wir haben ja wieder was geschaut. So. Geht im Bereich mit dem ersten Gather Garden Automaten die Treppe bis ganz runter zum überfluteten Bereich und dann hinter zu einer Tür. Moment, erstmal kurz auf die Map gucken. Eieieieiei, das ist ja hier auch schon wieder ein bisschen größer, ne? Ne, dann gehen wir mal jetzt hier nicht runter. Es hieß erst runter gehen, ne? Wir haben mittlerweile schon wir haben jetzt so viel an Limit schon erreicht und müssen eigentlich jetzt gefühlt schon nichts mehr looten. Aber halt auch nur gefühlt. Naja. Wir sollten immer nur, also Gegner sollten wir auf jeden Fall looten Zwecks des Geldes. Eieieiei, was ist denn hier los? So, die Frage ist, wer hat den Code? Ich kann den Fisch nicht von seinem Leid erlösen. Was, das Schloss kann ich hacken? Achso. Das ergibt Sinn. Das ergibt doch Sinn. Aber ja gar nicht. Das ist ja sehr einfach. So, hier gibt's Patronen, die ich nicht mehr brauche. Wie gesagt, ich kann fast nichts mehr aufheben. Das ist halt echt sinnlos. Aber halt auch nur fast. Ups. Und gießen. Und gießen. Und wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy. Willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was von Tate tun kann. Okay, und Ryan macht offensichtlich schlimmere Sachen als Sullivan hier so. Läuft doch bei denen. Guten Tag. Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Beides. Beides. Deine. Beides. 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 Die hält ganz schön viel aus. Und denk daran, mein Freund, wenn es hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich k-k-kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lasse dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Jawohl, Sir. Danke, Herr Peach, für die Hilfe. Oder so. Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ne? Whisky mit Schuss. Schöner Name, danke schön, Herr von Haus. Bin nabend, musst du nab. Hallöchen. So. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott noch mal. Na ja, macht dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Arbeit, Arbeit. Moin, Jungs. Kannst du sagen, was du willst, aber ich liebe das. Ich möchte gar nicht damit aufhören. Portemonnaie ist voll. Hä? Ich hab gerade... Achso. Wait, wenn sogar das Portemonnaie voll ist, dann brauche ich jetzt gerade wirklich nicht mehr looten. Dann ist es absolut unnötig, Sachen zu looten. Ich habe gefühlt von allem die maximalen Munition. Und ich habe jetzt auch noch Maximum Kohle. Looten ist nahezu unnötig. Good to know. Ja, wir müssen hacken, Leute. Wir müssen hacken. Es hilft nichts. Es hilft doch nichts. Okay, dann geht's. Dann ist das Finale schon mal hier. Es gab ein Geld, damit das mir neu... Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Gute Nacht, Jungs. Dann kann ich mich tatsächlich... 500 Dollar offensichtlich. Ja, ganz ehrlich. Dann kann ich auch Geld ausgeben. Dann kann ich mich wenigstens wieder looten. Bevor das komplett unnötig wird. Ich bin's. Huch! Ja, diese Nitro-Splice halten ein bisschen was aus, gell? Ich muss erst mal gucken, wo ich jetzt lang muss. Das ganze Leben lang? Aber mutig, die Aussage. Bis jetzt macht das Looten wenigstens wieder Sinn. Oh. Na, guck mal an. Es muss etwas geschehen in Sachen von Tane. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotid-Sequenzen aufgebaut. Rapture verhandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Oh, die sind da oben stehen. Hi Jungs, bin da. Hände hoch! Ich denke nicht. So, das ist schon mal gut. Dan Fontaine muss weg. Musst dich hier sammeln. Sobald ihr den oberen Kai betretet, geht von der Treppe aus geradeaus zum Wegweiser. Also ich denke, wir können jetzt einfach weitergehen. Oh, Kontaktminen. Das ist neu. Das ist neu. So, Kai oben. Big Daddy! Big Daddy! Big Daddy! Big Daddy! So, das war die zweite Lillicester. Okay, wer Rasta hier eigentlich? Ja, gerne, gerne, gerne. Hab ich gerne gemacht. So. Ah, das war ja Quatsch. So rum, bitte. Okay, das geht sich aus. Obwohl das Hacken hier eigentlich ganz cool ist, ist es trotzdem irgendwie unnötig. Ich helfe halt gerne der Kleinen. Ich muss ja auch der Kleinen immer helfen, weil meine Kleine kann sich ja nicht um sich selber kümmern, ne? Was ist denn jetzt hier? Erschieß die doch mal. Ja, endlich ist das Geschützmann sowas gut. So, Herr Big Daddy, was haben Sie noch so Feines? Die Dollarts. So, komm nach Hause. Mascha, Liebling. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraut, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das liebst, komm zu uns ins Fighting McDonalds, Zimmer Nummer sieben. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Okay, und die Mascha? Das ist da. So, die Seeschnecke. Gleich mal kurz rausstreichen, was ich habe. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkern entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Habt ihr gerade aufgepasst? Habe ich den Big Daddy gelootet und hatte der ein Tagebuch bei sich? Ja und nein. Ne, das daneben meine ich nicht. Das daneben war... ...war was anderes. Die Seeschnecke finden. Komm nach Hause, Mascha. Sie haben... Ne, das Timmy H Ding. Das habe ich von dem Big Daddy genommen. Ich habe es mir nur nicht angehört, weil ich zu schnell den Big Daddy gelootet hatte, ne? Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe... Ne, das habe ich angehört. ...hat sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotid-Sequenzen aufgebaut. Rapture verhandelt sich vor meinen Augen. Oder? Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Ne, das kennen wir, ne? Welches ist es denn dann von Big Daddy jetzt gewesen? Ach, sorry. Ich habe mich verklickt. Das soll ich anklicken. Das habe ich gesucht. Ne, das hatten wir aber auch gehört. Wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Okay, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, das Verhör ist noch was anderes. Das hatten wir schon. Sie haben Timmy H abgeholt. Das habe ich nicht. Laut Guide ist... Sie haben Timmy H abgeholt. Hat der zweite Big Daddy... Ach, ne, die Leiche hat das. Nicht der Big Daddy. Die Leiche hat das. Die Leiche, die der Big Daddy untersucht. Wieder? Lesen muss man können, Leute. Lesen muss man können. Ich habe einen Muskelkater fast gefühlt am ganzen Körper. Ich fühle mich wie 80. Richtig Schmerzen, ey. Bisschen übertrieben gestern offensichtlich. Nun ja. Was hängt hier so? Ich sehe es ganz genau. Es ist leider das Schrotlimit. Blöd gelaufen. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Ich glaube an diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestorbt habe. Kann man mit ihr genetischen Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen. Und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen wahren. Sicherheitsnotschalter. Mit Hilfe von Sicherheitsnotschalter können sowohl jeder aktive Sicherheitsalarm als auch davon alle mit der Sicherheitsbord abgestellt werden. Die Verbindung eines Sicherheitsbord ist sowieso 20 Dollar. Ja, dann los. Ich habe so viel Geld. Oh, der war kaputt, ne? Oh, der war kaputt, ne? Das war gar nicht das, was ich jetzt gehalten habe. Das war falsch. So. Obi-Wan! Dankeschön für den zweiten. Schön, dass du bei uns bleibst als Sub. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Äh, so. Also mal gucken, dass wir hier irgendwas falsch machen. So, da geht's, da geht's nämlich schon wieder los. Wir müssen das nämlich gleich ganz oben lösen. Sondern wir müssen nicht, ne? Ehrlich gesagt wäre das sogar besser. Damit sind wir ein bisschen schneller. There we go. Oh. In der Sicherung Festung für 20 Dollar alles lahmlegen. Finde doch gut, oder? Ich sehe nichts. Äh, ich habe gerade nichts gesehen, ne? Sorry, aber ich habe nichts gesehen. Wait, jetzt kann ich das für 20 Dollar lahmlegen. Habe ich das richtig verstanden? Heute ist ja das exakt selbe wie gerade. Ja, das ist ja einfach. Ja, das ist ja einfach. Warum auch nicht? Einfach haben wir auch. Haben wir auch mal verdient. Und plumpst. Alles klar. Diese 20 Dollar. Easy investiert. In was soll ich mein Geld auch sonst investieren? Also, du genervst da hinten. Hier ist irgendwo noch eine Kamera. Ruhe. Ich muss eh noch hacken, Leute. Ich muss eh noch hacken. Haben die hier alle dasselbe Muster? Was? Ne, ja, nicht ganz. Ne, der hat es jetzt ein bisschen anders. Oh, never mind. Okay, hier ist das Muster ja sogar fast komplett anders. Ähm. Hallo? Ja, danke. Den haben wir doch mal gebraucht hier. Oh, ne, Moment mal. Das ist ja völlig falsch. Wir müssen komplett gerade ausgehen. So, Moment. Wer hat hier Bierchen über? Ähm. Du da hin und du da hin. So, und zwar der Obi-Man. Dankeschön. Für die 100 Bierchen. Und Laugen mit dem 66. Sub, Mann. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Oh, come on again. Okay, jetzt treibt ihr es aber auch auf die Spitze hier. Jetzt treibt ihr es aber hier auch auf die Spitze, Kollegen. So, das ist allerdings sehr einfach. Boah, mehr Hacken und mehr Bierchen. Das ist doch genau die richtige Einstellung. Ich glaube, es gibt nämlich auch nur noch ein paar Tage hier diese... ...Geschenke. Diese Twitch-Geschenke da. Die Emotes. Das klingt alles sehr gut. Vielen Dank. Danke, Obi. So viele Kappas. Womit habe ich die denn verdient? Okay, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist automatisch Feierabend. Interessant. Was schießen die denn jetzt hier alles ab, Mann? Da ist ein toter Big Daddy. Und ich kann nichts davon abheben. Guckt euch das an. Ich habe ein Limit von allem. Ich brauche echt nicht mehr looten. Es ist komplett lächerlich. Es ist komplett lächerlich. So, wir müssen erstmal gucken. Südöstlich der Medi-Station. Also, von hier. Ein Schacht in der Wand neben der defekten Tür. Der... Da kommen wir in einen abgetrennten Bereich. Von der Medi-Station. Südöstlich. Also. Hier. Ah, ja. Wait, das ist schon wieder so eine Kack-Kamera. Guck mal. Manchmal kann man... Manchmal kommt man eben schon hin, wenn man sprengt. So ist es ja nicht. So, dich brauche ich nämlich genau hier. Dich brauchen wir hier. Und dann brauchen wir nur noch längs. Wenn es da noch welche gäbe. Vielen Dank. 500 Dollar Geld, aber vier Zahlen zum Anzeigen. Dass das Limit nicht wenigstens bei 1000 liegt. Liegt das nicht daran, dass wir noch größere Geldbeutel finden später? Die richtig laugen, wie immer, auf die nächsten 66. Das wollen wir doch mal schwer hoffen. Oh, hier ist mal ein Save. Alter, es gibt so viel zu hacken, ne? Ich kann nix dafür. Aber ich muss 50 Stück hacken. Aber wir können währenddessen nur das hören nebenbei. Okay, das war jetzt nicht so ein spannendes Tagebuch wie die anderen. Aber so ist das Leben. Also, ich bin mir nicht mehr sicher. Es war nur dahergesagt, weil ich meine, dass es so war. Aber ich kann mich auch getäuscht haben. Oder täuschen. So. Das ist gut. Hier machen wir ein Save. Und machen das weg. Beim Splicer erforschen, da musste man nur eine gewisse Anzahl töten. Kann das sein? Oder war das anders? Obivan! Dankeschön, Mann. Zuerst ist das, dass ihr lieb. Für den Support hier heute. Dankeschön. Schönen Abend noch. Schlaf gut, mein Lieber. Hallo, Kevin. Moin Moin. Oder wie war denn das nochmal mit dem Erforschen? Ich kann nichts mehr aufheben. Ich habe von allem Maximum, Leute. Ich habe einfach von allem Maximum. Es ist komplett lächerlich. Wir können eigentlich jetzt durchrennen. Ah, hier will ich ja gar nichts machen. Ah, ja stimmt. Bilder machen war das. Wir mussten, das war ja auch unsere Aufgabe, ne? Die Kameras. Die Kamera organisieren. Ja, du hast recht, so war das. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Ja, ja, da ist die Kamera. Und da ist der Splicer. Und hier macht man nämlich dann das Foto. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegentyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuch ein Foto von der Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen. Wobei du das Motiv zentrierst und heranziehst. Und das ist es. Forschungsbonus für Spider-Slicer. Erhöhter Schaden plus. Spider-Slicer sind anfällig für Antipersonen-Munition und Elektrizität. So. Eins von drei Fotos gemacht. Ich befolge alle. Was ist das? Aber ich musste jetzt nicht drei Fotos von dem hier machen, ne? Ja, das wird den Fotos machen, das schon scheiße, ne? So, das ist ein Lead Head Splicer. Von dem muss ich welche machen, um an der nächste, ans nächste Turnier kommen zu kommen. So, Forschungsbonus für Lead Head Splicer. Erhöhter Schaden ebenfalls. Oh Gott, ne? So, und von dem müssen wir nicht... Wir müssen nicht nur von jedem ein Bild machen, sondern wir müssen von jedem sogar mehrere Bilder machen, da man die nämlich upgraden kann. Crazy, nicht wahr? Nee, hier ging's nicht lang. Ach, ist grad Steam Down? Hm, ich könnte spielen. So. Bonus mehrere Motive. Ja, das ist alles ziemlich mies. Ich bin einfach einsam! Ich bin allein! Oh, Security Bulls ein... Nee, nerven diese verdammten Sicherheitskameras? Markieren sie ihre Feinde mit unseren elektronischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde. Nein. Muss ich das sammeln? Das ist sogar egal, ne? Hä? Warum? Hä, warum? Das mit den Bildern machen, ist halt auch praktisch, dass wir auf dem etwas leichteren Schwierigkeitsgott spielen, weil... Ey, moin! Verdammt. Weil, äh... Dadurch kann man halt die Fotos besser machen, ohne dass man direkt stirbt. Blau Alarm ist gegen, gegen. Ach so. Ach so, ja, das macht Sinn, weil ich ja die Kamera gehackt hatte, ne? Das ergibt Sinn. So, ich hab jetzt irgendwie Angst, dass ich was übersehen hatte, aber ich hab nicht, ne? Was war denn das für ein seltsamer Kill, Alter? Das war seltsam. Ist irgendwie erst gestorben, nachdem so eine Maske abgefallen ist. Diese kleine Seeschnecke war das Ersteilung, weil das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als kleiner. Ein schwacher Mensch als starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld. So wird es an. Ruhe! Wie die mich hier verarschen will. So, dann mal los. So, Munition kaufen. Könnten wir machen. Wir haben eh zu viel Kohle. Aber das lassen wir mal schön sein. So, ich darf nicht vergessen, auf jeden Fall fleißig Bilder zu machen. Aber ich habe jetzt hier erstmal das. Und da wäre auch schon das nächste. Eden hat ein Leck. Mach an jetzt hier. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Es hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arkadien. Was, die Forschungskamera? Gut. Gehen wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lassen schleunigst hier verschwinden. Das ist eine Kamera. Ich sehe es ganz genau. Ich sehe es ganz genau. Ich hack hier auch gefühlt nur noch Kameras. Das ist okay. Das ist okay. So, kommen wir wenigstens an unser Hacken-Achievement. Ich kann auch Bilder von Kameras machen oder ich soll. LOL. Geiles Foto. Bonus-Action-Foto. Dritten Galerie gespeichert, ja. Oh. Das wollte ich gar nicht. Passiert. Ja, wir machen das mit dem Tonmanager, äh, mit dem Tonmanager, sag ich schon. Wir machen das mit den Bildern für die Tonikums. Ja, das ist richtig. Ähm, was hatten wir gerade aufgesammelt? Schmuggler. Oh, Schmuggler. Ja. Oh, Crap. Oh, Crap. Die hier liefern sie pünktlich und stellen keine Farben. So, Spider-Slicer ist fertig. Sie haben alle schreckliche Angst vor von Pain. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht... So, das ist der Dieb. Dieb verleiht ihnen etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Eigentlich ganz praktisch. Aber wir kriegen es doch so hin, oder? Ja. Oder sollten wir das lieber mal machen? Oh, jetzt habe ich es aus Versehen Ja gekriegt. Das wollte ich gerne. Ach, Crap. Den hatte ich schon fotografiert. Ich bin einfach ein... Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich aus Versehen ersetzt hatte, aber... Oh, hier war ein Film, das ist richtig. Oh, zwölf Filme. Sehr gut. Zwölf Filme bedeutet, wir müssen nicht ganz so... ...wahrsam umgehen. Mit unseren Sachen, mit unseren Filmen. Denn wir müssen... Je eher wir alle Filme machen... Achso. Je eher wir das durch haben, desto besser... Oh, Crap. Schönes Foto, oder? Bonus, Action, Foto, Strafe, Motivfoto schon fotografiert. Was wollt ihr denn dann von mir? Egal, hat geklappt. Bei der Slicer Organe können jetzt die Verbandskästen verwendet werden. Okay. Und... Easy gegessen. Achso, nee, das kann nur... Okay, warte, wir zeigen es mal. So, und jetzt ist das ein Verbandskasten. Klingt bescheuert. Ist es vielleicht auch. Nee, heute nicht, all night long. Es ist nie all night long unter der Woche. Okay, da komme ich nicht dran. So, Notfallschalter. Pipapo. Du musst hier gar nichts mehr machen. Wir müssen komplett woanders hin. Mach geradeaus hier. Muss ich von dem jetzt noch ein Foto machen? Und wo ist er? Das ist ein schönes Foto. Oh ja, das ist ein schönes Foto. Man sieht zwar gefühlt nichts, aber es ist ein schönes Foto. Ach, mach ich tolle Fotos, Leute. Guckt euch das an. Tja. Tja. Zwei. Drei. Super. Prost. Ja, Xenotix, auf jeden Fall. Kennst du mich doch? Ich nehme mir doch immer gerne was vor. Dankeschön, Mann. Vielen Dank für die Bierchen. So, guck mal. Hier liegt noch was. Das brauchen wir nicht, was wir nicht können. So, Ryan Club. Bier. Guck mal, da. Passt doch eigentlich ganz gut. Lass mich aber erstmal hier noch schauen. Warte mal. Warte mal. Ich wollte gerade sagen. Hier, guck mal. Hätten wir jetzt fast viel verpasst. Guten Nacht, Dark. Hätte ich jetzt gesagt, heute ist on the long, wärst du wach geblieben, oder was? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, wir gehen oben erstmal in die Bar rein. Ich glaube, wir gehen oben in die Bar rein. Ich glaube, wir gehen oben in die Bar rein. Ich glaube, wir gehen oben in die Bar rein. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Na ja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt wird. So geile, so geile Bilder für dich. Ja, und was spricht dagegen, wenn ich jetzt bis drei Uhr mache, wach zu bleiben? Warum machst du das nicht für mich? Das ist ja gut, irgendwie kann sein. So. Ja, wir müssen mal noch ein paar Kills hier machen. Ähm, in der Bar, genau, suche ich Schmugglerring. Und wieder verspätet. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber Ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er setzt macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nichts zu spaßen ist. Was wirst du über mich? Denk nochmal genau drüber nach. Hey, du kommst mal jetzt genau hierher, komm. Ah, schönes Foto. Nämlich der Nitro-Splicer. Und zack, voll ist es. So. Und Portemonnaie voll. Ähm, wir müssen erst noch das andere Ding holen. Moment. So, Moment. Das war jetzt wieder verspätet und Schmugglerring. Ich mach mir etwas Sorgen, da ich eins bisher übersehen hatte. Tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen. Und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam Header. Okay, haben fünf Credits angerufen. Ich werde eine Stunde lang so zunger, als ob ich dem armen Kerl zuhöre. Und mach mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Alter, Kontaktminen. Hat sich doch gelohnt. Die Toilette vielleicht nicht, aber ansonsten. Ähm, ich hab eins übersehen. Und zwar bei der Post. Waren wir schon bei der Post? Macht mir ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Waren wir? Dann hab ich's aber übersehen. Dann muss ich nochmal zurück. Okay, das war wohl nicht so gut. So, wenn wir die Liter Splicer voll haben. Oh. Können wir uns bei den Splice an. Bei den Liter Splicer aufhören. Ah, vor der Kneipe war das. Ah ja, okay. Ah, das ist die andere Seite von dem hier. Okay, pass auf. Wenn das vor der Kneipe ist, dann gehen wir mal eben aus der Kneipe raus. Okay, an Läuse. So, Bonus, mehrere Motive, Bonus, Actionfoto. Ich würde sagen... Oh, das war das Geschütz. Erhöhter Schaden. Ja, das will ich jetzt gerade gar nicht. Nein, das wollte ich nicht. War aus irgendeinem Grund sogar gut. So. So, statische Entladung 2. Bremst die alte statische Entladung andere nicht schnell genug ab. Dann rüsten sie heute noch die Nummer 2 aus. Was bedeutet... Das bedeutet, dass ich von denen jetzt nichts mehr sammeln muss. So. Ach hier, Jet Postal. Ach, dann war das das, äh... Rechts. Dann habe ich das übersehen. Auf einem Tisch. Nee, dann hatte ich das schon. Kann das sein? War das jetzt schon? Bonusstrafe in Rapture? Nein. Kann nichts lesen. Todesstrafe in Rapture. Muss ich übersehen haben. Habe ich Dieb nicht ausgerüstet? Warum zeigt mir Dieb nicht, wo das ist? Wobei ich schwören könnte, hier wäre das gewesen. Auf einem Tisch angeblich in der Post. The fuck? Okay, Film. So weit, so gut. Also so groß ist die Post jetzt nicht. Wo soll das denn sein? Befindet sich in der Post auf einem Tisch. Todesstrafe in Rapture. Aber ich habe Todesstrafe in Rapture nicht. Oh nein, nicht schon wieder. So ein Finster. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, Phantom 9. Ich habe es gerade nicht lesen können. Vielleicht sogar eine Theorie, warum das dauernd abstürzt. Vielleicht, weil ich die Grafikeinstellungen ein bisschen zu extrem habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Da werde ich mir bis morgen mal Gedanken drum machen. Wir gucken gleich nochmal, ob der da irgendwas von gelabert hat, der Kollege. Wir müssen jetzt sowieso gucken, wo der letzte Speichelstand war und was wir eventuell alles nochmal machen müssen. Ja, ich spiele es morgen wahrscheinlich weiter. Ich habe Brian kennengelernt, als ich mit den Jungs, die Klemmen arbeiten, in seiner Vornehmensschule an dem Park Helden. Äh, muss ich halt die ganzen Fotos nochmal machen. Okay, das war vor dem Club. Ah, das war nachdem ich das hier gesammelt hatte, ne? Das heißt, im Pub muss ich noch zwei sammeln und die Fotos halt wieder machen. Jetzt gucken wir nochmal. Also, pass auf. Todesstrafe in Rapture, dann haben wir das doch. Also, pass auf. Jeden hat ein Leck. Einen Schmuggler hatten wir. Die Todesstrafe haben wir. Freien kennengelernt haben wir. Okay. Ja, ja, ich werde auch einfach drauf losknipsen. Achso, und Hinweise halten. Ne, brauchen wir nicht. Danke. Aber ich muss das halt jetzt nochmal nachholen. Weil das ja nicht gespeichert war. Logischerweise, ne? Ach, Moment mal. Keine Bilder mehr machen bedeutet, ich kann von... Ah, ich kann keinen Film verlieren, wenn ich kein Foto von etwas mache, das ich... Von dem ich tatsächlich ein Foto machen soll. Ah, okay. Ja, das haben wir jetzt schon gehört. Das muss ich ja nicht nochmal hören. Theoretisch. Nee, nee, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Guck mich an. So, sehr gut. Aua. Ein anderer gelandet. Nee. Gute Nacht, Fernsecker. Das ist eine Menge Blut. Junge, Junge. So. Ähm, war... Ach, das kann man einfach hacken hier. Let's go. Jetzt sind eh nur sehr kleine Teile. Da machen wir uns jetzt gar keine Sorgen. Außer, dass der Abschnitt schon etwas fieser ist. Aber irgendwie auch nicht. So, heute Masha gesehen. Oh, no. Die wurden hier zusammen... Sind hier zusammengestorben. Wir haben heute unsere Masha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spielst doch. Diesen Ding, das soll unsere Masha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine-Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Masha. Ah, jetzt ist hier was passiert. Shorten-Alarms. Gibt es überhaupt ein Unheilverkündnis-Geräusch als das eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten-Alarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren interagiert und so die Dauer manipulieren kann. Nein, das sieht mich nicht. Okay, wir drücken auf Speichern. Denn nur wenn ich auf Speichern drücke, danach streiche ich hier die Sachen. Also, pass auf. Statische Entladung 2 hatte ich jetzt noch nicht. Wir hatten aber den Schmuggler-Ring. Wieder verspätet hatten wir. Und. Okay, und so wie Masha gesehen und das Tony kommen hatten. Das war, by the way, auch die Tür, wo wir den Code hätten eingeben können. Den wir in einem Audio-File gehört hatten. Aber da wir das Hacken-Archiefment ja brauchen. Kann ich mir das quasi ersparen. Oh, hi. Hm, das war ein scheiß Foto. Egal, es hat trotzdem was gebracht, weil es Motiv gut genug war. So, was ist das hier für eins? Fontaine verhaften lassen. Nee. Ich hab' gerade gesagt Beine auseinander. Was mit ihm ist. So, jetzt hab' ich die statische Entladung wieder. Moment, erst speichern, damit das safe ist. Oh, das war zum Kack-Ding. So, mal jetzt ganz ruhig. Jetzt erst mal speichern. So. Ich weiß nicht, warum der wollte, dass ich Beine auseinander machen. Da bin ich raus. Damit will ich nichts zu schaffen haben. So. Und Fontaine verhaften lassen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wo hat sich verändert sich? Geht hinter den Bartresen und benutzt mittels Electro-Bolt die Türsteuerung zum Keller. Okay. Was soll ich mal machen? Hi, Vailo. Grüß dich. Uff. Das war aber ein wenig Fortschritt. Ich dachte, die Little Spices sind fertig. Und safe. Na moin. Ich dachte, die Little Spices sind fertig. So. So. Ein Tresor, ha? Oh, crap, 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 äh. Okay, das geht nicht. Ich finde nicht die passenden Teile. Yep. Oh, nee, komm. Okay, das ist gut. Nein, das ist schlecht. Das ist semi-gut. Ach du Scheiße. Come on. Oh, konnte ich sogar alles gebrauchen, hätte das gedacht, dass ich aus einem Safe nochmal alles gebrauchen kann. Du siehst mich. Wie willst du denn das anstellen? Das ist doch ein schönes Foto. Nitro-Splicer. Perfekt. Das ist doch per-fekt. Aber jetzt nochmal zurück zu kommen. Geht hinter dem Badresen und benutzt mit dem Elektro-Bolt die Türsteuerung zum Keller. Ähm. Also hier. So, das ist nämlich der Keller. Ich glaube, in dem waren wir gerade drin, aber da ist das Spiel dann abgestürzt. Das heißt, just saying. Bist du so? Ach, du machst Musik hier. Wie, das war kein gutes Foto? Ach, come on. Ach, come on. So. Sicherheitskameras muss ich auch noch erforschen. Okay, und ich bin der Herr. Ach, das war die andere Seite von dem hier, genau. Aber hier fehlt mir ja jetzt trotzdem ein auf dem Tisch. Ach, da. Erstmal kurz gucken, was hier geht. So. Schön genug, das Foto? Ich denke doch. Muss man ja auch mal mitnehmen, ne? So ist es ja nicht. Jetzt haben wir noch ein Safe. Okay, komm. Nehmen wir ihn mit. Auch wenn die Safe-Dinger immer super nervig sind, weil sie ja Instant Stress bedeuten. Ich brauche noch einen langen. Jetzt haben wir erst mal ein bisschen Puffer. Aber da gerade schon tatsächlich was Nützliches drin war. Machen wir das mal. Ja, die Saves lohnen sich halt wirklich. Hallo. Ah, nur ne B-Wertung. Leute, was passiert, wenn man denen in den Kopf schießt? Die haben da ganz komische Physik dann. Ganz merkwürdige Physik. So. Hübscher verändert sich. Damit haben wir bis hierhin erstmal alles. Er ist ein Gauner, ein richtiger Dief. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baute die Fontaine... Oh, Crap. Rosie. Schlechtes Foto geschossen, ey. ... und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Warum greift mich Rosie nicht an? Ach, weil keine Little Sister da ist. Oh, Crap. Muss ich jetzt hier warten? Ja, ne? Ah, ne, das... Nope. Das ist jetzt schon die dritte gewesen, ne? Das waren dann alle. Wir müssten jetzt alle drei von hier haben. Zeit fürs Bettchen. Zeit fürs Bettchen? Ach, ist doch nicht mal eins. Das ist schon noch in Ordnung. Heute geht... Heute vergeht die Zeit, finde ich, sehr langsam, muss ich sagen. Zeitweise dachte ich, es wäre das Paradies. Alle drei von vier? Hab ich gesagt, dass es hier vier gibt? Ich dachte, hier gibt's drei. Ne, hier gibt's nur drei Little Sister. Dementsprechend müsste es alle gewissen sein. Ich müsste drei haben. Bin mir eigentlich relativ sicher. Hab ich drei von vier gesagt? Also, im Guide steht, dass es hier drei gibt. Wo kann ich das sehen? Ne, warte, hier kommen wir her. Deine Flucht, der du in der Staffel bist. So. Leadhead Splicer. Jetzt lohnt sich das Sammeln von Verbandskästen endlich mal wieder, weil ich die jetzt tatsächlich mal nutze. Ich brauche noch einen, so einen Spider-Splicer. Vorher geht hier nichts. Okay. Ach, da unten. Da steht's ja. Little Sisters in diesem Level drei. So. Haben wir. Jetzt ist nur die Frage, wo der Letzte... Muss ich von dir noch ein Foto machen? Achso, es geht nur, wenn uns feindlich gesendet ist. Äh, irgendwo muss hier noch einer sein. Aber frag mich doch jetzt einfach nicht mal, wo. Aber das ist leider Nitro, aber ist das auch okay? Feindliche Granaten sind jetzt Blindgänger. Das ist eigentlich ganz cool. In der Kneipe. Habe ich irgendwas in der Kneipe? Oh, hi. Offensichtlich was irgendwas in der Kneipe übersehen. Was mich richtig nervt ist, dass ich bei den Waffen nicht zurückgehen kann. Dass ich immer komplett durchscrollen muss. Richtig nervig. War ich hier schon? Ja, ich glaube, ich war hier, aber dann habe ich neu geladen. Wie, das ist nur ein B-Foto? Das ist ein übelst geiles Foto. Warum ist das nur eine B-Wertung? Was ist denn dein scheiß Problem, Alter? Äh, genau. Hier hatte ich nämlich bezahlt. Und hier waren die Kontaktminen. Und ich habe die Kontaktminen mittlerweile auch auf dem... ...maximalen Limit. Jeiei, jeiei, jeiei. Irgendwo war ich noch nicht. Nein, Zimmer 6 waren wir. Zimmer 7 waren wir auch. Ah, hier im 5 war ich, glaube ich, nicht, ne? Doch waren wir. Never mind. Irgendein Raum fehlt. Im Lager war ich aber auch. Oder habe ich im Lager... ...einen Raum nicht gemacht? Nee, das war der mit dem Geheimversteck da hinten. Hier war der Typ mit der Kamera und der Big Sister. A Little Sister. Oh, hi Ninja Ratte, grüß dich. Ja, so langsam gehen mir aber die Orte aus. Also... Ja, mehr ist hier nicht. Irgendwer hat hier gerade geschossen. Hm. Was ist da? Das kann ich selbst machen, verdammt! Gut, das war schwer. Ich habe das aus dem Sprung gemacht, das Foto. Was sagt die Karte? Ja, das sagt nicht so viel. Die sagt mir ja nicht, wo noch Gegner sind. War ich im Obergeschoss nicht? Ne, da muss er aber im Oberschoss gewesen sein. Ja, wir waren doch hier mehrfach. Den triggert man hier blöd, sagst du? Ja, dann sag mir doch am besten wie. Bevor ich jetzt hier zum 300. mal in den Kreis laufe. Ich meine hier bloß. Wenn ich könnte. Ha! Das ist ja schlecht. Ja, aber das ist doch Starby abhängig. Ich muss das machen. Wieso kann sowas blöd triggern? Ich muss den machen. Hier war nur das Turmband hier. Mehr war hier nicht. Genau. Tja. Schwierig. Herr Spider-Splicer. Wie wär's, wenn sie sich jetzt mal... Wie wär's, wenn sie jetzt mal vorbeischauen? Nee, Kevin, hau ruhig raus. Wie gesagt, bevor ich jetzt hier das 13. mal im Kreis laufe. Das ist ja nicht so sinnvoll. Raum 5. Versteckte Schacht. Aber den waren wir doch. Da war doch der Safe. Oder nicht? Nee, das war was anderes. Was hier ist ein versteckter Schacht? Acht da immer auf, die fallen in Blütenblätter, die von Schächten oder Decken fallen. Okay. Ja, dann wird's noch Zeit, dass hier ein paar Blüten fallen. Was, den hab ich gekillt, nicht geknipst? Nee, ich müsste immer Fotos gemacht haben. Und selbst wenn... Das Spiel kann ja nicht, äh, softlocked sein, wenn man den tötet. Das geht ja nicht. Das kannst du ja nicht machen. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, äh, hier ein Softlock einbauen. Aus Versehen oder so. Das kann ich mir ja beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann auch Leichen knipsen. Ja, aber dann erkenne ich nicht, äh, gerade daran, was eine Spider-Leiche ist oder so. Ah, moin. Oh, come on. Wo ist das schon wieder nur eine B-Wertung? Das ist ein tolles Foto. Wo kommen denn jetzt auch immer so viele Spleister her? Oh, die Leadhead-Spleister sind by the way jetzt fertig. Okay, und jede Leiche knipsen. Was zum... Das ist ein Nitro-Splicer. Nitro-Splicer. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch scheiße. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu nehmen. Ja, also hier habe ich offensichtlich keinen getötet. Wollen wir doch mal fragen, was diese Händler bedeutet. Na, lieber nicht. Nicht, dass das noch so wie beim Wimmelbilden ist. Oh, come on. Ich will jetzt nicht alle Leichen durchgehen, Mann. Habe ich jetzt einen echt getötet ohne Foto? Und das ist Retzelslösung. Die spawnen Leichen nicht. Leichen, die spawnen doch, oder nicht? Die nicht. Okay. Also gut, dann fangen wir im Keller an. Ja, das ist Rosie. Die Leiche ist despawned. Das ist nicht gut gelöst. Das ist nicht gut gelöst. Das ist nicht gut gelöst. Das ist vermutet. Ich gehe zu dir. Bist du nicht, dass du nicht so wie beim Wimmelbilden ist. Aber dann war es nicht gut. Ich gehe zu ihm oder nicht. Und ich gehe zu ihm. Das ist nicht gut. Oh, ich gehe zu ihm. Wir machen jetzt nicht, weil das. Ich gehe zu ihm. Ich gehe zu ihm. Ich gehe zu ihm. Deine Erb descchule. ah das ist ne echte scheiß Stelle ich hab aber jetzt legit noch überhaupt was zum Teufel ist das ein Verpack ich hab aber legit jetzt noch überhaupt gar keinen Toten gesehen also kein Spider also soviel zum Thema die liegen hier immer noch rum weil die nicht dies bohren also nicht sagen dass ich jetzt hier im gesamten Bereich nicht eingetötet hatte es gibt nicht mehr Räume es ist halt hier es ist halt hier vorbei das ist ne richtige Kackstelle wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns Hallo Rosie es gibt mehr Big Daddies obwohl man schon alle Dings gesammelt hat alle Big Sisters äh Little Sisters wieso ist das denn ein A-Foto wo ist das denn jetzt ein A-Foto das ergibt überhaupt keinen Sinn okay die Big Daddies respawn aber die Little Sister logischerweise nicht ne ins Gebiet draußen wieder rein aber ich kann doch hier gar nicht mehr zurück das ist doch das große Problem oder nicht ich kann doch hier nicht wieder hoch ich bin doch hier ich bin doch hier gelockt das ist ja nicht so als könnte ich hier einfach weiter gehen oder so oder gibt es da irgendwo einen geheimen Weg von dem ich nichts weiß das ist nicht wonach es aussieht hey crazy das ist ein Schloss und Zaun hier ne ich glaube hier geht es storytechnisch erst weiter wenn wenn man alles gesammelt hat wenn man Spiel neu laden oder so meint ihr das hilft was weil ich weiß ja auch nicht weiter wir spawnen die Gegner wenn man neu seht wenn die tot sind sind sie tot naja aber hier liegen keine Leichen ja ich bin doch jetzt nicht so stuck dass ich jetzt hier nicht mehr weiterkomme für den Rest meines Lebens das ergibt doch keinen Sinn hallo Robin moin moin das ist doch sinnlos so spricht Gott der Herr davon die Breuer da kann ich auch schon hey Killer dankeschön für den Host ja irgendwo muss das Pleistisch sein das ist richtig aber aber wo gibt es da keine andere Lösung für hat man nicht irgendwo noch irgendwo einen vierten eingebaut für den Fall dass irgendwas passiert kann doch nicht wahr sein ich bin mir sicher dass die despawn ich bin mir sicher dass die despawn den in der Post der von der Post muss doch hier irgendwo liegen hier in der Post liegt nicht eine Leiche und ich meine ich hätte den hier gekillt weil der war nämlich hier an der Decke ich bin mir sehr sicher und der ist nicht mehr da und jetzt ist vor allem hier noch selbst der Film ist respawn selbst der Film ist respawn hallo Lola ich hab gerade mal nachgesehen kann wirklich ein Softlock sein wenn du in der Post Bar und Office keinen findest und irgendwie sollten fünf existieren okay fünf wie komme ich denn ins Office was für ein Office so geht's ja schon mal los da hab ich die Cam hier ach so Hafen meiste okay ja und genau das ist das Problem da komme ich ja nicht mehr hin oder habe ich den Weg zurück einfach nicht gefunden geht nicht zurück oder von hier aus komme ich nicht zurück ja der Weg ist da hinten und ich komme nicht hier hoch oder gibt es irgendeinen Weg der hier hochführt das ist absurd dass der Scheiß hier nicht aufgeht wenn ich jetzt hier einen Softlock habe würde das ja bedeuten ich muss das komplette Kapitel nochmal spielen ich bin fast fertig mit dem Kapitel das Spiel kann ich doch nicht in den fucking Softlock zwingen das ist doch Bullshit ja das Problem ist dass unser Dude ein absoluter Lappen ist was Springen angeht der kommt mit Mühe und Not auf eine Kiste drauf es geht nicht der kann nicht springen der Dude eine absolute Flasche was soll ich sagen was bescheuert es gibt drei Spider-Size die fotografiert werden müssen den ersten findest du im oberen Kai außerhalb unterhalb des Büros der zweite ist im Fighting Tavern Zimmer 5 und der dritte im Jetpost im Tipp steht sogar 1 zu 1 wo die sind ich schicke dir die Pest ich schicke dir die Pest also ich bestätige hiermit dass definitiv diese Leichen despawn weil in Zimmer 5 in dem ich mich hier gerade befinde müsste diese Leiche ja liegen sind wir uns da einig oh ja maß ich hab die alle und nun ich schicke dir die Pest Das ist einfach komplett sinnlos. Warum hast du mich verlassen? Ich? Ich habe mich verlassen. Das Vermisst mir ja schon ein wenig die Stimmung Es wäre ja nicht schlimm Wenn ich einfach nur normal nochmal durchspielen müsste Aber ich muss halt nochmal mit allen Collectibles machen Und das geht mir ja schon ein bisschen auf die Nerven Scheint keine andere Lösung dafür zu geben, nicht wahr? So nach Kevin Ich kann mir auch nicht vorstellen Also ich bin mir auch nahezu hundertprozentig sicher ist Dass es kein Softlock geben darf Bin mir da eigentlich auch fast sicher Wir haben gestern eine katastrophale Sache gehabt Wir hatten gestern einen Softlock in Bioshock Und ich war mir hundertprozentig sicher Dass das nicht sein kann Dass das nicht so programmiert ist Dass du nicht weiterkommst Und ich erzähle jetzt eine Geschichte Ich habe heute Nachmittag Control in die Hand genommen Und habe das nachgeholt Damit wir hier heute zusammen weitermachen können Und ich schwöre euch bei Gott Ich bin mir mittlerweile sehr sicher Dass wir gestern Abend einfach nur einen Bug hatten Denn Erstens War ich heute Nachmittag Nach einer Minute mit der Quest fertig Weil so viele Spider-Slicer gekommen sind Und außerdem Gibt es nicht nur drei Spider-Slicer Und es gibt Auch keinen Spider-Slicer In Raum 5 Des Hotels Beziehungsweise der Bar Das ist eine komplette Lüge In-Game stand In den Tipps Dass in Zimmer 5 Bei der Bar Ein Spider-Slicer ist Und das ist nicht wahr Da war keiner Und es waren auch nicht nur drei Es waren heute Nachmittag sogar ganze vier Und gestern hatten wir angeblich nur zwei Bullshit Wir haben die Quest Es hat Hat mich abgefuckt Alles nochmal nachzuholen Aber wir sind aktuell 1 zu 1 Auf dem selben Stand Wie gestern Abend Das ist derselbe Stand Ja Und von dem her können wir jetzt tatsächlich Einfach weitermachen Weil das ist einfach Quatsch So ich kann euch das jetzt auch nochmal zeigen Hier Den ganzen Käsekuchen Ich habe auch alle Fotos nachgeholt Und pipapo Und wir gehen jetzt natürlich auch ins Menü rein Um euch zu zeigen Das ist Destruction What the hell Was ist denn hier los Was ist denn hier los Ja guten Morgen Äh Entschuldigung Arktos mein Lieber Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Arctos zu danken. Vielen Dank, Arctos, Mann. Fetten, fetten Dank. Ich möchte da eigentlich auch mitmachen. Und dann auch noch eine 5er Sub-Bombe hinterher. Leute, Arctos... Ach, das machen wir jetzt ganz einfach, Leute. Das machen wir jetzt ganz einfach. Guck mal. So. Jawoll. Absolute Legende der Arctos. Dankeschön. Äh, Zotos, danke schön für den 69. Sub. Boy, oh boy. Und von uns hat vorhin auch den 67. Sub rausgehauen. Hier werden mit Zahlen um sich geworfen. Die sind ja schon ein bisschen insane. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Ein sehr schöner Start hier in den Abend. Rein. Rein. Wie nicht erschrocken. Ich bin gerade noch so in Rage. Wegen der Bioshock-Scheiße, dass ich gerade... äh, nicht zu erschrecken war. Ähm, ich zeige euch jetzt einfach, was los ist. Wir haben fast den selben Stand. Ich habe eine Little Sister nicht, weil ich legit heute Nachmittag nur zwei gefunden habe. Aber ich glaube, dass jetzt gleich noch eine dritte kommt. Ich wollte euch zeigen, dass alles in Ordnung ist, indem wir kurz, äh, ich hier, äh... Ich zeige euch, das ist jetzt eben der neue Spielstand und ich habe alle Tonbänder geholt, die es zu holen gibt. Und ich habe natürlich auch alle Tonicums, die es zu holen gibt. Ja? Also wir sind wirklich... ...bis auf die Little Sister eins zu eins auf demselben Grad wie beim letzten Mal. Nur, dass ich diesmal weniger Geld habe. habe, was daran liegt, dass ich Filme gekauft habe. Einfach so, ja? Und, äh, von dem her muss jetzt eigentlich es einfach nur ganz normal weitergehen. So, und jetzt nämlich, dadurch, dass wir jetzt alle Bilder haben, öffnet sich auch bestimmt... Oh! Moin! Öffnet sich doch auch garantiert... Hallo! Öffnet sich doch garantiert auch... ...dieses Tor. Und das Tor hat sich geöffnet. Direkt dahinter ist die Little Sister. Ich habe ein absolutes Traumfoto von der Little Sister gerade geschossen. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Nice! Was ist denn? So, das ist noch ein... Eine Rosie. Da habe ich natürlich noch keine Bilder von gemacht, weil noch keine kamen. So, ich kann hier ein paar mehr machen. Da kriegt man zwar angeblich Strafen, aber, to be honest... Es ist sogar ganz brauchbar. So, Schluss jetzt. So, dann retten wir jetzt die Little Sister und dann sind wir wirklich auf dem selben Stand. Ein Foto, wenn du siehst, come true. Ey, das war ein geiles Foto von der Little Sister. Ohne Witz, ne? Ein richtig gutes Foto. Ja, kein Problem. Habe ich da hinten noch einen Rumgurken sehen? Ach, und die Bäuer gar keine Bilder mehr. Also, ich habe auch... ...quasi das nochmal nachgeholt. Ich habe alle Leadhead-Splicer quasi schon fertig gemacht. Also, auf die Maximalstufe. So, dass wirklich, wirklich, wirklich alles auf demselben Stand ist, wie gestern Abend. Für euch hier im Stream. Habe ich mir heute Nachmittag die Mühe gemacht. Hat auch keine zwei Stunden gedauert, sondern nur etwas über eine Stunde, weil ich ja diesmal nicht alles angehört habe und langsam vorangeschreitet bin, etc. Und dem her, es ging. Es ging ein bisschen. Ich freue mich in Zukunft über Verbandsgästen tatsächlich mal. Ne? Lohnt sich mehr Halo für PC oder Stardew? Das musst doch du wissen. Woher soll dir ich oder die Community sagen, ob du lieber einen Ego-Shooter oder ein Farmer-Spiel spielen willst? Was hat das mit Lohnen zu tun? Wenn du lieber ein ruhiges Spiel spielen willst, wo du rumfarmst und Gemüse erntest und so weiter, dann spielst du Stardew Valley und wenn du Aliens abschlachten willst, spielst du Halo. Das kannst nur du dir selber beantworten. Ne? Dragon ist wieder da, habe ich gelesen. Dankeschön für den fünften. Ja, Probleme mit dem PC, habe ich schon gelesen. Ja, ist doch schön, dass jetzt wieder alles geht, ne? Man kann ja nicht immer nur streamen gucken. Da habe ich auch volles Verständnis für. Danke für den fünften an der Stelle. Und ja, diese B... Ich habe es gesehen mit den Einstellungen. Was witzig ist, es ist ausgegraut. Verstehst du das? Deswegen, ich kann es nicht. Es ist ausgegraut. Es geht nicht. Und die Phoenix Wright Trilogie steht sogar auch im Projekteplan für 2020. Muss man nur gucken. So, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg hier überhaupt? Ähm... Morosama. Warte mal, wir waren jetzt hier unten. Ah ne, jetzt sind wir hier oben. Oberer Kai gehen da rein und kommen dann da rüber. Ja, okay, genau das wollen wir. Exactly that. So. Ja, TCP, du kennst es doch. Ich habe immer Probleme, die andere Menschen nicht haben. Es ist auch komplett sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen mittlerweile. Es lohnt sich einfach nicht. Weil es passiert einfach immer Bullshit. Ja, auch hier ist alles dasselbe. Also, wir müssen uns hier gar keine Sorgen machen. Wir müssen ja eigentlich jetzt die Dings zurückgeben. Die Fotos. Und ich denke, das werden wir jetzt auch einfach mal machen, ne? Ne, Moment mal. Irgendwas war hier, glaube ich, noch, ne? Befindet sich am Vorsprung neben dem Gather-Garden-Automaten, wenn ihr auf dem Rückweg mit den Fotos seid. Moment. Warte, 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 warte. Der Gather-Garden-Automat ist hier. Da! Da ist noch ein Tunikum. Ranchlurker. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker als sie sind, müssen sie jeden Vorteil nutzen. Nö. So. Dann kann ich jetzt auch endlich wieder quicksafen. Das habe ich nämlich heute Nachmittag nicht tun können, weil ich logischerweise mit dem Hund auf der Couch saß. Da konnte ich nicht quicksafen. So, dann können wir das auch mal wegmachen. Das nächste, bevor ihr eure Waffen in den, äh, in irgendwas legt. Und die kann ich noch Fotos gebrauchen. Die haben wir nämlich noch nicht komplett fertig. Das ist ein sehr schönes Foto. Guck mal, mit B-Wertung bringt das sogar noch was. Okay, ich habe mir Fotos, äh, ähm, Dinger gekauft. Und Filme. Damit ich, äh, ganz oft auch dieselben Bilder quasi machen kann. Und ich drauf achten muss. Ich darf von dir kein Bild mehr machen, ne? Ich glaube, maximal... Oder? Ne, es geht noch mehr. Okay, alles klar. Ja, das kann man jetzt auch einfach so machen, ne? Oh, jetzt geht keins mehr? Okay, naja, reicht ja auch für den einen. Fällt mir echt gut aus, gell? Komm her jetzt. Reicht dann auch. So. Ja, Anfang des Projekts verpasst, Marc. Äh, circa vier Stunden. Aber macht ja nichts. Kennst das ja scheinbar. Komm rein und zeig mir, wenn du Schnappschüsse. Äh, ja. Ja, ja, die Schnappschüsse kriegst du. Ich muss jetzt erstmal nur gucken hier. Achso, den Granatenwerfer habe ich heute Nachmittag gar nicht abgeholt, weil ich den woanders gefunden hatte. Weiß auch nicht, warum. Aber ja. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich? Ne, Marc nur zwölf Jahre her. Suchst du nur Ärger. Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Sehr nett. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Hättest du ja auch nehmen können, anstatt wegzuwerfen, nicht wahr? Oh, er hat's alles bezahlt. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. So, bevor ihr die Waffen abgebt, schmelzt Eis. Stand da. Ah ja, hier, guck mal. So, Hackerfokus. Ein weiteres beliebtes Genturnikum der Hack-Smart-Produktpalette. Entschärft fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ja, damit ist es quasi einen Ticken einfacher. Aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Ja, ja, zwölf Jahre, Marc, darum geht's ja. Ich hab halt kaum noch Ahnung von dem Spiel. Und ich hab's damals auch nicht durchgespielt von dem her. Mal gucken. So, als nächstes muss ich Sicherheits-Bot bis Stufe 2 erforschen. Mal gucken, ob das klappt. So, Waffen abgegeben. Wir sind jetzt nur noch im Besitz unseres Schraubenschlüssels. Und zack, haben wir wieder alle Verbandskästen. Ganz schnell. So, kann ich das jetzt hier alles brutzeln? Nice. Ähm. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ähm. Hallo? Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, das war kein schönes Foto. Das kriegen wir besser hin. Wieso ist das denn jetzt nur ein C-Foto? Willst du mich verarschen? Ja, wisst ihr, es gibt Strafen dafür, dass das Motiv schon gemacht wurde. Aber dein Fortschrittsbalken geht halt trotzdem übelst hoch. Äh, das Hacken hatte ich bei der Ball heute Nachmittag bekommen, joa. War ja auch immer recht fleißig, nicht wahr? Das heißt, ich hecke jetzt einen Ticken weniger. Nee, nee, komm du mal her. Ah, das ist ein schönes Foto. Wait, ist das... Ist er das nicht? Das ist doch, äh, hier... Der Typ, oder nicht? Ja, ich mach von dem jetzt auch noch ein paar schöne Fotos. Ja, gut, da sieht man jetzt nichts auf dem Foto. Egal, fanden die trotzdem gut genug. Oh, von dir brauche ich auch noch Fotos. Jep, Sicherheitsbots, ne? Das war das, genau. Damit ich das Tonycom Security Expert 2 kriege. Weißt du, was im Kopf auf Beispiel 2 in der Collection auch den Multiplayer hat? Die Achievements waren absolut schrecklich. Äh, müssen sie, weil Collection das komplette Remaster ist. Also ja, ich gehe davon aus. Was ist denn hier los? Sag mal, Ruhe! Ah, du bist hier ein Problem. I see. Ja, mach mal. Ich gehe auch noch ein paar Fotos. Deswegen habe ich so viel Geld ausgegeben, weil ich mir nicht so viele Filme gekauft habe, um genau das zu machen. Okay, und kaputt. So, der ist gleich tot, aber ich will noch ein paar Bilder schießen. Findet mich nicht doof. So, there we go. Erhöhter Schaden. Bristle, dankeschön für den 23. Gucken wir mal, Marc, ob wir das machen, aber ich merke es mir schon mal vor. Ähm... Sicherheits-Bot 2. Moment mal, stehe hier. Spot 2, aber... Ach, der heilt sich zwischendurch? Kacklappen. So, sieht jetzt hier nichts mehr. Puh, 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 Puh. Dann bringen wir es mal zu Ende. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Lass mich doch mal in Ruhe. Meine Güte, ey. So, was geht hier? Hier, okay, und eine Menge Leichen. Mein Beileid. Okay, das ist einfach nur so eine Art Raum gewesen, um... einen Rückzugsort zu haben. Hier sind doch bestimmt meine Waffen drin. There we go. Oh Gott, Moment mal. Jetzt ist aber die Pistole vor dem Schraubenschlüssel. Das will ich gar nicht. Scheiße, man kann das nicht ändern, ne? Okay, das fuckt mich ab. Scheiße. Das ist absolut ätzend. So, ich mach mal lieber hier alles weg. Man weiß ja nie. Ich glaub eh immer viel zu viel. Waffen-Upgrade-Station. Aha. Das hört sich interessant an. Guck gleich mal an diese Wiese. So, Pistolen-Magazin-Größe. Renat-Werber-Schrotflinte-Schadenssteigerung. Da seh ich mich. Schrotflinte, mehr Schaden gegen die Big Daddies. Ja. So. Irgendwo muss aber hier noch was sein. Wir suchen hier auf jeden Fall noch zwei Sachen. Machen wir hier kurz ein Save. Ja, Marc. Halte ich für gar nicht so unrealistisch. Das Ratchet & Clank-Franchise ist schon wieder so alt. Uh. Goldene Filmräume. Du hast eine Rolle des Regisseurs bekommen. Achtung, Spoiler. Liegt das gar nicht. Und wer scheißt hier eigentlich auf wen? Ja, aber es gab schon so lange kein Ratchet & Clank-Franchise mehr. Ist das gar nicht so unrealistisch, wenn man nach all den Jahren mal wieder ein neues macht. Jack, denke ich, wird nichts mehr kriegen. Das Thema Jack ist ziemlich beendet. Aber... Ratchet & Clank, warum nicht? Aber bitte einen komplett neuen Teil. Also nicht wieder irgendein... Irgendein Remake oder so. So. So, Saves werde ich trotzdem noch hacken. Auch wenn ich eigentlich gar nicht mehr muss. Weil... Der war jetzt geil. Da kann ja trotzdem noch was Hübsches bei rumkommen, nicht wahr? So, das ist... Feuer unterm Hintern, ja. Fontein macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen. Und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wassertod aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontein bleiben, enden wir am Galten. Und wenn nicht, er geht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Okay, Moment. Das war das. Dann habe ich jetzt alles. Ich habe das Audio-Tagg-Buffer unterm Hintern. Ich habe das Power-to-the-People-Automat, vor dem ich stehe, genutzt. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, ist das Security-Expert 2. Aber dazu muss ich halt Bilder von einem Sicherheits-Spot machen. Das muss ich mir halt einfach nur markieren, dass ich damit noch nicht fertig bin. Und dann sollte das eigentlich passen. Dann müsste... Müsste ich eigentlich alles haben. Ich bin erst auf Captain Tsubasa gespannt, wie das Spiel wird. Ich befürchte, es wird ein ziemlicher Reihenfall werden, leider. Aber nun ja. Heute Masha gesehen, ist das korrekt? Das war 37, das 38. Ja, da habe ich definitiv alle. Ich bin es 100.000 Mal durchgegangen. Hallo, Maus. Ich weiß immer noch nicht zu Hause. Habe ich jetzt aber... Doch, Waffe verbessert habe ich. Ja. Okay, dann müssten wir jetzt eigentlich fertig sein. Mal kurz den Hund beruhigen. Ich mache jetzt weiter. Ich bin mir sicher, dass ich alles habe aus dem Kapitel. Du hast es geschafft. Und jetzt dann sollte es keine Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Okay. So, wir sind jetzt im Schmugglerversteck. Hier habe ich eine gute Nachricht für euch. Es gibt nur vier Collectibles. Ist ja auch ein Versteck. Kein richtiges Level. Klar, so weit, oder? Okay. Ich bin direkt vor dem Ubo-Tog. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Keine 100 Meter mehr. Das klingt doch gut. Der Automat klingt auch gut, weil ich gleich was nachgucken wollte. Wollte ich hier was nachgucken? Wollte ich hier was ändern? Nee. Tatsächlich wollte ich gar nichts ändern. Sehr gut platzierte Leiche. Achso, ich wollte unbedingt einen neuen Speicherstand machen, weil das ist jetzt der nächste Kapitel. Okay. Und ein Geschütz. Das ist ein gutes Zeichen für mich. Foto. Hallo. So. Action-Foto. Ich meine, so viele Fotos davon, wie irgendwie geht. Der Balken geht ja höher. Ich weiß, es ist sinnlos. Okay, das reicht. Aber irgendwie macht es doch Sinn. So, Treffen mit Fontaine. So, den Peachy haben wir gerade getötet. Wir sind Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist. Während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und ums die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um elf in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann es nicht mehr. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Okay, ja, wird Zeit. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Okay. Ja, Herr Andrew. Das ist dann wohl so. Der Atlas steht halt auf meiner Seite. Und nicht du. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Warte mal. Ich darf das jetzt hier nicht verpassen. Also, ich muss noch Security-Exit bis zwei machen. Das habe ich abgeschlossen. Spider-Splicer als nächstes bei vier. Und jetzt kommt das mit dem Wartungstunnel. Fünfmal Bioshock 2 durchgespielt. Nicht schlecht, ey. Gut, ist ja auch eigentlich relativ schnell durchzuspielen, wenn man straight ahead geht, ne? So schnell, so lange sind die Bioshock-Spiele ja gar nicht. Nur der erste Playthrough, wenn man es so detailliert macht wie ich, ist halt ein bisschen länger. Aber ansonsten ist man ja in zehn Stunden easy durch. So, ich muss auf jeden Fall das Kontrollpult benutzen, aber will eigentlich erst vorher mich nochmal umgucken. Hi, Whitebeard. Weil man nie wissen kann, wo hier noch genau ein Audio-Gerät ist. Da! Huch! Bis es mich nach oben gezogen hat. Ich habe heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hatten ziemlichen Knacks, genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass... Kannst du meine Familie im U-Boot hören? Geben sie irgendeinen Laut von sich! Dieser Frank Fontaine klang genau... Klingt eigentlich genauso wie Atlas, nur halt jung. Ich wollte das zu Ende hören, was der Fontaine dann noch so von sich gegeben hat. Ich habe heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaft... Weil das ist auch Alan Sandlers Stimme. Sie hatten ziemlichen Knacks, genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunger aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Okay. So, um deine Familie kümmere ich mich gleich. Erst noch das Audiogerät. Ich glaube, wir drücken oben erstmal noch auf den Knopf, ne? Ich glaube, Ist da oben eine Sicherung durchgebracht? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Ist doch gut, dass ich unten schon mal ein bisschen was erkundet habe. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn machen. Oh. Huch. Ähm. Ja, ich mach jetzt erstmal viele Spider-Splicer-Bilder. Aua. So, das ist ein schönes Foto. Spider-Splicer auf 3, Extra-Nutriion 3. Oh, das ist jetzt Stufe 4, aber ist noch nicht fertig, ne? Neueste Entwicklung der Extra-Nutriion-Reihe lässt Nahrungsmittel gleich doppelt so gut schmecken. Probier's noch heute. Okay, das ist jetzt also geschafft. Spider-Splicer haben wir fertig. Aber sie sind deswegen noch nicht auf Maximum. Und Maximum, ist Maximum dann hier überhaupt ein Achievement? Ich hab nicht nachgeguckt, to be honest. Und das war so ein schönes Foto. Wie die nach einem Headshot so komisch springen. Da komm ich ja gar nicht drauf klar. Ach, Atlas. Nie Glück. Oh ja, genau. Dich brauche ich. Oh, das war kein gutes Foto. Man sieht auf dem Foto gar nichts, aber war eine B-Note. Genau so machen wir das. Und da, wo man was sieht, ist natürlich eine C-Note. Das ergibt nie Sinn. Oh! Okay, und das U-Boot mit der Familie drin zerstört. Ich sag's mal so. Rip Family. Wir haben es noch unten hier im Ganzen gesehen. Gut, dass wir schon mal runtergegangen sind. Ab nach Arcadia. Herrgott noch mal. So, Arcadia. Und da ist das Letzte. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch. Ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass hier nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam. Und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Alles klar. So, dann haben wir das auch. Dann fehlt nach wie vor bis hierhin nur das Security-Expert-Ding. Und wir sind damit auch schon mit Kapitel 4 fertig. Das ging schnell, nicht wahr? Ja, das war alles. So, ab nach Arcadia. Hier gibt es wieder ein bisschen mehr zu tun. Hi Lenti. Schönen guten Abend. So, Arcadia ist das nächste Gebiet von Bioshock. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir verstrauten sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Eiskal. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Okay, Atlas. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird sich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglechen. Da sehe ich uns. So. Mal neu anlegen. Und dann gehen wir mal durch, was wir jetzt brauchen. Es gibt zwei Little Sisters hier. Wir müssen eine Menge Splicer Fotos schießen. Dann mal los. Bring mal hin. So. Geh. Geh zum Metro Station. Geh zu Beginn des Kapitels nach links durch den Torbogen über den Steg. Blabla. Okay. Das kriegen wir schon hin. Solange ich nicht vergesse, Fotos zu machen, ist alles cool. Oha, hier gibt es ja sogar ein bisschen. Ist ja alles zugewuchert hier. Das ist also Arcadia, Leute. Ui, das sieht ja richtig hübsch aus. Alter, hier könnte Poison Ivy leben, oder? Meint ihr nicht auch? Das sieht hier richtig so aus, als würde hier Poison Ivy leben. Kamera. Gut. Film. Gib ihm. Gespenster sehen. Yes. Das ist kein Spiel mit Prozenten. Das spielt man einfach durch. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfes werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Richtig hübsch. Wasser, Einbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ja, echt wunderbar, Gespenster sehen. Und vorherigen Tagebücher ausgeht hier durch die Tür daneben. Okay. Ja, ja, ich komme gleich. Ich muss aber erst Tagebücher finden. Ja, ich helfe dir doch gleich. Jetzt beruhige ich dich. Okay, und aufgespleist. Ja, wie war das mit den Gespenstern? Was für ein Abend? Erzähl mal. Was für ein Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Tea Garten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thriftycare vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Tea Garten. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirth da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirths implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewürgten Nahrung des Wirths ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Okay, und eine Heime eröffnet für die Little Sisters. Sieht echt hübsch aus hier. Okay, der scheint so eine Art Unterhaltungsecke zu sein. Ähm, wir sind kurz vor dem, vor der Hälfte des Spiels. Wenn man natürlich drei Tagebücher direkt hintereinander findet, dann, ähm, sind 22 Collectibles vielleicht auch gar nicht so viel. Mal gucken. Ja, jetzt kommen neue Splicer auf uns zu. Ähm, ja. Das sind so, das sind die Houdini-Splizer, aka Suizid-Splizer. Ja, von denen Fotos machen ist relativ unangenehm. Weil die halt eben explodieren. Deswegen müssen wir überwiegend so Fotos machen. Ja, ja, kannst du mir helfen? Ja, ja, kannst du mir helfen? Das sind, das sind, das sind Lügner, Leute. Glaubt denen kein Wort. Die wollen Hilfe. Und dann explodieren sie, wenn du in der Nähe bist. Richtig unheimliche Viecher. Sind aber auch nur unheimlich, weil wir Fotos machen. Ansonsten wäre uns das komplett egal. Aber das Foto machen ist relativ ätzend. und... Du nennst es Teleportieren, ich nenne es Explodieren. Aber ja, sie sterben nicht. Das ist richtig. Ich muss Fotos machen. Was? Come on, jetzt hat er da war. Wenn man sieht nichts, aber es ist ein Foto. Gott sei Dank kann man die... Also, wenn man die... Wenn man die Bilder verwerfen könnte, dann wäre das echt ein Riesenproblem. Hallo? Ach, das ist derselbe Chip, der gibt keine Bilder mehr. Ja! Die Houdini-Splicer. Deswegen nennen die sich Houdini-Splicer, weil die sich halt wie ein Zauberer in Luft auflösen. Ihr habt den Witz schon verstanden. So, Arcadia ist geschlossen. Das suchen wir. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Ryan fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Arbeitsloser Heuchler. Moin. So, ähm, wir machen einen Speichelpunkt. Hadeburg, Moin. Warte mal, war das nicht die selbe Stimme wie die Zwerglache in WoW? Könnte ich werden. Dich schneide ich auf. Aber sehr, sehr ähnlich. Ich bin tot. Schade, von dem hätte ich ein Foto machen können. Aber der ist gestorben im Feuer. Kann ich nicht mal was dafür. Hab nicht mal ich gelegt. Hallo. Boah, das ist ein böses Foto, Leute. Guckt euch mal das Foto an. Und das ist nur eine C-Wertung. Also dieses Spiel, also die Fotos, das mit den Fotos ist ja echt okay, aber die Bewertung in den Fotos ist komplett irre. Also, nee. Nee. Kompletter Unsinn, ey. So, sag ich, müssen wir auf Stufe 2 bringen für ein Tonicum. Ja, ja. Warum denn immer nur C? Das macht aber auch gar keinen Sinn. Das sind gute Fotos. Die Gegner halten auch mittlerweile deutlich mehr aus, ne? Selbst diese kleinen. Das war eine A-Wertung, warum auch immer. Und das eine B-Wertung. So, Forschungsbonus für Geschütze. Das Hacken von Geschützen ist automatisch erfolgreich. Das ist ja übergeil. Das ist ja übergeil. So. Dann machen wir das auf Stufe 2. In der heutigen Gefahrenvollen Zeit kann es die Starte schneller sein als andere. Denken sie daran, dass sie es ja nicht unbedingt mit einem Spicer aufnehmen müssen. Vielleicht reicht es aber auch schon, schneller als ihr Nachbar zu sein. So, Sportboost. Ist es das, was ich brauche? Ja. Diese ganzen Fotos auf Extrem zu machen ist, das machst du nicht. Deswegen spielt man das auch in zwei. Also, wenn man die 100% will, macht man das in zwei Playthroughs, weil ansonsten wirst du nicht glücklich. Absolut nicht. Ach, die kleine Maus. Die Mutter ist immer noch nicht zu Hause. Ich muss sie mal kurz trösten. So, Hund beschäftigt. Bin da. Ja, die Falle sehe ich doch. Drei Meter gegen den Wind, man. Und peng. Das ist ein richtiger Lappen, Alter. Richtiger Lappen. So. Subjekt ist tot. Richtig. Ja, sorry, aber da kann ich auch nicht helfen. Endlich glücklich, sagt er. Ja, nee. Dart spielen kann ich natürlich nicht. Dann wäre der Hund aber ruhig. Dann wäre der Hund zumindest ruhig gestellt. Aber ich habe ihr jetzt einen Ball gegeben. Damit beschäftigt sie sich eh lieber selber. Anstatt, dass sie mit mir spielt. Komische Marotte. Aber wegen mir ist er nicht mein Bier, ne? So. Das nächste, was wir suchen müssen, ist vom Gather Garden aus Irgendwohin in der Wasserfallgrotte. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Dann müssen wir Fotos machen. Mich wundert uns, dass ihr nicht so ein Ballschleuderautomat habt. Ich würde den Ball nie wieder in die Schleuder legen. Das lohnt sich nicht. So. Faggish Splicer Nummer 2. Was ist mit der Pistole auf dem ersten Platz? Nervt sowas. Mit Training geht alles. Glaub mir, der Hund konnte mal das sehr gut. Macht er aber nicht mehr. Will den Ball einfach nicht mehr hergeben. Deswegen ist es auch so einfach, sie jetzt mit dem Ball zu beschäftigen. Ich tue einfach so, als würde ich mit ihr spielen wollen. Und sobald sie den Ball hat, sage ich, gib mir den Ball, damit ich ihn wieder werfen kann. Und dann rennt sie weg. Und dann ist sie logischerweise selber schuld. Sie hat die Chance, dass ich mit ihr spiele, aber wenn sie wegrennt, dann kann ich nicht mit ihr spielen. Eigentlich relativ logisch, oder? Wait, warum kann ich von dir kein Foto machen? So nicht derselbe Typ, oder? Warum hält denn der so viel aus? Das ist ein Leadhead-Splicer. Warum hat der so viel ausgehalten? Okay, das war crazy. So, hier oben haben wir jetzt alles, ne? Hier noch was. Also für die ganzen Tonikas und so, die ich jetzt alle brauche, muss ich... Muss ich einfach nur Fotos schießen. Habe ich hier jetzt alles gehabt? Kommt mir ein bisschen so vor, als hätte ich hier was übersehen. Aber hier war nicht mehr, ne? Hier war nur das und das. Okay. Ganz am Anfang war noch ein... Genau, war noch was. Waren sogar noch mehrere Gebiete. Mittlerweile lohnt sich das Looten wieder, weil man mittlerweile ja auch andere Sachen findet, wie Leim und... Kerosin und Messingrohre. Das liegt daran, dass wir später noch was bauen können. Äh, das sieht gefährlich aus. Tja, da habe ich, äh... Das war doof. War ja gar nichts. Das heißt, es geht doch hier safe weiter. Ich glaube, ich halte mich einfach mal ins GPS. Oder ich gucke mal auf die Map. Das war eigentlich voll die gute Idee, oder? Äh, die Map besagt, dass es im Mittelteil etwas gibt, wo ich durch kann. Dann sollten wir das vielleicht mal machen. Ah, hier durch. Ich bin versteckt gewesen. Wo soll ich es verbrennen? Ich meine, es brennt, aber... Sollen wir hier gar nicht so rüber? Oh, na gut. Dann, äh... Müssen wir hier später hin. Dann sollten wir uns mal hier orientieren. Dann habe ich... Oh. Ach, ist das wieder nur ein Leadhead? Loll, diese Salty. Das zum Teufel hatte ich übersehen. Oh, ich bin nicht in die Class gegangen. Oh. Oh. Ah, siehst du? Das ist auf der anderen Seite. Also, ich war schon richtig. Man springt hier nur nicht rüber, sondern man geht außen rum. My bad. Und Peng. Auf dich zu porten. Oh. 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 So, guck mal. und... Oh. 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 Wo ist der Kollege? Warte mal. Sicherheitsschalter bedeutet... Hier ist eine Rosie! Rosie, jetzt sei mal nicht so. So, Action-Foto. Wow, schon wieder hier? Oh shit, diese Liste muss ich auch noch fotografieren. Ja, also keine guten Fotos, das ist mir durchaus klar. Okay, das war's. Na toll, das war eh nur eine Lead-Head, ne? So, Herr Big Daddy. Es tut mir sehr leid, aber ich muss. Es tut mir sehr leid. Okay. Nein! Nein! Nein, dringes Ding! Nein, vorbei! Danke nicht, Herrик. Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Ich bin jetzt auch nicht so grausam. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hey, Bronner, ich habe gewarnt, dass Bioshock nicht auf schwer zu spielen ist, dass man das nicht tun sollte. Ich habe gewarnt. Ähm, wir kaufen uns was. Erstmal gibt es hier... Juffi, du hast da hinten in der Ecke nichts verloren. Sei lieb. Das ist fein. Ähm, wir hatten... Tempo-Hacker und Security-Expert. Requeue-Expert 2 suchen wir eh noch. Jetzt lassen wir uns das mal hier nehmen. Und hier können wir Dinge kaufen. Aber hier steht nicht, dass ich irgendwas... Muss ich irgendwas kaufen? Muss mal nachlesen. Ja, ich muss den Eve-Saver kaufen. Vending-Expert. Und Human... Inferno. Ja, Bronner, das sollte man nicht machen. Da wirst du nicht lange Spaß dran haben. Also, Eve-Saver, Vending, Expert und Tony kommen. Der Safe-Cracker liegt angeblich hier direkt... Ich muss jetzt in die Hire, Mr. Bubbles. ...vor dem Geschenk? Befindet sich als Geschenk... Ach so, als Geschenk. Ah ja, dann müsste ich es ja schon haben, ne? Ich kaufe noch ein Gesundheits-Upgrade. Und mehr Slots sind gut, ne? So, jetzt kann ich nämlich hier... ...einen Entferno nehmen. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer. Wenn du getroffen wirst, gibt es da einen elektrischen Schlag. Aber erhört den Schaden, den sie mit Kameras hinzufügen. Dämpft deine Schritte und erhöht andungslösen Gegnern Nahkampfangriffe. Ich glaube, dann nehmen wir die Statisch-Entladung 2. Weiß, das ist doch leid. So, verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Ich muss die eigentlich eh nicht mehr hacken, also ist es mir eigentlich fast egal. Oh, wait, ich habe Security-Expert 2. Das ist alles cool. Ja, servus Exle, dankeschön für den 18. Verringert die Dauer vom Kamera-Alarm. Zwei Überbrückungsplatten weniger beim Hacken. Verringert die Preise am Verkaufsautomaten. Das ist mir eigentlich alles komplett egal. Verbandskiste verleihen mehr Gesundheit. Du hältst ein wenig mehr Gesundheit durch von Stacks und Bandagen. Beim Durchsuchen eines Behänders. Vielleicht kannst du nochmal suchen. Sie hätten eine Menge Gesundheit von Stacks und Bandagen. Sie bewegen und schwimmen. Bewegen und schwingen den Schraubmaßschlüssel schneller. Das klingt gut. Und Plasmide verbrauchen weniger EVE auch. So. Das Sift dürfte erstmal reichen. Dann haben wir jetzt Safecracker EVE Tonicum. Expept Tonicum. Human Inferno Tonicum. Und jetzt müssen wir zur Wasserfallgrotte. Ah, hier. Waterfall Grotto. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduld. Und die Idee muss es auch sein. Während des Dings können wir das ja mal noch machen. Ach du Scheiße. Oh, wait, 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 wait. Okay. Wow, das war finster hier. Das kommt unerwartet. So, mal gucken. Kann ich eh nicht anfertigen. Doch kann ich. Ach so, ja, ich kann ihn anfertigen, aber ich kann ihn nicht aufnehmen. Das war blöd. Ähm, so, Moment. Das war das Ding in der Grotte. Steppe runter zum Wasserrad wäre das nächste. Treppe runter zum Wasserrad. Aha. Ich sehe es ganz genau. Guten Tag, Lady. Mann, sie ist ja so eine blöde, normale Leadhead-Splicer. Ich glaube, von Kameras muss ich noch Bilder machen. So, du findest bei Zerstörten doppelt so viele Filme. So, jetzt muss ich schnell zerstören oder hacken. Sonst haben wir ein Problem. Ja, so viel zum Thema Hacken ist eh nicht mehr, aber in dem Fall habe ich jetzt keine Lust, dass der Alarm losgeht. Denke ich mal, verständlich, oder? Das Problem ist, wenn die nämlich mal gehackt sind, lässt sich damit auch kein Foto mehr machen. Oh. Oh, shit, hier ist noch eine Kamera. Boah, was ist denn hier los? Wart das Wellen, ey. Wollen wir mal wieder ein paar Filme, ey. Da unten ist noch einer. Einer. Vielleicht kriegen wir das dann doch irgendwann noch fertig. Eingeschützner. Eingeschützner. Dann haben wir das erledigt. War hier nicht noch irgendwo eine Kamera? So, besseres Produkt? Yes. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht. Ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was von Tain macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Okay, das ist sehr gut, weil... Okay, mal... ...das auch noch aufnehmen. Schnell speichern. Das abspielen, aber noch das schnell herausstreichen. Ja, ja, ja. Ich weiß von der Abregelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott noch mal. Oh, da ist die... Ah, ne, ist meine Kamera. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss noch mal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. So, nutzen wir auch einfach mal maximale Eskalation. Ja, so sieht's aus. So, Helden und Verbrecher. Nichts zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Rapture fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo-Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie ihr Unschuldigen so etwas antun können. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn Sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen Sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. So, von ihr habt ihr es zuerst gehört. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Das ist Tote Rosi. Achso, das ist jetzt hier. Okay. Raus aus meinem Scheiß-Büro! Loy! Ne, das wollte ich aber so nicht machen. Okay. Ja, witzig, ne? Ich tütte die jetzt halt gefühlt automatisch, sobald sie mich berühren, ne? Das ist zum Foto machen, ist das eine echte Scheiß-Idee. Lass das mal anders machen. Das ist, to be honest, eine echte Scheiß-Idee. Ja, da mache ich einfach mehr Damage. Ja, das müssen wir, können wir später wieder machen, sobald wir keine Fotos mehr machen müssen. Aber vorher ist das, äh, sehr, sehr, eine sehr, sehr schlechte Idee. Hier ist ein Exit. Das ist keine gute Idee. Nicht wegporten. I need you. Rolling Hills, da will ich jetzt auch tatsächlich gleich hin. Ja, na, wenn. Sehr gut. So. Äh, Natural Camouflage. Ist es das, was ich brauche? Ja, Houdini-Splicer bis Stufe 4. Perfekt. Wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Klingt insane. Aber, nein, nein. Perfekt. Ja, lass mich mal noch ein paar Bilder von dir machen, bitte. Solang es noch geht. Nein. Nein, stirb. Hab ich ihn erwischt? Nein. Also erwischt wahrscheinlich schon. Okay, und in T-Formen umgefallen. Rolling Hills ist leichter drücken. Hier ist schon wieder eine Kamera. Auf die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Ach komm, das war jetzt noch eine C-Wertung. Oh, shit. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Weil, dann kommen nämlich die Dudes. Und dann kann ich die vielleicht mal fertig kriegen hier. Weil die dürften ja erst auf Stufe 3 sein. Dann ist gleich gehen die auf Stufe 4. Zecken von Sicherheitsbot ist automatisch erfolgreich. Das ist gut. Und jetzt muss ich es eben noch auf 4 kriegen. Ich hab keine Pistolenkugel mehr? Wie kann das denn sein? Das ist ja schockierend. Nee, warte mal. Shit. Nee. Wie gesagt, das ist gut, weil ich dann Fotos machen kann. Nämlich ganz viele gute Fotos von denen hin. Oh, der Fortschrittsbalken, wie man sieht, geht ganz schön langsam vorwärts. Super Foto, oder? Super Foto. So, aber es ist ganz gut, dadurch, dass Pistolenkugel weg ist. Dann kann man ja auch mal wieder... An der Oberfläche habe ich einst einen Ort gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit es gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann? Und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstarrte, wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. So, neuer Level erreicht. Erhöht der Schein plus 3. Das heißt, du bist jetzt auch auf Stufe 3. Das heißt, auch das Geschützding... Muss ich leider... Fertig machen. Hilft ja nix, ne? Kann nicht. Wir haben Big Daddy. Bisschen nur eine Rosie. Trellas. Ein wunderschönes Foto. Trotzdem nur eine Bewertung. Trauriges Leben. So, das war aber jetzt ein Action-Build. So, dann kommt nämlich Photographers Eye. Was schnappst du denn schon wieder so viel? So. Was? So, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Randale. Guck ich bitte Granaten-Munition. So, lecker jetzt. Und da Rosie ist nix mehr zu holen hier. So. Die Dollar sind voll. Und hier ist das nächste. Nein, ist es nicht. Aber hier. Niemals sollen sie kommen. Als wir hier ankamen, fiel Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar. Bäume. Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen. Und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy. Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Richtig. Mariska. Oder Mariska. Man hätte niemals hierhin kommen sollen. Das ist komplett korrekt. So. Bin ich froh, wenn diese Fotogeschichte vorbei ist. Also machen wir bei allem Respekt. Geil ist das nicht. Willst du nicht gerne in Rapture leben? Naja, hier mit den ganz netten Pflanzen. Vielleicht. Aber vielleicht ohne Splicer, wenn es geht. Wo die Big Daddies nett sind oder nicht. Das ist... Das muss man drauf brauchen. Ähm. Entschuldigung. Das ist hundertpro derselbe. Ohne Witz. Der Typ, der da lacht, ist derselbe Synchronsprecher, der auch die lachenden Zwerge in WoW synchronisiert. Es ist nicht dieselbe Lacher, aber das ist derselbe Typ. Hundertprozentig, Mann. Hundertprozentig. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt an den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Hände mal drüber nach. Ja, also, auf gut Deutsch, Duft ist verpestet. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für einen Cutter, oder? Wenn sie noch abnehmen ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Und dann hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Ich sag ja, Poison Ivy, Leute. So, Sicherheitskamera 2. Das bedeutet, wir müssen noch ganz, 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 ganz viele Kameras fotografieren. Yeah. Aber irgendwann können wir die Kameras dann auch einfach Insta-hacken und dann ist das eigentlich auch alles viel, viel, viel cooler. So, Munitionsautomat. Hey, Munitionsautomat. Ich kann auch mal ein bisschen was ausgeben, weil... Why not? Ich hätte es verhacken sollen. Ach, Salz. Snowball. Dankeschön für den sechsten. Mann, vielen Dankeschön für ein halbes Jahr Support. Vielen Dank. Okay. Oh. Wait. Was haben wir denn hier? Nee, komm mal her jetzt. Hö! Haben wir hier vorher auch schon mal? Ah, Leute, ja. Wir halluzinieren. Jetzt ist es soweit. Was zum... Was zum... Was spinne ich jetzt? Hinten, komm her jetzt. Entschuldigen. Ich glaube, mir die Zeit rast. G steht für Gönne. Äh, in Nova auf jeden Fall, Mann. Dankeschön. Ja, aber so ist das Leben. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, okay. Ja, Nova, die liegt gerade hier, die Juffi. Die spielt gerade mit dem Ball, beschäftigt sich selber. Ist gerade viel am Grinsen. Ist sehr glücklich über die ganze Ballgeschichte. Alles ganz, ganz toll. So, es reicht, Kollege. Okay, und er hatte offensichtlich die Saturn-Jäger dabei. Sie bekneiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturn-Jünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen die geisteskranke Schreckkörme. Sie gehört? Menschliches Blut. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Ha, dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Das ist er gewesen. Das werden wir unschädlich machen. Moin Jesse, wie geht's? Hallo, hallo. So, dann hätten wir das. Mir fehlen jetzt also nur noch Fotos erstmal. Und geht auf dem Weg zur Wasserfallgottes stehen drei Splicer um eine Leiche herum. Tötet ihr sie, erscheint das Tonikum neben der Leiche. Müssen wir wohl mal ein paar Splicer töten, nicht wahr? Was? Immer. Ja. Ach, das ist mittags. Nachmittag. Nicht so lang wie der von der Ziege. Ähm, auf dem Weg zum Wasserfall. Ja, das hat sich jetzt hier irgendwie... Ah, nee, warte mal. Hier ist das... Hier ist das Gas noch nicht ausgetreten. Ich brauche jetzt hier erstmal gerade sowas wie Orientierung. Was zum Teufel? Wimmelbild oder was? Ach, Gott. Ich muss das schon wieder hören. Ja, ich wollte jetzt eigentlich antworten mit gesundheitlich geht's mir super. Dabei geht's mir eigentlich richtig scheiße. Weil ich brutale Schmerzen habe. Ich hab am Montag so übertrieben mit dem Sport. Ich hab immer noch ganz heftige Muskelschmerzen. Das hätte ich mir vielleicht... Aber ansonsten geht's nicht. So, ich glaube, das dürfte es dann gewesen sein mit Fotos. Und der Nailcrafter ist auch am Start. 16. Wenn ich mich nicht irre, sind das genau 2... Das 27. meines gesamten Lebens. 2 27. Ich kann ja nicht sagen, ob du dich isst oder nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Das ist schwierig. Dankeschön für den 16. Das bedeutet nur, dass du es richtig gemacht hast? Falsch. Muskelkater bedeutet sogar, dass du es falsch gemacht hast. Das ist ein sehr großer Irrglaube. Dass Muskelkater das richtige Zeichen ist, dass man genug trainiert hat. Ironics. Dankeschön für den 31. Ich will jetzt... Hier war Rolling Hills. Ich muss zurück. Kann ich auf der Karte erkennen, wo ich bin und wo ich hin muss? Ich muss nochmal in die Wasserfallgrotte. Haben wir ja gerade gehört. Wasserfallgrotte. Weil Wasserfallgrotte bedeutet... Bedeutet... Dass dann noch ein Audio-File liegt. Ja, Wasserfallgrotte. Auf dem Weg zur Wasserfallgrotte. Aber im Moment. Auf dem Weg zur Wasserfallgrotte bedeutet der nicht... Bei der Wasserfallgrotte. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder? Ja, du bist minderwertig. So. Bleib liegen. So, das ist Arcadia und Sauerstoff. Uff! Oh, das kommt erst viel später. Okay, ich muss sofort umdrehen. Wir sind hier... Hier sollen wir noch überhaupt nicht sein. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia... Noah, heute ist aber schon Mittwochabend. ...würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Fotosynthese betreiben? Siehste, warum eigentlich... ...für... ...Luft bezahlen? Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Das war Arcadia und Sauerstoff. Wir müssen jetzt... Was kommt denn gleich an? Also, wir waren erstmal... ...auf dem Weg zur Wasserfallgrotte stehenden drei Splice und eine Leiche rum. Das haben wir noch nicht mal. Dann haben wir nicht... Wir haben so viele nicht. Wir müssen erstmal die finden. Ansonsten haben wir ein echt großes Problem. Wir müssen die drei Splice finden, die um eine Leiche rumstehen. Shit. Oh, das ist gut. Ich freue mich noch zum Fotografieren. Für die Fotos. Ja, bitte. Ja, ja. Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Stell dir vor. Ist du hier reingelaufen? Wollen wir im Teegarten schon mal? Hier ist alles nur noch verseucht und... ...Einbildung. Da versteht man noch überhaupt nichts mehr. Joffi, du musst hier mal ein bisschen ruhiger werden hier um den Arbeitsplatz rum, ne? Hier ist doch... Oh! Drei um eine Leiche! Das sind sie, Leute! Das sind sie! Ne, die stehen jetzt nicht um eine Leiche rum, aber... ...waren drei auf einmal. Boah, ein tolles Foto, oder? Das war ein tolles Foto. Dafür gab es viel zu wenig Punkte. Oh, das zählt sogar noch. Lull. Oh no! Ich habe keinen Film mehr! Okay, ich brauche dringend einen Verkaufsautomaten. Oh, Crap. Ähm, aber jetzt waren hier drei und hier ist trotzdem das Ding nicht, ne? Ich muss das aber jetzt echt dringend finden. Oh, Crap. War aber irgendwie nur einer, nicht wahr? Man zieht mal ein Save und guckt, was passiert. Warte mal, war hier nicht irgendwo ein Verkaufsautomat? Kommt gleich hier vorne einer, ne? Praktisch. Dann kann ich nämlich Filme kaufen. Scheiße, Alter. Das ist nicht der Verkaufsautomat, den ich meinte. Das ist nicht der, der einen Film verkauft. Muss ich ihn hacken und dann verkauft er Filme? Ist das so? Ist das so? Oh no! Das war ja schon wieder unlucky. Okay, wir müssen uns offensichtlich erstmal auffüllen. Okay. So, 100 Filme werden noch hoffen, jetzt erstmal reichen, um das alles mehr oder weniger zu vervollständigen. Das ist ein Irrgarten hier. Gehen wir zu der Farm. Wie krass kann ein Mensch sich bitte quälen? Hallo meine Lieben, die von der lieben Kati rüberkommen. Schön, dass ihr da seid. Zum wahrscheinlich denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Weil ich gerade bei meinem Bioshock-Playthrough, den ich hier gerade sehr viel Liebe und Leidenschaft mache, mal wieder nur verarscht werde. Ich hatte gestern einen Bug, der mich dazu gezwungen hat, dass das Game softlocked war. Weshalb ich heute Nachmittag auf Stream schon zwei Stunden nachholen musste. Und jetzt ist das Spiel gerade mitten im Speichern abgeschlossen. Und ihr wisst bestimmt, was bei Speichern und Videospielen steht. Richtig. Schließe oder beende den PC oder die Konsole nicht. Weil da nämlich genau sowas passiert. Dein Speicherstand ist weg. Der PlayStation 4 wäre aber auch passiert. Wenn es abgestürzt wäre natürlich. Aber ja. Das bedeutet, auf gut Deutsch... Dann machen wir das Kapitel direkt nochmal. Cool, wa? Dann haben jetzt... Meine lieben Lerafin-Freunde die Chance, Kapitel 5 nochmal von Anfang an zu sehen. Freude! Da wurde ich schon wieder... Da wurde ich schon wieder... Da wurde ich schon wieder nervös. Was ich gesehen habe. Cool! Cool, 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 cool! Wisst ihr, warum es besonders cool ist? All die schönen Fotos nochmal schießen! Yay! Ich hoffe... Der Stream war bei der Cutty ein bisschen angenehmer. Was habt ihr denn noch mit dein Schönes gemacht? Eine Stunde für die Cutty! Es ist doch super! Tja. Ich meine, ich muss jetzt nicht mehr die ganzen Dinge anhören. Ich rush jetzt einfach schnell durch. Das Schlimmste an sich an der Geschichte. Nur, dass wir die ganzen Fotos und so nochmal machen müssen. Es sind jetzt insgesamt drei Stunden, die ich schon verloren habe in diesem Spiel. Das ist schon belastend. Das ist schon belastend. Ich muss die trotzdem nochmal aktivieren, damit ich weiß, welche das waren. Einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster! Ryan hat gesagt, dass er eine Nebenwirkung der Plastik wird. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfes werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wasser Einbruch, Geisteskampf, Rebellion... Das einzige Problem sind halt wirklich legit nur die blöden Bilder. Aber ich kann die Bilder ja eigentlich oft mehr oder weniger skippen. Wo bist du denn? Jetzt ist noch die Chance, auf Playstation 4 zu wechseln. Warum sollte ich das denn jetzt nochmal bis Kapitel 5 spielen? So lange ist das Spiel auch nicht. Das ist doch völliger Unsinn. Das ist doch kompletter Quatsch. Nee, ich sammle die jetzt einfach und guck gleich in der Übersicht, welche ich habe und welche nicht. Hallo Dark. Ah ne, ne, hallo, nicht zumachen. Ja, schon ganz genau die Sachen. Naja, aber ich muss trotzdem eine Reihenfolge spielen, sonst komme ich völlig durcheinander. Ah, ist das ärgerlich. Nein, ich werde deswegen die anderen Teile nicht auf der Playstation spielen. Aber ich bin selber schuld. Ich habe mir nämlich heute eigentlich das Ziel gesetzt, sobald ich die Hälfte der Collectibles habe, in dem Level einen richtigen Save zu machen. Also nicht nur einen Quick Save und den habe ich nicht gemacht. Ich bin also leider ein bisschen selber schuld. Ich habe mich nicht an meinen, ähm, daran gehalten, was ich machen wollte. In dem her. Es ist eine Stunde Progress weg, aber wir holen das jetzt in 20 Minuten schon auf. Keine Sorge. Nicht so tragisch. Der Progress ist ja nur viel, weil ich das ja streamend so langsam mache und so. Das ist alles nicht so wild. Das ist alles nicht so wild. Schau mal, jetzt erstmal mache ich so ein Bierbilder. Du bist beim letzten Mal im Feuer gestorben. Hau jetzt einfach die Fotos raus. Man kann die, man kann nachdem man so ein Foto gemacht hat, nämlich einfach überspringen. Dann sparen wir hier auch ein bisschen Zeit. Spammen die einfach ein bisschen durch, die Bilder. Ich versuche jetzt hier nicht, die überhübschesten Bilder zu schießen und dann passt das schon. Macht das schon so ein gut. Ja, ja, wir speeden uns da schnell durch. Tragisch. Es ist ja nur ärgerlich wegen den ganzen Collectibles. Weil jetzt gesagt, das Spiel ist an sich auch super kurz. Du kannst ja übelst durchrennen. Aber wenn du halt alles sammeln willst, dann ist es halt schon ein bisschen ärgerlich. Du bist nur ein Elite-Splicer, aber du nicht. Okay, vier Bilder kann ich von der machen. Ja, von dem muss ich jetzt leider auch wieder die Bilder machen. Und wie gesagt, das zusammen ist jetzt einfach fix durch. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, das hacken wir auch dann mal eben fix. Das war Quatsch. Damit wir uns noch mehr Filme holen können direkt. Um den Spam für die Filme höher zu halten. Oh, hier geht es ja gar nicht lang. So vorne anders. Na ja, solange nicht nochmal so etwas Ätzendes passiert wie gestern. Das war, äh, gestern war es schon ein bisschen unangenehmer. Mit dem Softlock, vor allem aber, der wir ja ewig gebraucht haben, um erstmal rauszufinden, dass wir dann wirklich nicht mehr verschaffen oder weiterkommen können. Dem her. Das ist verrückt, ne, jeden Stream war ich so krasse Fehler ein. Nervt mich echt, dass nach der Kamera eben das Ding nicht mehr kommt. Der Schraubenschlüssel. Essen mal mehr Glückskekse. Aber ich habe mich erst letztens lachen müssen, weil ich gelesen habe, dass die Leute keine Glückskekse mehr essen, weil sie alle Angst haben, dass sie vom Coronavirus betroffen sind. Die Menschen sind so herrlich dumm. Das ist unfassbar. Die Salty, die sie machen, werden mich immer amüsieren. Warte mal, du bist vorhin gestorben an dem Ding, aber kann ich doch von dir vornehmen, oder? Oh, das ist ein schönes Foto. Das muss ich kurz zeigen. Eine herrliche Visage. Reicht. Das ist noch nie bei der Schraubenschlüssel. Das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Und hat zwar definitiv was verpasst, aber es ist ja kein Weg oder gar nicht. Dann erlebst du es halt jetzt ein bisschen mit mir. Also ist schon in Ordnung. So, ja. Erst wieder beim Geschenk, haben wir gesagt. War das nächste. Also quasi hier rein gleich. Erst mal ein paar Little Sister Bilder machen. Boah, mein Gott. Was ist das für ein krasses Bild, Leute? Guck mal, wie die wird mit der Waffe bedroht. Crazy. Oh Gott, ist das jetzt ein Rosy-Build? Ups, sorry. Gleich das Rosy-Build. Was ist mit der alten hier? Was ist nur ein Lead-Head-Splizer? So irritierend, dass sie so viel aushalten. Das ist doch von Rosy erst ein Bild. Gib mir mehr Bilder von Rosy. Really? Wie? Wie? Wie ist denn das nicht? Wie zu wenig Punkte. Okay, ich habe es offensichtlich schon vergeigt. Nein. 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 Ich weiß doch gar nicht, was die immer haben mit meiner ganzen Grausamkeit. Ich bin netter. So. Dann haben wir gesagt, müssen wir kaufen. Wending Expert. Ich bin in Inferno. Verkauften Körpertoniker. Da habe ich Dinge getan. Was ich gar nicht tun wollte. Zeit fürs Heuerbettchen. Das passt schon an dem Moment. Lassen wir das jetzt mal so stehen. Okay. Ich mache jetzt hier Big Save. Und gehe nochmal schnell durch, was ich jetzt habe und was ich nicht habe. Okay, tatsächlich sonst gar nichts anderes. Nave Cracker haben wir dann. Das haben wir alles. Jetzt wieder in die Grotte. Und wenn ich sage ich zu. Okay. Ups. Das wollte ich nicht. Whatever. Whatever. Clever. Wie Dinger auslösen ist es vielleicht egal. Oh, zumindest ist es ein Schwierigkeitsgrad. Ja, guck mal her, hier. Dann kriegen wir die ja vielleicht auch noch irgendwann fertig. Die beiden haben genug Bilder. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt fliegen die weg. Das heißt, ich muss jetzt schnell noch ein paar Fotos machen. So, ich muss ja nochmal vier Bilder machen. So, Ruhe. Das Finale darf ich dann auch zweimal spielen. Ja, bitte nicht. Ja, ich werde jetzt schon schauen, dass ich das so regle, dass... nichts mehr passiert. Zweimal passiert. Drittes Mal würde ich es gerne vermeiden. Vermeiden. So. So. Fotos. Hallo. so sport bus 2 das ist genau das was wir wollten das bedeutet nämlich wir haben jetzt die sages pleise auf stufe 4 das bedeutet wir haben jetzt noch der markt ist geduldig erste test ist aus produkt und helden und verbrecher ja konnen das wollen wir mal hoffen so werde jetzt hier einen main safe setzen just in case hier gehen wir mal kurz durch elektrische blitze objekte abfangen und big daddy beschützt mich ja gut big daddy werde ich sowieso nicht da werde ich sowieso nichts machen das ist also irrelevant hier gerade aktiv dass wir verbrauchen weniger verleihen mehr schraubenschlüssel schneller schwingen ja baumenschlüssel schneller ich kann sport bus 2 bekommen also der ist ja schon hier nevermind sorry verbandskästen verleihen auch ifs gar nicht so bad machen wir mal das hier hier verringert die preise am verkaufsautomaten nein weil ich das aktiv haben verringert die schwierigkeit beim hacken ja ich werde eigentlich fast nichts mehr hacken weil ich eh gleich alles automatisch drin habe raumenschlüssel schaden ja und verringert die schäden da dürfte nichts dabei sein was ich feier dann machen wir jetzt eine grotte das heißt wir gehen jetzt da lang ist gleich da drüben und auch die anlegestelle der tauchkugel dann geht es direkt weiter zu rein ach komm schauen und hier kann ich nur zweimal ich wollte schon sagen das ist auch sehr komisch manchmal klappt das manchmal nicht dann erst mal fotografieren müssen nämlich zwar auf stufe vier aber noch nicht voll entwickelt ach komm weißt du was das können wir eben machen weil ich eh gerade kohle überhabe ah ne das ist quatsch der muss da hin komm wieder wenn du geld hast komm wieder wenn du geld hast hast du 이번!" Ich denke ich habe gesagt du hast da gerne genug jetzt mindestens du hast vielleicht einiges über mich hören nin da auf meinen Namen stoße Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich viel für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Ich glaube nicht. Komm raus jetzt. Das ist ein Suggish. Von dem kann man sogar fünf Bilder machen. N1. So, dann wo ist der Port-Typ? Komm ruhig raus. Er hat sich verpasst. Alles klar. Eiskalt. So, Natural Camouflage. Das heißt, Houdini Splicer ist jetzt auf Stufe 2. Nicht wegrennen, bitte. Brauch noch ein paar von der Fotos. Dass ich aufgrund der Tisch hoch kommt. So, dann sûr. So, dann. Dass ich los. Du kriegst das Schmack. So, dann. So. 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 Rolling Hills, genau. Da kam nämlich das blöde Gift. Dann achten wir mal ganz genau drauf hin. Ob wir dann das eine finden, wo da die drei angeblich sind. Und hier war von Rosie. Rief mal nicht. So, die Dinger auf Stufe 3. Ah, nein, doch, da ist sie, Rosie. So, Rosie, ich brauche dich nämlich auch mal auf Stufe 2, wenn es geht. There we go, dafür das Photographer Eye. Erhöht massiv die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden können. Ja, da scheiße ich aber auch ganz schnell auf die Körperpanzerung. Nein, ja doch, da scheiße ich auf die Körperpanzerung. Mehr Punkte nach Fotos. Da sehe ich mich. Damit ich diese blöde Fotoscheiße as fastest possible nämlich fertig habe. Wenn man jetzt vor jedem Speichern Angst hat. Was ist beim Speichern passiert? Wer kann? Wer kann denn schon damit? Uuuuh. Und da macht selbst Rosie ein Salto. Passt. So, das war... Niemals sahen sie kommen. Jetzt wäre ich vergiftet. Verpestet. Wurde mir klar. Bäume. Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen. Und hieß sie für ungeheuer. Oh, Sammy. Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Lass mich nur schnell die Fotos machen. Was soll's? Dann kommen noch mehr von denen. Wie weit sind wir denn bei denen schon? Guck mal. Plus Nid, Bonus 15%. Das ist doch... Damit können wir doch arbeiten. Einer von den beiden ist wieder neu. Der offensichtlich nicht. Aber... Da werde ich das mit den Fotos in Zukunft immer so anhaben. Einfach schnelle Fixe vorgeschießen. Die Wettung scheißen. Einfach machen. Ah, da kommt noch einer. Hallo? Lass mich jetzt von den Fotos machen. Ich werde zu spät. Lass ihn verkaufen, ne? Hier. Jetzt genug Cash. Da waren wir noch gar nicht lang, ne? Ne, da sollen wir auch nicht lang. Aber... Sollen wir nicht immer da lang gehen, wo wir nicht lang gehen sollen? Lass mal gucken. Achso, sie hat keinen Bock auf uns. Alles klar. Ja, verstehe. Ich bin auch noch nicht verpestet. Aber jetzt. Dann siehst du, wenn ich jetzt immer ganz schnell die Fotos schieße, dann sieht das zwar nicht schön aus. Aber es ist effektiv. So, die Julie. Genau, die wollen wir nämlich als nächstes finden. Was ist denn da, Dude? So, die Saturn-Jünger. Darum geht's auch hier, ne? Na? Na. Sie trinken menschliches Blut und... Jetzt müssen wir aufpassen. So, jetzt. Es heißt hier, von hier aus, auf dem Weg zur Wasserfallgrotte, stehen drei Splicer um eine Leiche herum. Wir achten jetzt ganz genau drauf. Auf dem Weg zur Wasserfallgrotte. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Drei um eine Leiche. Wir müssen das finden. Ja, hier kann man sich ja nur betrinken. Und das Speicheln wieder fehlt. Dann machen wir's nochmal. So, Dini Splicer. Teleportationsziel kann leichter vorhergewehen werden. Okay. Scheiße, das trifft's wahrscheinlich ganz gut. Wir haben immerhin bei den Fotos tatsächlich mehr Progress gemacht. Das ist in der Tat gar nicht so unpraktisch. Wenn ich jetzt noch das Tonband finde, ist alles cool. Also, auf dem Weg zur Grotte. Zur Grotte geht's da lang, ne? Hallo, Kevin. Zur Grotte geht's definitiv da lang. Drei Splicer um eine Leiche, Leute. Aber hier sind keine. Zwei, Kevin. Zwei, Kevin. Ja, der Fotoprogress ist auf jeden Fall gut. Das steht fest. Die hätte ich mir auch lieber noch ein paar mehr Fotos machen sollen. Glücklich, glücklich, glücklich. Dann werden wir schon noch ein paar finden, nicht wahr? Ich suche das vom Namen her. Nichts, was die nicht stehlen. Nein, das stimmt nicht. Auf dem Weg zur Wasserfall... Äh, Sicherheitslücke. Sicherheitslücke heißt das Ding. Und der Hinweis ist leider nicht so geil. Das ist... Der Hinweis ist... Es sind genau diese Typen. Die stehen um eine Leiche rum. Das passt so gut zu denen, ne? Oh, die Houdini-Splicer sind fertig. Okay, Leute. Wir müssen keine Houdini-Splicer mehr fotografieren. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber... Die stehen hier im Kreis. Und leider Gottes ist hier nichts. Siehst du, der Fotoprogress ist doch gut, ne? Also sofort abspeichern. Gutes Zeichen. Natürlich bis auf die Tatsache, dass ich immer noch keinen anhaben, wo ich die Sicherheitslücke finde. Vielleicht kommt das aber auch erst später. Ich kann das nicht so ganz erkennen. Vielleicht muss ich auch erst in die Forschungslabore oder so. Vielleicht sollte ich einfach erst mal weitergehen. War ich hier unten schon mal komplett? Okay, und Cancer. Also hier unten war ich definitiv noch nicht. War jetzt auch nicht so geil, was hier ist. Sie sollen in der Grotte sein. Na gut, bei mir steht halt auf dem Weg zur Grotte. Also, das heißt für mich nicht in der Grotte. Da sind wir uns bestimmt einig. Aber ja, gut, gehen wir in die Grotte rein. Und ich nehme mich da auf. Ich bin bei mir vor, weil man eine Gruppe dabei hat. Ich bin bei mir drin. Habe ich die schon fertig? Flammenwerfer? Ich glaube, das hat gar keine Fotos. Oder ist geschützt, geschützt? Bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich geschützt schon fertig? Keine Ahnung. Ja, das meine ich nämlich, diese Beast. Kann nämlich sehr gut sein, dass das gleich jetzt erst storybedingt kommt. Weil das, dadurch, dass das bedeutet, also hier steht ja, dass hier drei Splicer im Kreis stehen. Das klingt halt extrem krass nach Story Trigger. Und genau deswegen denke ich, sollten wir erst mal weitermachen. Es würde Sinn ergeben. Also, lass uns das tun. Oh, Jumen, es ist mir eine Ehre, dass du mich heute Abend mit deiner Anwesenheit beglückst. Hallo, mein Lieber. Schönen guten Abend. So, lässt du mich jetzt hier mal rein? Hier ist alles scheiße. Suche in der Grotte, siehst du? Sag ja, das wird ein Trigger sein. Was mich nämlich jetzt auch hart gewundert hatte, weil ich habe nämlich, weil das Audio-Tagebuch, das ich suche, ist Nummer 52. Ich hatte allerdings, gerade eben, bevor uns der Spielstand abgestürzt ist, hatte ich schon 56. Also, ich war schon vier Tonbänder weiter, weil ich das irgendwo gefunden habe und das hatte mich verwirrt. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ja, in der Tatisipi habe ich mir das mal angeguckt. Ich finde es super witzig, aber ich glaube, für den Stream ist es nicht geeignet. So, das ist was, das man privat auf jeden Fall ganz gut spielen kann. Aber meine Vermutung ist, dass das für den Stream nicht sonderlich spannender ist. Das war ganz angenehm. Das ist genau das richtige Spiel, was ich in Ruhe machen kann, wenn ich mit dem Bautzer auf der Couch liege. So, die Thugish-Splice sind auch fertig, das bedeutet, ich habe hier nichts mehr zu machen. Das heißt, keine Fotos mehr, jetzt wird nur noch durchgeballert, okay? Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, ich habe keine Lust mehr auf euch. Da, da sind die drei. Und da ist die Tonicam. So, Sicherheitslücke. Auf Sicherheitslücke Tonicam passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass die Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und die Reaktion im Springen verzögert. No one needs that, brother. Oh, guck mal, mein Geschütz kümmert sich easy peasy. Aber kann es sein, dass der Anfang relativ zäh ist mit den Einheiten, die man so kriegt? Also mit der Kohle und mit dem Ausbau. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich einfach nur langsam war, weil ich nebenbei mit dem Hund gespielt habe, aber ich habe das Gefühl, dass es relativ zäh am Anfang, um die Farm auszubauen. Wie findest du da eigentlich Animal Crossing für den Switch? Kommt der schon mal raus? Keine Ahnung, gucken wir uns im März mal an. Ich möchte nicht sagen, was ich davon halte. Hast du die rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Ruhrpast rüber. Ja, vielleicht habe ich Bock auf Schönschrift. Und wenn es so wäre? Ja, sehr gut. Herr, komm hoch in mein Büro. Ich lasse dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. So. Hacking Expert ist das originale Hack-Smart-Genturnikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid ist aus der Hack-Smart-Reihe für jeden ein absolutes Muss. Ja, für jeden, aber nicht für mich. Ich bin ja nicht jedermann, ne? So. Und dann ist das nichts, was die nicht stehlen. Was ging automatisch los? Interessant. Ja, okay. Ja, diese Bieters habe ich auch gemerkt, okay. Ah, Dabbel, moin moin. Na, geht's dir gut? Lange nicht mehr gelesen. Ich habe die Sicherheitssysteme von diesem Laden gelegt. Die Geschütze werden dir nichts tun. Komm hoch in mein Büro. Die Geschütze werden mir nichts tun. Klingt gut. Das heißt aber auch, dass ich sie nicht fotografieren kann. Egal. Alte Hunde und neue Tricks. Let's go. Ich sag ja, das ist Poison Ivy, die Langford. Okay, und die Japsen. Okay, und die Japsen. Auf dem Grund des Atlantiks und versuche herauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, Adam, Adam. Das ist wie schwarz gebrannter Schnaps. Multipliziert mit der Atombombe. Multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Okay, und multipliziert mit der Atombombe. Hat die Lack gesoffen oder was ist ihr Problem? Okay. 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 Ähm, what the fuck? Ich kann hier... Moment mal. Hey, Leute, was ist denn das für ein Quatsch? Ich kann hier komplett nirgends lagen. Ich kann hier nur oben lagen. Wie sollen wir denn da drauf kommen? Sehr viel am Arbeiten. Oh je, oh je. Komm mal. Okay, jetzt gibt's einen Weg. Ja, das hilft nix, gell, Adam. Dann mach's mal durch. Aber solange es dir wenigstens gesundheitlich gut geht, ist das doch schon mal was. Äh, das hat ein ganz gutes Tempo hier. Okay, okay. Pepp-Riegel. Wieder ein bisschen Geld ausgeben. Warum nicht? Will ich hier irgendwas machen? Nee. War auch schwer. Richtig. Noch ne Gin-Bank? Eine Gin-Bank? Dieser Sound, ne? So, Frau Langford. Wie sieht das hier eigentlich aus? Hallo? Da ist sie, unsere kleine Poison-Ivy. Julie? Wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan? Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Explosivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet... Oh nein. 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 9457. 9457. Oh mein Gott. Miss Langford. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Ibo-Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becci. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Okay. Und neue Waffe. Der Chemo-Werfer. Alles klar. Noch eine Waffe. Uff. Und die Waffe kommt nach dem Fotoapparat. Das ist gar nicht mal so geil. 9457 war das. Gut gemerkt. Formel für den Vektor. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich habe den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. David, ich wünsche dir was. Gern schon, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Gute Nacht. Und aus Apis Melifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Das ist ein mehrteiliges Ziel. Okay. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir das alles bekommen haben. Noch drei Collectibles. Und da wir jetzt eine mehrteilige Aufgabe haben. Dann haben wir hier nochmal einen Riesen-Safe. So. So. Sorge, sieben erhaltene Waffen und die Probe. Dann fangen wir damit mal an. Gucken wir uns erstmal die Waffe in der Aktion an. Ui. Okay. Verbraucht allerdings auch ganz schön viel Munition. Ich mache mich jetzt. So. Kameras hatte ich noch nicht fertig. Sehr schönes Bild. Hallo. Direkte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheits-Bots. Ja, ja. schon ein bisschen eskaliert gerade. Oh, ne Rosi. Moment. Rosi. Sicherheits-Spot. Nein, von Sicherheits-Spot will ich keine Fotos machen. Von Rosi. Wieso denn jetzt von Little Sister? Ach, weil sie da oben drauf sitzt. Okay, es reicht. Von Little Sister kann ich Bilder machen von Rosi, nicht. Nein, 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 nein. Rosi ist schon zu verbrannt. Ja, ich glaube, man sieht von Rosi nur nichts. Deswegen ist es sinnlos. Puh. Habe ich alle Little Sister hier? Ja. Hatte ich von dem her schon genug? Ich kann mir das langsam alles nicht mehr merken. Ja, okay. Okay. Das werden wir wohl auch mal machen. Ah, das bringt mich hier erstmal zum Lachen, ey. Und nach dem Headshot, die erstmal ein Salto machen. So, Plantage. Hier hatte ich, glaube ich, vorhin das eine Tonband geholt, was ich noch nicht hätte haben sollen, ne? Okay, die an Sauerstoff. Okay, die an Sauerstoff. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Also, ich muss von euch keine Fotos mehr machen. Mit dem her, alles cool. Äh, geht in der Plantage in Richtung Farmers Market die Treppe hoch. Und dann hängt hier nämlich der Power to the People und ich möchte als nächstes die Schrotflente weiter fertig machen. Und dann, auf die habe ich mich jetzt nämlich fokussiert und das möchte ich auch. Und dann kriege ich nämlich alle Upgrades für eine Waffe. Genau deswegen haben wir das gemacht. Und jetzt brauchen wir nur noch eine einzige Sache. Die Kassen durchqueren. Da. Und dann merke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger peiniger gesehen als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. So. Wir haben oder sollten zumindest alle Collectibles haben aus Kapitel 5. Ich überprüfe das nochmal. Geschwätzter sehen. Was für ein Abend. Massenproduktion. Okay, die ist geschlossen. Speedboost haben wir. Fotografers Eye haben wir. Safe Knacker haben wir. Safe Cracker haben wir. Eye Saber haben wir. Wern der Expert haben wir. Human Inferno haben wir. Der Markt ist geduldig. Wir versprechen der erste Test. Besseres Produkt. Helden und Verbrecher. Natural Camouflage haben wir. Sportboost haben wir. Niemals kommen sollen haben wir. Die Saturn Jünger haben wir. Sicherheitslücke war das Tonicum. Das haben wir ebenfalls. Hacking Expert haben wir. Nichts, was die nicht stehlen. Alte Hunde, neue Tricks. Lazarus Vektor. Arcadia und Sauerstoff. Wollen wir für den Vektor. Mutterinstinkt. Got it. Kapitel 5. Komplett fertig. So. Wir könnten jetzt zum Farmers Market gehen. Das ist Kapitel 6. Aber wir können auch vorher noch. Diese Nebenmission machen. Gibt es da einen Hinweis darauf. Wie wir das am schnellsten erledigen. Mit dem destillierten Wasser. Das ist ja nicht auf der Karte markiert oder so. Aber ich habe alles. Das ist gut. Wie wir das jetzt dabei haben. Der Market ist wieder ein bisschen kürzer. Das ist die Hauptmission. Wie ist die Hauptmission? Den Lazarus Vektor erfinden ist die Hauptmission und Farmers Market nicht. Ach das passiert im Market. Die Proben und das Wasser kriege ich im Market oder wie? Ah das würde einiges erklären tatsächlich. Das würde einiges erklären. Aber dann können wir direkt zu Kapitel 6 gehen. Easy peasy. Ach dann ist deswegen im Kapitel 6 wahrscheinlich so kurz, weil du die 14 Sachen sammelst und dann bist du fertig mit dem Kapitel. I see. Okay. I did it. Shot zum Markt. Dann gucken wir doch gleich mal. Ne, jetzt gehen wir erstmal durch. Das ist einfach nur ein schlecht umgesetztes Spiel. Und ja, es wäre eine ganz einfache Lösung, das Ganze auf der Playstation zu spielen. Aber dann haben wir A, schlechtere Grafik, und B, kein Quicksafe. Und ich weigere mich, ohne Quicksafe zu spielen. Wir müssen einfach die Quicksafe-Taste... Ne, die Quicksafe-Taste ist ja eben nicht mein bester Freund. Wir müssen ja zwei Speicherstände haben, weil es ist ja wurscht, wie auf die Speicher. Wenn es beim Speichern abstützt, ist der Speicherstand ja weg. Das heißt, ich muss alle paar Collectibles auf jeden Fall einen richtigen Save auch noch mal haben. Ah, es tut schon weh, dass sie so ein legendäres Spiel so scheiße umgesetzt haben als Remaster. Schon sehr traurig. Sehr traurig. So, Bienen-Enzym ist das erste. Meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Die Tasche Ding. Ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Es ist ja so, hat sich ein bisschen an, als hätten sie den Remaster rausgerutscht. Es gibt ja zwei komische Dinge an der Geschichte. Erstens, das Remastered sieht nicht sonderlich besser aus, als das von 2007. Ja, klar, die Texturen sind deutlich schärfer und so, dass das Spiel nicht aussieht wie ein zwölf Jahre altes Spielkling. Darüber sind wir uns einig. Aber die Verbesserungen sind viel zu minimal eigentlich. Und die haben, die Remastered hat ja jeder bekommen, der das Originalspiel besessen hat. Also, das Spiel gab es gratis. Also, das Remaster gab es gratis. Du kannst ja auch nicht für etwas Geld verlangen, wo der Unterschied zu gering ist und offensichtlich so verbuggt ist. Naja, es ist trotzdem alles ziemlich beschissen. Ich muss raus tappen. Wir machen eine neue Speicherdatei. Aber ganz ehrlich, Spiele, die abstürzen, wenn man raus tappt, die gehören deinstalliert. Und zwar ganz gewaltig. Alleine, dass Spiele aufhören, sich weiter zu bewegen, wenn du raus tappst, gehören gelöscht. Und zwar instant. Wir fassen zusammen, ladies and gentlemen. Zehn Collectibles, eine Little Sister. Mehr ist hier nicht. Aufgabe, Rosie Fotos schießen. Rest können wir ignorieren. Was raus tappen und anhalten, finde ich ehrlich gesagt gut. Drück Pause, wenn du willst, dass das Spiel nicht weiterläuft. Ich finde das absolut belastend, dass das Spiel stehen bleibt. Dann brauche ich von euch keine Fotos mehr. Jetzt mal kurz Real Talk. Also von dir brauche ich offensichtlich keine mehr. Aber was ist denn mit dir hier? Ach, das war anders, sage ich. Nee, von dir brauche ich tatsächlich keine. Boah, jetzt aber von der Kamera brauche ich noch welche, oder? Wo ist denn die? Ach, come on. Was du tappst, aus Versehen raus. Das ist kein Quatsch. Wer tappt denn aus Versehen raus? So. Forschungsbonus. Beim Hacken von Kameras wird die Fließgeschwindigkeit verringert. Achso. Hey, habe ich nicht automatisch die Dinger gehackt, wenn ich sie... War das bei Kameras nicht so? Okay, und die Kamera lässt sich nicht hacken. Whatever. Von euch hatte ich... Hatte ich von euch genügend Fotos? Ich glaube nicht, ne? Doch? Habe ich mittlerweile von denen genügend? Uh, nice. Die Fenster muss erst kein viele. Bloß, weil ihr alle zu blöd seid, eure Testatür zu genießen. Guck mal, ist ja nicht ich darunter leiden. Okay, es reicht. Nein. Ich mache jetzt hier keine halben Sachen mehr. Ich mache jetzt hier keine halben Sachen mehr. Oh. Oh Gott, das ist schnell. Oh, was? Okay, wait. Das ist ja wohl mal viel zu schnell. Holy shit. Was ist denn hier los? Ähm. Wow, das war knapp. Und ich kann nichts davon gebrauchen. Oh, das war Rosie. Rosie, I need you. And I need your little sister. Oh ja, Rosie. Rosie auf A ist gut. Was dann so schlimm ist, wenn du raus tappst, dass die Musik und das Geräusch, also das Sound vom Gameplay aufhört. Macht mich wahnsinnig. Also zumindest für mich als Streamer, das ist scheiße. Kleiner Anstieg, maximal Gesundheit und Eve. Aber little sister muss ich offensichtlich noch weitermachen. Uh, aber eine A ist gut. Hey, 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 hey. Es gibt Spiele, da kannst du entscheiden, ob das Spiel anhält oder nicht beim Raustappen. Es gibt Spiele, da kannst du entscheiden, ob die Musik weiterläuft oder nicht. Aber wenn ich keine Entscheidungsgewalt drüber habe, habe ich mein volles Recht, deswegen angepisst zu sein. Nein? Nein! Nein? Nein! Nein! Ich hab dir gemervt. Eve-Link 2. Das ist das nächste, auf was ich tatsächlich hier sammeln soll. Der Verbandskasten verleiht auch eine Menge Eve. Wir haben schon sowas. Nämlich hier. Können wir ersetzen mit dem besseren. Ähm, nicht wahr? So. Ich hab für dich getan, Vater. Die Eve-Moment mal. Ich werde die... Ich kann die Sounds mittlerweile nicht mehr hören von dem Ding, ey. Willkommen im Zirkus der Werte. Als nächstes geht's zurück zum Fleischmarkt. Ich weiß nicht, wo der Fleischmarkt ist. Gehen wir doch einfach mal weiter. Ich hör schon wieder so eine verschissene Kamera. Ich glaub, die Kameras waren immer noch nicht fertig, ne? Katastrophal, ey. Jetzt erst frisch nochmal ein kompletter Fortschrittsbalken? Wirklich? Oh. 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 Ganz ehrlich, ich sollte viel mehr automatisch Hacken nutzen. Dann lohnt es sich auch mal die Dinger herzustellen oder zu sammeln. Huch, jetzt sind wir ja wieder hier. Rosie! Das Wasser der Flüsse wär zu Blut! Ist er damit zufrieden? Oh, Rosie! Oh, haben die Rosie gerade gekillt? No! Die haben Rosie gekillt! Können wir Rosie trotzdem ein Foto machen? Nope. Hallo Kollegen! Guten Morgen! Sauriges Leben! So, das ist Hass! Was? Ich will schnappen! Die schmutzigen Klamotten! Dieses tote Glimmen in ihren Augen! Da empfinde ich Hass! Wie noch nie zuvor in meinem Leben! Bitter böse Sorgen! Ich kann kaum atmen! Ja, das ist ein Big Daddy! Da empfinde ich Hass! Was ich hasse! So, kriegen wir jetzt Rosie bitte fertig! Danke! Tja! So, das ist die erste Begegnung! Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen! Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug! Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel! Sie hat eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide! Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesem Ort gehörte, an dem wir leben! Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden! Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußerungs! Moment, ich muss mal kurz gute Nacht sagen! So, gute Nacht Juffi! So sieht's mal aus! So! Wir hatten die erste Begegnung und Hass! Mehr Autohacken, Leute! Mehr Autohacken! Einfach nur, weil ich's kann! Nicht, dass es sich jetzt hier gelohnt hat, aber einfach nur, weil ich's kann! So! Wie, Olaf? Was redest du denn da? Der macht mich schon wieder fertig, der Spidey, du! Ich hör' Rosie! Ich brauch' Rosie-Fotos! Was? So! Ja, Spidey, das will ich aber auch meinen! So, mehr Rosie-Fotos! Jawohl! Drei Rosie-Fotos! Okay, drei Rosie-Fotos hab' ich bekommen, das muss reichen! Oh! Hat weniger gestunt, als ich gedacht hatte! Oh! 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 Wann ich hier gammel, desto besser, desto besser! Dann kommen nämlich mehr Rosie's! Ich kann nämlich das Rosie-Archievement jetzt hier holen! Weil hier so viele Rosie's sind! Deswegen lasst mich hier ruhig mal ein bisschen rumlaufen! Mh. Wasser in Wein! Müllhalde ... hab' ich mich an einen sehr niedrigen Levelstandard gewöhnt! Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht einmal gewisse Prinzipien! Dieser erbärmliche Trudecule drüben in der Wirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein! Wasser? Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, ok einfach mehr wasser nehmen so besorge sieben einheiten destilliertes wasser we know that fix eine neue speicherdatei machen toi 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 dass es nicht abstürzt null denn wir haben jetzt wasser in wein wir sind jetzt an zwei audiotage bücher vorbeigegangen ich höre rosie das war destilliertes wasser nummer eins wie schnell die dinger mittlerweile sind das ist ja schrecklich ich brauche nur eins das hochgeht hier auto hacker das hat sich doch mal gelohnt das hat sich doch mal gelohnt rosie hallo rosie rosies haben fast immer seltene materialien und erfindung für erfindungen bei sich das bedeutet ich muss rosie noch einmal fertig machen belastend so drei stahlschrauben naja soviel dazu ich muss hier eh rumgammeln bis ich alle rosie bilder habe weil hier sind wenn ich in kapitel 6 die rosie bilder nicht mache dann bin ich selber schuld viel wichtiger ist die tatsache dass wir den fleischmarkt noch nicht gefunden haben und ich habe einen lüftungsschacht übersehen das macht mich auch sehr stutzig gliedia hier sind so viele rosies ich muss hier die bilder fahren dann habe ich nämlich für den rest meine ruhe muss ich nur noch little sister bilder machen da hätte ich ein besser ein besseres foto machen können also ich weiß dass eine hier irgendwo bei dem baum ist so brauchen auch gleich mal ein bisschen munition so ja unter der treppe da war habe ich schon gesehen als so ein ding gewesen da gibt es aber auch nur kerosin das ist die heißes moment also vom großen baum geht ihr die treppe hinauf durch die nur für mitarbeiter tür steht da ja hier employees only im raum öffnet ihr eine hölzerne tür ah das ist der lüftungsschacht den ich gesucht hatte ich bin von ihrem vorschlag schockiert wenn wir die struktur der plasmide die wir vertreiben wie sie vorschlagen so modifizieren dass die user dadurch anfällig für mentale manipulation durch pheromone werden wäre es uns ja möglich die aktivitäten alle einwohner von rapture zu steuern der freie wille ist das fundament auf dem diese stadt aufgebaut ist allein der gedanke daran dies aufzugeben ist abscheulich andererseits befinden wir uns hier im krieg ginge es nach atlas und seinen schergen würden sie uns nicht zu sklaven machen wenn sie könnten und was wird dann aus dem freien will nun radikale zeiten erfordern radikale maßnahmen so sagt man nicht wahr da war noch ein gitter drin so gleich mal ich hab das weg dass ich das habe ja mann kein käsekuchen da war noch ein gitter was warte da hängt eine leiche was ist das für eine kranke scheiße hier warum soll ich hier lang gehen doch nur krank was hier ist ne leute das ist nicht gesund hier okay aber die leiche tanzt wenn du bock hast will ich die chinesen nutzen und dann findest du das jetzt witzig mit leichen zu spielen findest du das jetzt witzig mit leichen zu spielen ich sag's nur rauche rosy schattig ich weiß das ist jetzt nicht sonderlich spannend dass ich die ganze zeit rosy bilder mache aber vertraut mir ich muss das portemonnaie ist nämlich voll nämlich gut das problem ist ja auch ich muss den jedes mal töten hier da er sonst logischerweise nicht respawned hier liegen schon ne menge tote rosys rum ne menge Das Einzige, was ich jetzt nicht gefunden habe, ist der Fleischmarkt. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht gefunden habe, der Fleischmarkt. Ja, mit dem Schloss, da waren wir schon. Ja, ja. Also, hier ist Käse. Da ist Fisch. Ah, hier. Hey, was für ein Fleischmarkt? Das ist fucking Fisch. Das ist eine, das ist eine... Oh, na, okay. Soll ich euch sagen, wie das von hier aus aussieht? Wie eine Garnele. Was da ein Huhn ist, habe ich nicht gesehen. Ja, vielleicht ist es mein Fehler, okay? Vielleicht ist es mein Fehler. Ich mache jetzt lieber ein paar Saves zu viel, als dass wir nochmal eine Stunde was wiederholen müssen. Was wir schon getan hatten, okay? Jetzt können wir theoretisch weitergehen. Aber ihr hört sie alle, oder? Ich weiß leider nicht, wie viele Fotos das noch ungefähr sind. Hoppala. Die Kinder, mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften, frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und des Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. So, Moment, hier geht es lang. So, das ist ein schönes A-Foto. Das will ich aber auch meinen. So, wir machen das mal eben, damit wir hier gleich unsere Ruhe haben. Nein, Geschüsse brauche ich nicht mehr, haben wir gesagt. So, wir sind jetzt in der Weinkellerei. In der Weinkellerei. Gibt es natürlich auch nochmal Dinge. Da, funktionstüchtige Kinder. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich gehe mal einen Munitionsautomaten an. Okay, das ist schon ziemlich böse, was sie da so erzählt. Rosi! Yay! Noch ein destilliertes Wasser gefunden. Und da liegt noch eins. I like that. Ein Trick mit dem Minipack-Automaten. Nein. Destilliertes Wasser. Aber dann hat man sie im Salzteich gefunden. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich werde es eh nicht nutzen. So, Rosi. Ich brauche noch ein paar hübsche Bilder von dir, bitte. Grasos. Danke schön für den zweiten Sub. Schön, dass du bei uns bleibst. Danke. So, eine Rosi noch. Eine Rosi noch. Eine Rosi noch. Ganz schön großer Weinkeller, nicht wahr? Hecken, Heinen kaputt machen. Dann hast du gerade das Heilpacks. Okay. Wegen mir. Oh, wieder eine goldene Filmrolle gefunden. Aber irrelevant, da wir die, logischerweise, uns jetzt nicht anhören. So, destilliertes Wasser fertig. Und Cartographer I. Befindet sich im Erdgeschoss im Weinkeller. Ja. Und hier ist irgendwo noch ein Waffenautomat. Erhöht die Forschungspunkte, die... Ach so. Aber ich habe doch schon Cartographers I 2. Ich glaube, ich habe mittlerweile genug destilliertes Wasser. Das andere haben durch eine Forschung, ja. Das ist... Also, wir haben quasi vor, das Bessere geholt. Und hat jetzt eigentlich erst diesen... Bonus. Da! Power of the People. Das suchen wir noch. So, was verbessern wir als nächstes? Pistole... Ich glaube, MG, oder? Ich arbeite echt gerne mit der MG, muss ich sagen. Ja. Ja. Das ist immer wieder verbunden. Das nutze ich eh nicht so. Auch wenn das... Total gut ist. Ja. 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 Wir sind jetzt hier eigentlich durch. Uah! Loh! Das Bein weggeschossen. Nee, wir sind jetzt hier eigentlich fertig. Und ich würde sagen, es wird absolut Zeit, dass wir mit der Story weitermachen. Wir haben nämlich, bis auf die Impkerei, wo wir hinmüssen, alle Collected Birds. Ich gebe jetzt einfach Geld aus zum Hacken, weil ich habe eh zu viel davon. Du stirbst. Nicht echt. Uh! Upgrades. Aber hier muss man offensichtlich keine kaufen. So. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Okay, und Sonic Boom. Und diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr, Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen? Naja. Fontaine reibt sich die Hände. Solange ich noch nicht alle Fotos gemacht habe... und mir so was. Aber wir haben jetzt alles. Das bedeutet, ich mache mal schnell noch einen richtigen Save. Weil wir jetzt nämlich wirklich legit alles haben. So. Ich habe alles. Ich müsste das komplette Kapitel 100% haben. Wir haben auch die Little Sister, ne? Ja, bis auf die Tatsache, dass wir Rosie noch nicht fertig haben. Das würde ich eigentlich gerne noch schaffen. Erstmal die Bienen wegmachen. Ach, das ist zeitlich begrenzt. Ups. Geht so viel Kohle über gerade? Geht so viel Kohle über gerade? Hey. 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 Ihr haltet jetzt einmal eure Schnauzen. Schrecklich. Auch noch zwei Proben. Oh nevermind, drei fehlt mir noch. Okay und jetzt kommen hier unendliche, oder was? Irgendeinen Bienenstock habe ich jetzt übersehen. Da. Ja. Wir müssen jetzt eigentlich alles haben, ne? Warum? Wer oder was? Was hat denn jetzt den Alarm ausgelöst? Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Ja, das war crazy. Wir gehen jetzt wieder nach Arcadia, ne? Haben wir alles. Wie sieht's aus, Rosie? Bist du hier nochmal im Geschäft? Ja, das klang nach Rosie. To Rosie. So, komm. Noch fertig hier. There we go. Rosie voll erforscht. Wir müssen keine Rosie-Fotos mehr machen. So, Freunde, das war's mit der Rosie. Jetzt müssen wir nur noch Little Sisters machen. Wir kommen jetzt zu Kapitel 7. Hier gibt es ein Audiotagebuch. Mehr nicht. Wäre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Das ist sehr schlecht. Kein Sauerstoff mehr ist sehr schlecht. Und dann musst du einfach einschlafen. Oh, fuck, dann hab ich halt. Den muss ich keine Böder machen, ne? Jaja, die Big Daddy selbst, die kamen ja nur in Kapitel 1 bis dahin. Sonst kommen ja nur die Rosies. Da kann ich ja nix für. Dash ist der Rosie und der Rosie werde ich jetzt komplett ignorieren. Weil... Warum nicht? Rosie macht ja nix. Die Kills sind einfach absolut das Schönste an dem Spiel. Ah, schön. So, herstellen. Let's go. Rosie. Ganz schön viele Rosies hier. Ich vermisse immer noch einen verdammten... Gleks wird mal wieder Zeit für etwas Unterstützung. Das weiß ich sehr zu schätzen, Gleks. Vielen, vielen lieben Dank dir. Dankeschön. So, wir stellen jetzt mal die Waffe her. Was ist das? Raus aus meinem Revier! Okay, und Houdini. Machen wir so. 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 Und... Und... Man ist da... Wo stellen wir das denn jetzt her? Hier? Da. Lazarus Vector. Und dieser Neuerfund an Chemikalie können sie toten Gemüsepflanzen wieder Leben einhauchen. Ja. So, wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus Vectors. Leg den Vector an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Oh, wait. Ist das nicht jetzt das hier? Er blüht zum Leben, meine Pflanzen und Bäume. Wie der verdammte Dicken Röchelt und Stott hat. Was klappt das denn nicht? Julis Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht wird's wirklich passieren. Ryan hat noch eine geworfen. Er soll ohne Zweifelbesuch vorbeischicken. Am besten läuft du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dir die Splice vom Leib zu halten. Okay, und versiegeln. Browsy, beschätzt mich. Witzigerweise könnte ich sogar das theoretisch tun mit dieser, äh, Ding, die ich habe. Ich habe den kleinen Notfallpaket mit dem Rohrwurst geschenkt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Hast du die Tür geschlossen? Gut. 90 Dollar mit dem Autohacker. Ähm, entschuldigen? Wofür habe ich die Tür jetzt eigentlich versiegelt? Wofür habe ich die Tür jetzt eigentlich versiegelt? Sollen sie doch kommen? Wieso dauert das so lange? Das habe ich jetzt nicht verstanden, die Szene. Das habe ich jetzt nicht verstanden, die Szene. Ich mache die Tür doch mal schnell weg. Damit er nervig ist, wenn sie weg geht. No offense. Dabei muss ich die noch aufmachen, ne? So, mit drei Tönen so gemacht. Aber mir doch egal. Genau, alle drei Aufklärung soll ich aufgehen. Sonst wird es doch kommen. Braucht halt langsam wirklich mal Muni, ne? Hier wäre eine gute Situation genügend von allen Fotos zu machen, aber wir haben das große Glück, dass wir schon von allen Fotos gemacht haben. Auf Extrem willst du, ne? Am besten, dass gar keine Tür aufgeht. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Ja, hier wäre Action auf Extrem. Was war das? Ist der Wecker fertig? Auf was Warnes zu? Drück den verdammten Schalter! Gut gemacht, Kumpel. Abne tief durch und genieße es. Dann aufbauen wir schön. Jetzt mach die Taubkugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Wache. Der erste Gegner, wo du auch nur die Zange hast, hält acht Schläge aus. Rolft. Heide nur, moin moin. Endlich wieder pflanzen. Boah. Ich weiß, ich habe seit zwei Kapiteln keinen Munitionsautomaten gesehen. Absurd. Ich bin gern ein Urteil, aber ich verabschiede, was fehlt. Oh, 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 oh. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vermichten konnte. Aber sei nicht versorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ja, Noah, Dankeschön für deinen Primes ab zu fünften Malern. Vielen Dank. Ich habe an keinen Gott keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Okay, sehr schön. Wir haben damit auch Kapitel 7 fertig mit diesem Audiotagebuch. Mach mal einfach, kann ja so viele Saves noch legen, wie ich lustig bin. Und wir haben die Wälder gerettet. Ja. Ja, passt. Lass uns fortfahren. Kapitel 7 fertig. So, wir können jetzt ins nächste Gebiet, nämlich zum Fort Frolic. Das ist dann Kapitel 8 und 13. Also wir sind schon mit einem gutes Tempo. Ich habe deutlich mehr schon geschafft, als ich erwartet habe. Für das das Ziel schon so viel abstürzt. Wir müssen mal gucken. Ich denke, zwei Kapitel mache ich noch und den Rest machen wir dann morgen. Dann ist alles perfekt. Dann sind wir bis Freitag fertig und dann können wir Freitag mit Skate 3 anfangen. Perfekt eigentlich. Das klingt doch ziemlich perfekt, oder? Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorn. So, gehen nach Hephaestus. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohen gegeben. Cohen ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern verrückten und asozial gesehen. Aber Cohen, er ist wirklich ein totaler Psychopath. So, was wir jetzt erstmal tun. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Wir gucken mal nach, was in diesem Kapitel passiert. Offensichtlich gibt es hier drei Little Sister. Oh shit, das ist ein langes Kapitel. Dann mache ich vielleicht nach dem Kapitel hier schon feiern. Mal gucken. Das ist noch ein sehr langes Kapitel. Ich muss mal gucken. Lasst mich mal schauen. Wir haben gesagt, es gibt insgesamt 122 Audiotagebücher. Wir sind aktuell bei 67. Also wir haben schon über die Hälfte. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber jetzt gibt es erstmal wieder saftig Audiobänder. Boah, es geht eigentlich 13. Insgesamt sind es... 22 Collectibles. Wieder 22. Okay. So, ich markiere mir das jetzt erstmal. Dann... Überprüfen wir was. Denn... Wir müssen folgendes tun. Wir müssen sicher gehen, dass bis hierhin alles stimmt. Wir haben... Drei Gebiete gehabt. Willkommen in Rapture. Neptunes Bounty. Und Arcadia. Bis hierhin... Also wir kommen gleich zum 67. Tagebuch. Was bedeutet, wir haben bis... Müssten bis hierhin 66 Tagebücher haben. Um... Uns 100% zu garantieren... Dass wir alles richtig haben. Das überprüfen wir jetzt. 2... 4... 6... 8... 10... 12... 14... 16... 18... 19... 20... 22... 24... 26... 28... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 39... 40... 41... 42... 44... 46... 48... 50... 52... 54... 56... 58... 60... 62... 64... 66... Bingo. Wir haben alle Auditagebücher bis hierhin. Es ist bisher der perfekte Spielstand. Es ist bisher der perfekte Spielstand. 55... 55... 55... 55...